Okay, so, der Simon wird sich jetzt mal zu irgendwas entscheiden. Das will ich schon die ganze Zeit mal spielen. Komm, wir machen jetzt irgendwas Neues. Das ist ein Spiel, das mir empfohlen wurde, weil es einem so ein bisschen das Star Trek-Feeling vermitteln soll. Wir gucken mal rein. Jetzt kommen natürlich wieder andere Tipps. Tut mir leid, dass jetzt der Tipp von euch gerade nicht gespielt wird. Aber ich werde mir die alle merken. Gerade sowas wie Darkseid, Detective, Messenger. Hast du schon mal The Quarry gespielt? Ich würde sagen, ich habe zu viel The Quarry gespielt in letzter Zeit. Also es gibt The Quarry mit mir in zwei verschiedenen Varianten. Einmal in der Dumm und Blutig Edition und dann mit Schröcker zusammen, die auch nicht viel anders ist als Dumm und Blütig. Also wir sind dumm und es wird blutig, aber wir spielen einen anderen Weg. So, ich ändere mal ganz kurz noch den Streaming-Infotitel. So, und dann spielen wir doch einfach nochmal ein Stündchen The Captain. Ich werde aber die heute bekommenden Informationen mit euch verwerten und dann beim nächsten Mal ein paar von den Spielen spielen, die jetzt hier auch genannt wurden und einfach mal meine Steam-Liste aufräumen mit euch zusammen. In den dauffolgenden Jahrhunderten entdeckten die Menschen, dass sie nicht allein im Universum sind. Es gibt auch andere seltsame Leute mit einem riesigen Auge, wo man sich fragt, wie tragen sie eine Brille? Zum Glück haben sie eine Nase. Doch da kam schon der nächste Text. Auf Initiative der Erde hin wird die Space Fleet, eine kollaborative Raumflotte der benachbarten Systeme gegründet. Ein Zeitalter des Friedens und Wohlstands bricht an und die Space Fleet wächst und gedeiht. So habe ich das gern. Schön die Sternenflotte kopieren. Mein Gott, sind die arrogant. Doch nicht alles ist harmonisch in der Galaxie. Weit von den Grenzen der Erde und der Space Fleet entfernt werden dunkle Pläne ausgeheckt. Hier darf ich mir was auswählen? Nee, doch nicht. Eine dubiose Organisation, die sich die Union nennt, fühlt sich durch die schnelle Expansion der Space Fleet bedroht. Und im April des Jahres 3383 erklären sie der Space Fleet den Krieg. Wird die schon gucken. Schon bald darauf erfährt die Space Fleet, dass sich die gesamte Flotte der Union auf dem Weg Richtung Erde befindet. Das eskaliert aber schnell. Die Flotte bringt eine neuartige Waffe mit sich. Den Sonnenblaster. Das ist aber wirklich eine ganz schön derbe, schlimme Waffe. Auch rechtemäßig, weil das ja eigentlich nur... Also entweder ist es ein Laserschwert oder es ist ein Todesstern oder beides. Auf jeden Fall nicht original. Entworfen, um Sterne zu zerstören, könnte er alles Leben auf der Erde in einem einzigen Augenblick auslöschen. Tief in der Wüste von Utah wird heimlich eine neue Technologie entwickelt. Die Energiedisruptor-Elektroimpuls-U-Station. Kurz, Edepus. Edepus. Im richtigen Moment aktiviert könnte Edepus die gesamte feindliche Armada außer Kraft setzen und der Space Fleet den Sieg sichern. Ja, aber wäre das fair? Um zu funktionieren muss Edepus von einer extrem komplexen und mächtigen Brennstoffzelle aufgeladen werden. Ganz schön viel Geschichte, ne? Dafür, dass man jetzt eigentlich erstmal anfängt, das Spiel überhaupt zu raffen. Es dauert Jahre, eine dieser Zellen herzustellen und vorzubereiten. Aus Sicherheitsgründen werden sie nur in der weit entfernten und streng geheimen Weltraumbasis Epsilon hergestellt. Warum nicht? Die könnt ihr doch Ed-Silon einfach nennen. Es wird ein Plan entwickelt, um mithilfe der experimentellen Weltraum-Falt-Technologie der Epsilon-Station alle drei existierenden Brennstoffzellen zurück zur Erde zu transportieren. Und ich muss kurz zusammenfassen. Also diese drei Zellen müssen wir zur Erde bringen. Seid ihr schmierlappigen Schmierlappen seid ihr. Riesennasige Grinseschmierlappen. Auf der Erde genießt Käpt'n Thomas T. Belmue gerade den Urlaub mit seiner Nasenfamilie. Als auf Raumfalt-Technologie spezialisierter Wissenschaftler. Der Space Fleet soll er am Transport der Treibstoffzellen teilnehmen. Aber dafür muss er seine Familie verlassen. Der Tag der Mission ist gekommen. Die Wissenschaftselite der Space Fleet hat sich im Orbit der Erde versammelt. Das ist richtig epische Story. Ich hab das gar nicht erwartet. Ich dachte das ist einfach so eine kleine Star Trek Parodie. Käpt'n Belmue hat die Aufgabe das Subraum-Anomalie-Tor im Auge zu behalten während der entscheidende Raumfalt-Transport stattfindet. Raumfalt-Transport schwieriges Wort. Zunächst scheint der Transport problemlos zu verlaufen. Doch plötzlich ein heller Blitz! Lime und Pi sind besondere Planeten deren Informationen du nicht mehr lesen kannst weil die Ladezeit zu kurz ist. Ah aber jetzt ernsthaft das ist die Art von Spiel die mich total begeistert. Also diese pixelige dann dieses etwas höher aufgelöste so diese Kombination aus beidem so retro in Verbindung mit Hightech Space Star Trek bisher finde ich es schön die Story hätte auch ein bisschen kürzer sein können. Schiff! Oh mein Kopf! Schiff! Antworte! Oh na toll! Keine Energie! Eine Spannungsspitze hat bestimmt mal wieder den Fehler Stromschutzschalter rausgehauen. Jeff! Jeff! Hörst du mich? Oh wohl nicht! Da muss ich wohl nach hinten und die Hauptsicherung wieder umlegen. Einfach nur eine Sicherung umlegen? Das ist dein Job und warum habe ich eigentlich so einen Riesenhunger? Verlasse das Cockpit. Okay. Ich drücke den Knopf und das ist was? Das ist scheinbar die Brille mit der ich mir hier alles angucke. Aber ich will ich will okay So ich drücke den Knopf Ah, okay jetzt kann ich hier das ist der Hauptcomputer Okay, komm Wir verlassen das Cockpit Spiel an sich zum Schwenken der Kamera Klick und halte die Maus hast du gedrückt? Okay Ja, so Okay, das gefällt mir Also wir sind hier irgendwie am Überwachen Sind gleichzeitig aber auch in einer Kriegssituation Es kann also jederzeit gefährlich werden Und irgendwie reagiert niemand auf meine Rufe Ohne Strom Wird der nicht funktionieren Ich muss den Schutzschalter zurücksetzen Die Sicherung hat es rausgehauen Und ich muss sie Ja Und ich muss sie wieder umlegen Ist das hier schon dahinten diese eine Sicherung? Ne, ne? Ist nur die Wartungstruiden Ja, gehen Gehen Ah Ich habe gedacht Das ist so der Ziehe den Gegenstand aus mit der Tafel Um ihn zu benutzen Okay Ich habe gedacht Dass er jetzt putzt Und man dadurch dann In den Raum kommt Muss ich an den Schutzschalter kommen? Okay, das geht immer noch nicht Ne? Äh Labortür Da machen wir erstmal Die Labortür auf Ja, das ist auf jeden Fall glaube ich ein ruhigeres Spiel Ah, okay Das ging nicht, ne? Ich wollte Dass er sich diese Tür nicht öffnen lässt Selbst wenn der Strom wieder da ist Dafür habe ich ja das Brecheisen Nehme ich an Suizidpille Das ist ein schlechtes Zeichen Wenn einem sowas schon im Standard-Inventory Äh, okay Mal gucken Wie kann ich die nochmal nehmen? So Diese Tür öffnet sich nach oben Dieses Brecheisen kann mir auf keinen Fall helfen Die Tür zu öffnen Scheiße Dann gucke ich nochmal Ob ich irgendwas reparieren kann Vielleicht kann der ja Die Tür reparieren Erkühle Wartungsredenupdate ist derzeit nicht installiert Bitte kontaktieren Sie Ihren Wartungsanbieter Für ein systemweites Update Scheiße Ja Viel mehr kann ich gar nicht machen Okay Ich will das nur beenden Ja Okay Jetzt wird es interessant Ich kann den Lift nicht öffnen Äh Ich kann den Lift nicht benutzen Und die Labortür nicht aufmachen Ich habe eine Brechstange Aber Die Brechstange Darf ich an der Tür nicht benutzen Ich muss also unbedingt An diesen Schalter 50% deiner Gegenstände Sind zum Suizid Kopf hoch Simon Ja Es gibt da echt ein schlechtes Gefühl Ne Ja aber verdammt Okay Muss ich vielleicht Muss ich den Ich mach mal gerade hier Ähm Ich sag dir mal gerade Er soll hier was machen Und dann Kann ich währenddessen vielleicht Die Gegenstände benutzen Ne Ich dachte ich kann vielleicht Die Tür Von dem Androiden irgendwie aufmachen Oder so Äh Aufbrechen Und dann da durchkriechen Ich meine wenn sie mir das hier sagen Dann muss ich das ja wahrscheinlich Hier auch benutzen Ne Natürlich nicht Spende für Lebensmittel Und Medikamente Ja ich weiß Funktioniert alles nicht Okay Hier vielleicht Ach ja Das kann sein Das sieht auch aus wie eine Tür Bei der man gar nichts machen kann Ah okay Jetzt ist es grau Also kann ich hier nichts machen Die kleine Luke war es Luke Geh auf Wow Das Brecheisen ist kaputt gegangen Hm Aber es hat funktioniert Okay Schaffen wir diesen albernen Körper In diesen auf Schaffen wir diesen alternden Körper In diesen Aufzugsschacht Genau man Bruce Willis Dieselbe Scheiße Passiert dem selben Kapitän Zum ersten Mal Es ist ein Arbeitsplatz Der nur für Droiden gedacht ist Hm Okay Kann ich auch nichts mit machen Bio Sessel Ich sollte lieber nicht einfach Ich sollte damit lieber nicht einfach So rumspielen Sieht aus wie etwas Dass das die spanische Inquisition benutzen würde Um Ketzer zu foltern Bin mir noch nicht sicher Wie der Käpt'n spricht Ich muss nochmal überlegen Mit den Stimmen Spielautomat Ja klar Damit das funktioniert Muss ich an den Schutzschalter kommen So spricht er auch nicht gut Da ist der Schutzschalter Einschaltsequenz gestartet Ordne Speicherdaten Bitte warten Punkt 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 Alles in Ordnung Schiffchen Ne so redet er auch nicht Alles in Ordnung Guten Morgen Schiff Guten Morgen Schiff Hm Ich muss eingenickt sein Wie seltsam Nein du bist nicht eingenickt Wir hatten einen Unfall Unfall Bist du okay Captain Ja mir geht's gut Tut mir leid Dass ich fragen muss Aber was ist passiert Ich hab keine Ahnung Wir waren gerade dabei Den Abschluss Der Transportmission Zu beobachten Als Also Ich muss Ohnmächtig geworden sein Denn ich kann mich An nichts anderes erinnern Aber deine Interne Energieversorgung Ist ausgefallen Und ich musste sie Von Hand starten Das war sehr Sehr aufwendig Mir tut auch ein bisschen Der Arm weh Das letzte Was meine Sensoren Registriert haben War eine Zunahme Der Frequenzbeschleunigung Des Sprungtors Haben wir die Brennstoffstelle bekommen Brennstoffzellen bekommen Das weiß ich noch nicht Merkwürdig Meine Systeme scheinen Alle inaktiv zu sein Ich muss eins Nach dem anderen Neu hochfahren Das könnte ein wenig dauern Ich könnte Jeff Jetzt wirklich gebrauchen Er könnte mir dabei helfen Den Hauptrechner Neu zu kalibrieren Klar Ich hab ihn allerdings Noch nicht gesehen Weißt du wo er steckt Ich fürchte nicht Meine internen Scanner Sind außer Betrieb Versuch doch Jeff direkt Mit deinem Armband Zu kontaktieren Ich hab ein Armband Das benutze ich Nicht zu verwechseln Mit der Suizidpille Äh okay Jetzt werde ich mal gucken Jeff okay Es ist Ein weiterer Maschine Kapitän Jeff Jeff Wo bist du Was ist los Ich bin in der Shuttle Bucht gefangen Bitte lüt Mit Shuttle Bitte lüt Nein Was war das Bist du das Shuttle Das glaube ich nicht Jeff Hör mir zu Sag mir genau was er tut Er macht ständig Ich das Licht Hier drin aus Und er spielt ständig Den Höhlenbruch Alarmton ab Ah Was ist das Bitte Captain Hol mich hier raus Dünelhüt Okay Aber auf jeden Fall Ärger mit dem Shuttle Und wir werden jetzt versuchen Jeff zu helfen Jeff scheint in der Shuttle Bucht festzustecken Finde ihn Und hilf ihm Heraus zu kommen Aha Sie ist immer noch Im verriegelten Sicherheitszustand Da könnte man doch jetzt Jeff kann da also helfen Okay Ich wollte gerade sagen Da könnte man doch jetzt Mit der Brechstange Aber die ist leider schon kaputt Ich kann mit dem Shuttle reden Shuttle Ah ja Shuttle Ist Jeff bei dir in der Shuttle Bucht Ja Das ist er Er ist hier rein Spaziert Als würde ihm das hier alles Gehören Und dann behauptet Er müsse die Türen Inspizieren Als ob meine Türen Inspiziert werden müssten Nun Okay Irgendwas ist beim Transport Der Brennstoffstellen Stellen Zellen Schief gelaufen Und vielleicht haben sich die Türen In dem Moment Verkantet Ist nur so ein Gedanke Vielleicht Aber hör auf Jeff Angst einzujagen Du weißt doch Dass er leicht zu verängstigen ist Ja Das wurde getestet Und bestätigt Benehmen wir uns doch bitte Alle professionell Ja Zu diesem Zeitpunkt Kann ich keine Garantien geben Verdammt nochmal Shuttle Ich komm dir jetzt da runter Wenn du das sagst Ja wie Wie komm ich da runter Der Hedge geht nicht auf Der Spielautomat funktioniert nicht Der Biosessel Ist für mich Relativ unbrauchbar Oder Ja Genau Der will auch nicht Aber angucken kann ich ihn mir mal Es ist die neuste Spacefleet Technologie Im Bereich der künstlichen Bioverbindungen Diese Maschine kann sich direkt mit dem Gehirn Das Probanden verbinden Und extrem schnell mit ihm interagieren Ich weiß auch nicht Warum die so eins in meinem Schiff installiert haben Sie wurde gerade erst veröffentlicht Und gilt noch als etwas experimentell Um ehrlich zu sein hoffe ich Dass ich sie nie benutzen muss Es ist ein Arbeitsplatz der nur für Druiden gemacht ist Das weiß ich ja Ich dachte du kannst vielleicht noch irgendwas Irgendwas machen damit Okay Wir müssen zum Shuttle Hauptdeck Luftschleuse Äh Was ist das Hauptdeck Ich geh mal Technik Ah okay Das ist schon die Technikebene Dann Luftschleuse Das klingt irgendwie Als würde ich gleich Ah okay Fühlt es sich an Als würde ich gleich einfach aus dem Raumschiff rausgeschossen werden In die Sonne Okay Dies ist die Tür zum Landingpod Vehicle Oder LPV Ich nenne es Shuttle Kurz und einfach Ja dann Auf geht es aber nicht oder was Doch Hey Shuttle Könntest du bitte die Tür öffnen Bist du es Cap Ja Shuttle Ich bin's Dein übergeordneter Officer Ha Übergeordnet Welche Tür mag das sein Wenn ich fragen darf Die Tür zu dir Shuttle Du hast sie von innen versperrt Öffne sie doch bitte einfach Okay Stell dich nicht so dumm Also In meinem Fall Stelle ich mich wenigstens nur dumm Ach Weil ich mich nur dumm stelle Hast du gerade gesagt Ich bin dumm Shuttle Mach auf Ganz ruhig Tiger Ich arbeite dran Ich war mir nicht sicher Dass meine Hydraulik Wieder Probleme macht Nun Es wird ohnehin Zeit Dass ich diesem kleinen Eindringling los werde In Zukunft möchte ich aber nicht Dass deine Lakaien Auf meiner Bucht Herumschnüffeln Cap Auf deiner Bucht Öffne die Tür Und lasse Jeff raus Sesam Öffne dich Da ist er ja endlich Oh Käpt'n Vielen Dank Shuttle wollte mich nicht rauslassen Nun ja Er kann manchmal ein bisschen Schwierig sein Du solltest ihn bestrafen Käpt'n Ich hatte da drin Richtig Angst Also um ehrlich zu sein Jeff Auch wenn er nicht die Crew ärgern sollte Bist du noch immer ein Mitglied Der Space Fleet Daher erwartet man von dir Wie sage ich das jetzt am besten Also Dass du keine Angst im Dunkeln hast Ich hab keine Angst Von der Dunkelheit Nur von dem Was sich in der Dunkelheit versteckt Dödöd Okay Kumpel Ich rede später mit Shuttle Ich werde versuchen In Zukunft tapferer zu sein Dödöd Das ist gut Und jetzt wisch mal Das ausgelaufene Hydraulikohle weg Und sei stolz Dass du einen weiteren Besuch In der Shuttle Bucht Überlebt hast Ich hab gehört Dass das Schiff Probleme mit Eher einigen Systemen hat Dödöd Ja Beim Transport Scheint es in einem Zwischenfall Gekommen zu sein Wir sollen jetzt erst einmal Das Schiff Wieder zum Laufen bekommen Okay Ich muss zurück An meinen Arbeitsplatz Dödödöd Okay Ich komme mit Ja die Musik Die ist ganz nice Also mal sehen Ich checke die Systeme Sieht so aus Als hätten wir Einen Kurzschluss Im Labor Aber das muss erst einmal warten Ich muss hierbleiben Und die Rekalibrierung Des Schiffs abschließen Ich kann mich um das Problem Im Labor kümmern Okay Das wäre toll Käpt'n Die Zugangstür zum Labor Scheint nicht zu funktionieren Ich werde die Klappe Zu den Wartungstunneln Für dich entriegeln Die Lüte Die Lüte Danke Kein Problem Ich habe dir weitere Details aufs Infopad geschickt Okay, okay, okay So, jetzt haben wir auch das letzte, glaube ich, notwendige Item Kurzschluss an der Laboratür Reparieren Verwende die Wartungstunnel, um das Labor von oben zu betreten Okay Und Infoerinnerungen Schiffstatus Wissenschaftsschiff, Sammlung, Informationen, Anomalien Weltraum, dreieckige, rödenförmige Schiff Äußerst anpassungsfähig Und vielseitig Jetzt hier nochmal die Infos zur Space Fleet, das haben wir ja alle schon gemacht Haben wir alle schon bekommen Ja man Das ging überraschend gut Und schnell und auch schön, dass man das so alles In einer Ebene sieht Das ist also das ganze Ding Da bin ich mal sehr gespannt Ich wette, ich kriege noch Weil er ist ja auch der Käpt'n Ich wette, da kommt noch ein bisschen mehr dazu Äh, danke Gudolpiet Und Petür Bärlisch 909 Jetzt bin ich im Labor Hier ist offensichtlich alles kaputt Was ist denn hier passiert, sag mal Meine Reagenzgläser Die kann ich verwenden, um Verbindungen zu vermischen Kann ich die nehmen? Ich nehme mir nur eins Eins ist keins Okay, bei der Heizung nochmal gucken Ich kann da ein Reagenzglas einfügen, wenn ich den Inhalt erhitzen will Will ich das? Ja, das sind halt noch mehr Infos Dromium Hochenergetische und sehr teure Verbindungen Energiequelle in vielen Geräten Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht noch erzeugen muss gleich Sternfragment Volkstümliche Arbeit für spektakuläre Verbindungen aus überhitztem Dromium Und Wasserstoff Aha, okay Überhitztem Dromium Also muss ich das wahrscheinlich noch machen Jeff Job Executor with Free Function genannt Ist ein persönlicher Droide Der Space Fleet ist für die Wartung mechanischer und elektronischer Geräte zuständig Sein veralteter KI-Algorithmus hat im Hauptquartier der Space Fleet Für einige Für einige Für einige was? Freude gesorgt? Angst gesorgt? Tode? Na gut, wir werden es heute nicht mehr erfahren Countdown zum Angriff Zeit bis der Sonnenblaster der Union in Zielreichweite der Sonne kommt Alter, zwei Jahre, ein Tag Besser mehr kein großes Keine Also kein Game of Thrones mehr anfangen, würde ich sagen Große Trilogie, groß Reihen Kriegst du nicht mehr durch Okay Jetzt haben wir ein bisschen mehr Infos Wie könnten wir das reparieren? Okay, ich glaube, ich habe das Problem mit den Türen gefunden Hinter der Tafel befinden sich ein paar nicht verbundene Drähte Das sollte einfach zu reparieren sein Soll ich das jetzt machen? Ne, er macht's Gut Da hätte man jetzt auch ein Rätsel einbauen können Da Als würde man Toast machen Die Tür sollte jetzt funktionieren Gut gemacht, Captain Das Schiff ist jetzt wieder in gutem Zustand Captain Ja, Schiff? Ich habe soeben eine Analyse Das ist seine, das ist seine Stimme Ich habe soeben eine Analyse unserer Umgebung beendet Und ich habe hier ein paar sehr merkwürdige Daten Könntest du bitte sofort ins Cockpit kommen? Na klar, bin schon auf dem Weg Aber ich bin doch eigentlich gerade erst hier angekommen Okay, das sind die Rezepte, die wir brauchen Flicken von Raumschiffen Das werden wir sicher noch brauchen Pyrotechnik Starke Rauchentwicklung Okay Und Dromium haben wir ja gerade schon mitgekriegt Energiequelle Für Druideneinheiten und einiges mehr Ey Digga Ah, okay Okay, Laborterminal Lagerbehälter Wir gucken nochmal kurz rein Tuberol Dragonolpulver Sporensäure Gegengift Trägermittel Und Stück Papier Ah, ein zerrissenes Stück Papier Mit einer Nummer darauf Keine Ahnung, was das hier macht Das sieht aber irgendwie auch Irgendwie ist das ein schöner Raum Ich mag dieses Blubbern Von dem Wasser Oder was auch immer da in der Röhre Eigentlich drin sein soll Ich mag das Feueralarmschild Feueralarm Die Schiffsaufzüge werden während des Brandes abgeschaltet Verwende Luftschächte für schiffsweiten Zugang Erkennt Rauch Ah, also wenn ich jetzt Rauchentwicklung hier Erzeugen würde Könnte ich diesen Feueralarm auslösen Und dann passiert was? Die Aufzüge werden abgeschaltet Luftschächte Ja, viel mehr erklärt das eigentlich auch nicht Hier ist die Heizung für später Und hier sind die Reagenzgläser Kann ich da welche mitnehmen? Wie viele habe ich denn jetzt? Zwei, ne? Und ganz viel anderen Kram Okay Soweit so Interessant Bist du eigentlich auf der TwitchCon? Äh, ne Ich bin nicht auf der TwitchCon Hab gar nicht drüber nachgedacht eigentlich Ob ich da überhaupt hin sollte oder so Also ich blicke nicht mehr durch Schreibt Dragon Lear Das rote was da redet sieht doch aus wie Hell Ja, das ist schon eher Aber ich weiß nicht wie Hell redet Ich würde dem eher das Bip, bip, bip verpassen Aber Jeff kann gerne so eine Stimme haben Okay, jetzt wird hier natürlich hin und her gewechselt Mit den Stimmen Ich werde nochmal überlegen Vielleicht Finde ich gleich noch Ähm Den richtigen Rhythmus Aber ich finde es eigentlich Der Kleine ist doch eher so ein ängstlicher Denke ich mir zumindest Aber stimmt schon Dieser Hell Aber Hell spricht doch eher so Der spricht doch eher so Der spricht doch eher so Bedächtig Seltsam wie ein normaler Mensch Aber gleichzeitig mit so einer emotionslosen Stimme Das ist doch langweilig Äh, so Reinigen Aufzüge reinigen Schiff ist derzeit in einem glänzenden Zustand Das entscheide ich Macht sie während der Reinigung unbrauchbar Na okay, dann warten wir doch nochmal Komm Bringt ja nichts, ne Irgendwas reparieren Ne Nicht Escape drücken, Simon Kurz mal schauen Wo sollte ich denn hin Wo wollten die, dass ich hinkomme Ähm Ne Vielmehr ist er nicht Ich glaube ich sollte hochkommen zu ihm Okay, dann machen wir jetzt mal was anderes Dann geben wir jetzt Jeff die Stimme von Kermit Also dem Schiff Und Hell kriegt dann so eine Gelangweilte Standardstimme Probieren wir es mal so Hi Captain Ist auch nicht schlecht Ich hab dich nie gefragt, woher du kommst Na ich komm von da drüben Captain Bevor du mir und meinem Schiff zugewiesen wurdest Meine ich natürlich Ich meine Bevor du mir und meinem Schiff zugeteilt wurdest Oh ähm Ich wurde in der Rohfabrik im New Orlando Erde montiert Ich wurde am 14. September Mit der Seriennummer 1 2 7 6 A Zugelassen Düdelüt Ne Dann kriegt das Schiff Kriegt Düdelüt Okay Das ist jetzt fast zwei Jahre her Ähm Ich schätze Dein Geburtstag ist bald Kumpel Ich freu mich schon sehr darauf Captain Num 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 Ich bin gerne ein Computer Num 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 Okay Ähm Ich dachte ich muss mit ihm reden Aber da ist gar nichts passiert Ne Es war gar nicht nötig Dann Gehen wir doch Zum Ähm Vorne zum Cockpit Ich nehme an Dass ich da hin muss Der Kommandosessel Da fühl ich mich wohl Da gehöre ich hin Schiff Bericht Captain Unter dem Vorbehalt Dass meine Sensoren Vielleicht völlig durchgedreht sind Etwas wirklich Unerwartetes Ist passiert Sag es mir Wir umkreisen die Erde Nicht mehr Düdelüt Was Wir sind nicht einmal im richtigen Sektor Tydelüt Was meinst du Wo sind wir Meine Sensoren sagen mir Dass wir uns derzeit in den äußeren Regionen befinden Den äußeren Regionen Du meinst dort wo der Transport herkommt Noch weiter weg Irgendwie müssen wir durch das Portal gekommen sein Als der Transport stattfand Wie ist das Wie ist das überhaupt möglich Unklar Es muss eine Wirbelanomalie entlang der DEC2 Arlingner gegeben haben Oder etwas Unkalibriertes Captain Was gibt es Schiff Ich registriere einen massiven Energieanstieg Durch das Wurmloch Düdelüt Wenn du versuchen willst Durch es zurückzukehren Sollten wir so schnell wie möglich gehen Shit Das ist eine gute Frage Wenn wir jetzt einen Scan machen Ist es vielleicht vorbei Wenn wir uns sofort reinstürzen Könnte das natürlich Ein großer Fehler sein Also Warte Wir sollten noch einen Scan machen Nur um sicher zu gehen Scannen des Systems Was ist passiert Das Wurmloch ist verschwunden Wir waren nicht schnell genug Düdelüt Was Verdammt Gibt es irgendwelche Anzeichen Dass es wiederkommt Keine Als wäre es nie da gewesen Und das ist noch nicht alles Die Transportmission ist gescheitert Keine der drei Brennstoffzellen Hat es bis zur Erde geschafft Düdelüt Woher weißt du das Meine Kurzstreckensensoren Können alle drei In diesem Sektor erkennen Oh mein Gott Die Erde benötigt Mindestens eine dieser Zellen Um den Sonnenblaster aufzuhalten Sieht so aus Als hätten wir keine Wahl Wir müssen uns Mindestens eine dieser Brennstoffstellen Schnappen Und zur Erde zurückkehren Bevor es zu spät ist Zeig mir Wo unsere Sensoren Die Brennstoffstellen Aus Zellen Nicht Stellen Ausfindig gemacht haben Einen Moment Die Brennstoffstellen Befinden sich Auf diesen drei Himmelskörpern Ich sehe da gar nichts Ach die Ein Wüstenplanet Soma Und VL 624 Ich glaube aus unserer Transportmission Ist gerade eine Bergungsmission geworden Irgendeine Idee wie es jetzt weiter geht Wir sind nicht zu weit Von der Weltraumstation Epsilon entfernt Die Brennstoffstation Die Brennstoffstation Die versucht hat Die Brennstoffzellen Zurück zu schicken Ja genau die Sie befindet sich hier Ein logischer Schritt wäre es herauszufinden Was bei der Transportmission Schiefgelaufen ist Okay Okay also Wir haben hier die Epsilonstation Ganz links Wo wir eigentlich Ja hin müssen Weil da die Brennstoffzellen Äh Glaube ich Ähm Konstruiert wurden Weltraumstation haben wir Zeig mir nochmal Wo die Gibt es sonst nichts Was wir tun können Gibt es sonst nichts Was wir tun können Ich habe alle bekannten Variablen berechnet Es gelingt mir nicht Weitere Erfolgversprechende Optionen zu finden Düdelüt Wie wäre es Wenn wir andere Um Hilfe bitten Spacefleet Hat keine weiteren Verbündeten Die nicht schon In den Konflikt Involviert sind Vielleicht bin ich Auf dem Weg Nach Hause Weitere Technologien Und hilfsbereite Fremde Es gibt nicht Genug Beweise Dass zufällige Besuche Bei den umgebenden Zivilisationen Uns weiterhelfen Hoffnung Hat nichts Mit Beweisen Zu tun Schiff Okay Ich habe alle Uns bekannten Zivilisationen Auf der Karte Markiert Vielen Dank Wird dir auch Zeit Du Schweine Schweine Schweineschmiede Erklär mir das mit der Weltraumstation nochmal Das haben wir verstanden Zeig mir nochmal Wo wir die Brennstoffzellen Finden können Das haben wir auch Okay ich denke Ich denke ich weiß Was zu tun ist Okay ich denke ich weiß Was zu tun ist Er tut zumindest so Freut mich Das zu hören Brechen wir auf Ein neues Ende habe ich erreicht Neustart Jetzt frage ich mich natürlich Was wäre passiert Wenn ich ganz schnell In dieses schwarze Loch Reingeflogen wäre Was ist eine Endkarte Was ist eine Endkarte Gespeichert Okay cool Jedes Ende Notfallsignale Immer sofort Untersucht werden Ja ich weiß das Schiff Zeig mir das bitte Mal auf der Karte Ne Also wir müssen Zum Wüstenplanet Okay Danke Wir sind gestrandet Irgendwo im All Und müssen der Menschheit Helfen Und brauchen Drei Brennstoffzellen Das sollten wir hinkriegen Das ist der erste Tag Offensichtlich Und das eben War nur der Prolog Käpt'n Ja Chef Ich bin jetzt fertig Mit der Aktivierung Des Schiffs Alle Systeme Sind betriebsbereit Super Danke Was bringt das hier nochmal Ah Das ist die Käpt'n Ja Chef Ich habe gerade Mein internes Lock geprüft Und es scheint Als hättest du Den neuen Kampf Simulator Noch nicht ausprobiert Nein das habe ich nicht Ich bin ja kein Wissenschaftler Ich bin Wissenschaftler Kein Kampfpilot Ich möchte dich nur An unsere derzeitige Situation erinnern Wir befinden uns In den äußeren Regionen Es gibt hier eine Menge Gefährlicher Gruppen Die uns ohne zu zögern Angreifen würden Der Kampf Simulator Mag zwar als Vorbereitung Auf einen Krieg Eingebaut worden sein Aber er taugt Ebenso gut Als Vorsichtsmaßnahme Für jegliche Feindliche Umgebung Büdelüt Ich könnte dir Eine kürze Einführung geben Wenn du willst Ja komm mach mal Ja komm mach mal Scheiße Ich habe da alles Schon mal gelernt Aber gut Wenn du unbedingt willst Dann mache ich die Scheiße Dann nochmal Ja ja Kampftraining Kein Problem Okay Okay das ist jetzt wohl Das Der Kampf Simulator Dies ist der Kampf Simulator Hier kannst du neue Ausrüstung Und Taktiken erproben Ohne dass dies Irgendeinen Einfluss Auf die Realität hat Tydelüt Ich weiß Dass alles täuschend Echt aussieht Aber es ist alles simuliert Nur Pixel Und Code Greifen wir doch mal Das simulierte Feindliche Schiff an Okay Die Kopernikus Wurde als Wissenschaftsschiff Für die Sammlung Von Informationen Okay Der Kopernikus Werde ich jetzt Aber mal so richtig geben Äh Ich weiß nicht welche Von denen Ich nehme mal die Laserschuss V1 Äh Wo ist denn die Steht gar nicht ne Ich dachte da steht Auf die Reichweite Und jetzt beenden wir Einfach unsere Runde Okay So gehen also die Kämpfe Ja ich mag's Huch Wir haben vergessen Uns gegen feindliche Angriffe zu verteidigen Ich habe ein wenig Schaden erlitten Du siehst ihn direkt Hier unter mir Ja sogar einiges Der Schaden hat außerdem Meinen internen Stress erhöht Den du hier Auf der unteren Leiste Siehst Da 24% Belastung Wenn meine Gesundheit Auf 0 sinkt Oder mein Stress Auf 100 steigt Hält mich nichts mehr zusammen Also Verteidigen wir uns doch Das nächste Mal Mein Energieschild Sollte uns Verleserfeuer schützen Düdelüt Aber ich habe ja Eigentlich kein Na gut Mach ich trotzdem mal Gegen blaue Schüsse Verflixt Wir haben wohl Nicht genug Energie Um die Schilde zu aktivieren Du hast jetzt die Möglichkeit Den Absorptionsgrad Des Schildes zu verringern Und so seinen Energieverbrauch Zu senken Aber lasst uns Stattdessen etwas anderes machen Verlasse zunächst Den Schildeinrichtungsbildschirm Du kannst auf der Energieanzeige sehen Dass wir nicht genug Energie Für die Schilde hatten Dieser Balken Zeigt uns unsere aktuelle Energiemenge an Diese Zahl Sagt uns Wie viel Energie Wir in dieser Runde Noch verbrauchen können Diese sind im Moment Nicht gleich Weil deine Laseraktion Aus der letzten Runde Noch aktiv ist Du lüt Du hast jetzt Ein paar Möglichkeiten Du könntest die Angriffsaktion Entfernen Und so Mehr verfügbare Energie Bekommen Oder du könntest Eine von Jeffs Besonderen Fähigkeiten Nutzen Lass uns Das letztere tun Okay Klick mal auf Jeff Jeff hat eine Fähigkeit Namens Mehr Energie Das Symbol In der oberen Linken Ecke Zeigt an Dass wir nur Eine begrenzte Anzahl von Einsätzen Verwenden können Aber darum Musst du dir Jetzt keine Sorgen Machen Der Simulator Verbraucht nie Echte Ressourcen Von dir Klicke auf die Karte Mit dem Namen Mehr Energie Gut gemacht Captain Na ich hatte Eine Karte Zur Auswahl Wir haben jetzt Mehr Energie Zur Auswahl Es sollte ausreichen Um gleichzeitig Anzugreifen Und zu verteidigen Ich werde dich Jetzt verlassen Damit du ein bisschen Alleine kämpfen kannst Düdelüt Denke daran Dass der Kampf Simulator Auch dazu genutzt Werden kann Neue Ausrüstung Und Strategien Auf sichere Weise Auszuprobieren Du kannst jederzeit Vom Hauptbildschirm Des Computers Aus gestartet werden Das kann Viel Glück Düdelüt So jetzt kann ich endlich Mal was machen Hier könnte ich jetzt Okay Könnte ich gucken Hier ist die Aktionsliste Ballern 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 Nix machen Ballern Ballern Nix machen Okay Kann ich das hier ändern Kann ich Aber so nicht Gerade So glaube ich nicht Das hier Kann ich nicht machen Oder Kann ich es machen Schadensaufnahme Kosten Energie Ja jetzt habe ich noch 5 Belastung 24 Ist schon mal nicht schlecht Glaube ich Und wenn ich jetzt hier den noch rein haue Kosten 15 Energie Aktiviert in Phase 4 Okay Da So weit sind wir noch nicht Dann warten wir erst nochmal Okay fertig Moment habe ich jetzt dem Ding Ich habe dem Ding Sein Schild angemacht Willst du mich verarschen Warum mache ich dem Sein Schild an Das ist ja eine Frechheit Ist das mein Schild Regenerationsboost Ja das brauchen wir Generator plus 5 Rest des Kampfes 20 Belastungsgrad 2 Energiekapseln Ich habe keine Okay Ärgerlich Was kannst du Batterie max Maximal Energie Rest des Kampfes Belastungsgrad erhöht Kann man machen Mache ich mal Bisschen überladen Belastung wird höher Aber er hat ja auch mehr Energie So Jetzt habe ich hier richtig Fett Energie Jetzt wird mal Jetzt wird mal richtig geballert Immer noch nicht genug Wenn ich den rausnehme Und stattdessen den roten reinmache Das geht Okay Kann ich reparieren Oder so Das Schiff ist betäubt Es kann eine ganze Runde lang Weder angreifen Noch verteidigen Man da habe ich schon Direkt abbekommen Na gut wir gucken mal Aber warum das hier Beim Gegner Ein Schild auslöst Das hätte ich jetzt einfach nicht gedacht Klar ist es auf seiner Seite Aber ich habe ja kein Schild Offensichtlich Moment ich bin rechts Und Gegner ist links Ist das euer Ernst Ich bin hier Ich bin hier Und der Gegner ist da Das ändert ja alles Okay ist trotzdem komisch Dass ich dann hier die Waffen Aber es sind die Angriffe Dann passt es vielleicht Okay Gut Das hat gut funktioniert Dann gebe ich mir doch mal ein Schild Habe ich nicht mehr Okay habe ich den blauen vielleicht Auch nicht Stufe weniger Einer Stufe 1 blau Okay fertig Ich habe echt nicht gewusst Dass ich rechts bin Nice Bisschen gebrutzelt 12 nur noch Überladen Geht nicht mehr lange gut Das schon okay So kann ich noch Was kann ich denn noch machen Ich kann nicht fertig klicken Ich muss wahrscheinlich hier Versuchst mehr Negrients verbrauchen Also momentan hast du wahrscheinlich Zu viel Ausrüstung aktiviert Ja okay Dann nehme ich das Schild halt wieder runter Schade Okay es geht immer noch nicht Ups Entschuldigung Jetzt muss ich mir merken Ich mache mal alle Befehle löschen Genau Und dann greife ich mit dem Oh ich habe gar nichts mehr Na gut dann muss ich mir halt wenigstens Schild auch nicht Doch Schild auf Stufe 1 So Hat ein bisschen getroffen Aber auch nicht so schlimm Ja jetzt bin ich bereit Ein bisschen zu ballern Dafür habe ich natürlich nicht genug Energie Dann muss ich das wieder entfernen Dafür brauche ich Ach gar nichts Schüsse Schaden Kosten 20 Energie 15 Kann ich mir irgendwas noch Ah das kommt jetzt erst Glaube ich Als nächstes Gucken wir mal Das war jetzt Wir machen nochmal eine neue Simulation Wir machen es nochmal richtig Jetzt weiß ich ja auch Auf welcher Seite ich bin Ähm Komm einmal alles Oh danke Killari Was Nee das wollte ich so aber nicht Das wollte ich so nicht Ich will doch nur einen Okay Äh Okay Laser ist wichtig Und Raketen Komm Das muss reichen Das Ding nimmt 30 Schaden auf Und das nimmt 20 Plasma Waffen Habe ich aber keine Also kriege ich keine Laser Waffen Ist gut Machen wir mal Stufe 1 Das muss reichen Bereiten wir vor Und euch greifen wir an Mit den blauen Und jetzt habe ich noch den roten Na gut okay Muss reichen Genau bei 0 Gucken wir mal Das war gar nicht so schlecht Aber es hat dem fast gar nichts abgezogen Aber den oberen schon Jetzt bin ich wieder überladen Oh Jetzt habe ich nur noch plus 10 Da würde ich fast sagen Da mache ich mal Einfach nur ein Schild Und warte mal ab Vielleicht mache ich noch Eine Überlagerung Ist halt schwierig Wenn ich auf 100 komme Ist mein Schiff natürlich weg Energie Äh Durchschiffssystem Was hier Belastungsgrad Ich habe auch keine Energiekapseln Ja aber das kann man Ruhig schon mal machen Und dann nehme ich hier Nochmal den Laser Oh ne Haben wir nicht genug Nehmen wir das Ding Was auch nicht Moment Damit nehmen wir den großen Heißen Plasma Damit der eine schon mal tot ist Oh shit Auch Raketen Oh ich hätte mal besser Ja man Fräs dich durch Halt die Fräse Nur noch 6,37 Schwierig Ich hätte mich ein bisschen mehr schützen sollen Wenn die jetzt auch noch Raketen benutzen Wird es echt schwierig Okay Einmal noch Und dann nehmen wir mal den Und nehmen wir mal den Ach ne haben wir ja nicht Ne okay Dann nehme ich mir ein kleines Schild Gebe ich mir noch Danke Gnadelwart Und Shailieha Das Ding ist gleich durch Das Ding ist gleich sowas von durch Shit Fast gar nichts mehr Ne 10 Das reicht wirklich Gerade so Wenn ich jetzt hier nochmal So ein Energie Denk hole Reicht es gerade mal so Für einen blauen Schuss Aber das ist gut Das ist gut Ja man Zerstörung Komplette Zerstörung Wird eingeleitet Oh man Jetzt bräuchte ich eigentlich ein bisschen Energie Das ist schon ganz schön schwer Vielleicht alles auf ihn jetzt Schießt ein Strahl Heißes Plasma Schaden 3 Sekunden Kurz mal gucken 3 pro Sekunde Was macht denn das Ding pro Sekunde 5 pro Runde Ist schon geiler Ist eigentlich schon besser Der Plasmastrahl Ich könnte jetzt auch noch Riskieren Hier nochmal die Belastung Hochzudrehen Aber ich glaube Es ist besser Wenn ich so mache Aber der hat keine Plasmawaffen Ne Das bringt nichts Ich muss Mich weiter Mit dem blauen schützen Jetzt bin ich mal gespannt Ob die Ob die Missiles Die er hier schießt Ob die Mich treffen Die stehen hier erstmal nur rum Okay einmal noch Ey was würde ich machen Ohne den Roboter Kann ich den auch Zweimal hintereinander benutzen Geil Okay Immer noch nicht 20 Energie Ach später erst Okay Naja dann muss man ja so Vielleicht könnte man hier noch Einen hoch gehen Scheiße Dumme Rakete Plasma Hat auch nichts gebracht Ne es war mein Plasma Okay Och Scheiße ich muss irgendwas machen Äh Ah da kann man noch mehr Ja so weit bin ich lange noch nicht Könnte jetzt ja auch mal Belastungsgrad erhöhen Ne ich trau mich nicht Da hab ich ja auch keine Kapseln Ich hab nur das hier Das ist irgendwie alles Und damit hilft mir auch nur das Überladen Ne Vielleicht sollte ich Vielleicht sollte ich Das entfernen Und das mit blau nochmal versuchen Schon wieder nicht 20 Energie Komm einmal noch Ich hab noch zwei Komm dann machen wir Ja machen wir das nochmal Bitte keine Raketen Oh lebt noch Jetzt ist er dran ne Okay Das war gar nicht so schlecht Jetzt kann ich nämlich Mit der letzten Karte Kann ich hier nochmal Ach hab ich immer noch nicht genug Aber wenn ich mein Schild wegnehme Hab ich genug Um zu ballern Ja Oh komm ey 10 Das ist ein Struggle hier Ich weiß ja nicht mal Ob das was bringt 60 gegen 10 Sieht ja eigentlich ganz gut aus ne Und ich würde nochmal 10 kriegen Komm machen wir einfach ein Schild Und hoffen auf das Beste Stufe 3 Schild Möchte ich hinzufügen Keine Raketen Nein Der macht irgendwas Schlimmes Guck dir das mal an hier Das sieht so aus Als hätte er hier so die Die Spraycan Die Sprühdose Und hier das Feuerzeug Als ob er nur darauf wartet Mir das Ding in die Fresse zu Schießen Fuck 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 Okay alle Alle Befehle Oh man Ich weiß überhaupt nicht gerade Was ich jetzt noch machen soll Ich brauche einfach nur genug Energie Für diese Scheiße hier Ob ich eine Runde aushalte Komm wir machen eine Runde 20 weg Okay jetzt habe ich noch 40 Jawohl Jetzt bist du dran mein Freund Also 3 pro Sekunde 1 2 3 4 Also 4 Schüsse Komm das muss doch möglich sein Komm du hast nur noch einen Du Elender Gemeindefährlicher Wahnsinniger Ich denke mal das ist Plasma Oder so Aber ich komme eh nicht hin Shit 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 Wenn ich das entferne Kann ich aber hier immerhin Tja Rot oder blau Da das hier vorne so rot ist Denke ich irgendwie Es wäre Plasma Komm einmal machen wir es Machen wir einmal Plasma Auf Stufe 2 Vielleicht bringt es Vielleicht bringt es was Nein Rakete 18 Jetzt muss aber wirklich mal geballert werden Mein Freund Ups Ups Okay Leute es geht nicht anders Ich muss es jetzt so machen Ich muss es jetzt so machen Jetzt gehe ich den Risiko ein Extremes Risiko War es immer noch nicht genug Energie Ach im nächsten Habe ich den Moment Habe ich wirklich Dann nehme ich halt das Einmal noch ein kleines Fitzelchen Zitronen von Schale Ja das war sehr sehr schön Hat funktioniert Gegen 2 sogar Okay was ist denn nochmal die Aufgabe eigentlich Was ist denn jetzt die nächste Aufgabe Brennstoffzelle Ja klar Haben wir mitgekriegt Zwei Jahre ein Tag Ähm Können wir mit den Leuten reden wahrscheinlich Schiff Ja Captain Wie viele Tage brauchen wir nicht Sehen wir ja Wie lange dauert das Bis der Sonnenblas dann Schussweite der Sonne ist Wie lange wird es dauern Die Erde von unserer aktuellen Position aus zu erreichen Wie lange wird es dauern Die Erde von unserer aktuellen Position aus zu erreichen Mit den aktuellen Maschinenkonfigurationen Und wenn wir alle unerwünschten Stops außer Acht lassen Brauchst du bei maximaler Geschwindigkeit 469 Tage Um die Erde zu erreichen Das ist immerhin unter 2 Jahren Die ja Ihr erinnert euch ja Wir haben noch 2 Jahre Zeit Bis die Sonne zerstört wird Noch eine Sache Ähm Wie lange dauert es bis der Sonnenblaster in Schussweite der Sonne ist Mit der aktuellen Geschwindigkeit und Flugbahn braucht der Sonnenblaster 731 Tage Um unser Sonnensystem zu erreichen Okay das haben wir jetzt dann halt auch geklärt Jetzt nochmal die letzte Folge Wie viele Tage sind seit der gescheiterten Transportmission vergangen Wir sind vor 0 Tag In den äußeren Regionen angekommen Dafür haben wir eigentlich schon viel gemacht So was gibt es noch Jeff Jeff Ja Captain Wie spricht er nochmal Warte mal Ja Captain Achso Schon gut Und das Shuttle Das spricht aber genauso oder Was Irgendwelche Vorschläge Was nun zu tun ist Was nun zu tun ist Äh womit Na mit unserem Ziel Zurück nach Hause zu kommen Und den Sonnenblaster aufzuhalten Ähm Wenn du keine Landekoordinaten eingibst Oder mir nicht die Kontrolle über das Schiff überträgst Dann hab ich nichts hinzuzufügen Ähm Ähm Okay Gut zu wissen Kumpel Oh äh Und Captain Ja Shuttle Bitte störe mich nicht mehr Mit deinen ganzen Privatangelegenheiten Ne Offensichtlich hat Shuttle keinen Bock auf uns Was macht dieser Schalter wohl Der Feueralarm Okay Damit kann ich Alarme ausschalten Das Problem ist Ich will die Aufzüge nicht reinigen Weil es Quatsch ist Und dann wäre der Aufzug Blockiert Das will ich nicht Ah Schaut euch an Ein komplett neuer Bereich Oh äh Ganz vergessen Ich habe diesen Raum in eine Lagereinheit umgewandelt Ähm Ich hab Keine Ahnung Wie der Code lautet Ja Eins Zwei Drei Vier Vielleicht Nein Das ist ärgerlich Ich äh Sollte jetzt nicht reingehen In dieser Raum ist Keine Besatzung zugewiesen Hier ist noch ne Klappe Sehr gut Da wissen wir ja mittlerweile können wir immer durch Weil ich würde gerne wissen von wem das hier ist Ob das mein Raum ist Wahrscheinlich schon ne Ist grün Sehr schöne Jazzklänge zu denen wir hier Durch die Luftschächte kriechen Hier ist die Luftschleuse Okay Sehr interessant Die wollen wir natürlich nicht Machen Luftschleuse nicht verriegeln Wenn sich Personen darin befinden Ist aber gut zu wissen Sollte ruhig mal lieber verschlossen sein Oder Sowas lässt man nicht auf Ne Da würde ich gerne hin Ähm Captain Was machst du hier? Du hast noch keine Landekoordinaten eingestellt Auch egal Achso wahrscheinlich kommt man damit dann Muss ich gleich nochmal kurz nochmal angucken Ach die Tür zum Landingportvehikel Also Shuttle Wenn ich nur wüsste was genau von mir eigentlich erwartet wird Jetzt Der Zahlencode auf dem Zettel Ihr habt recht Ich hab ja einen Zettel gefunden Ihr seid mir aber auch ein paar Smade Ey was ist denn mit dem ganzen anderen Kram? Ich hab doch so viel anderen Kram gerade in mich hineingesteckt Reingesteckt Na gut Die Zahl 5 Ein Stück abgerissenes Papier Auf dem die Zahl 5 geschrieben wurde Jetzt wo Strom da ist Kann man ja nochmal ausprobieren Ob man auch die Sachen Ausprobieren kann Hier die rumstehen Äh nee Aber nicht wirklich Bio 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 Verbindung Ja wahrscheinlich Genau Das haben wir eben schon mal gelesen Wahrscheinlich kann ich irgendwann meine Roboter übernehmen Oder so Der Schrank mit der Vintage Sammelausgabe von Schwebeball 3000 Ich liebe dieses Spiel Und ich liebe es Dass Spacefleet Command mir erlaubt hat Es zu installieren Die Einfachheit des Designs wird nie alt Kann ich das spielen? Wahrscheinlich schon Bitte Patrone einlegen Ach muss ich dann ein Spiel erst einlegen oder was? Hab ich natürlich noch nicht So den Schutzschalter Warum sollte ich den benutzen? Außer ich muss das Stromnetz unterbrechen Vielleicht wenn es irgendwo brennt oder so So jetzt müssen wir mal gucken Ich werde natürlich gleich irgendwo hinfliegen Wir werden ja gleich weitermachen Aber ich will mich ja erstmal auch bekannt machen Mit meinem Raumschiff Vielleicht kann ich auch mit Jeff noch ein bisschen reden Aber der hat auch nicht viel zu sagen Hi Captain Hey Kumpel Was machst du da? Nichts Ich meine Sollte ich etwas machen? Nein Nimmst du dir eigentlich jemals auch Zeit für dich selbst? Ich reinige meine Schaltkreise manchmal nachts Sie müssen nicht wirklich gereinigt werden Ich mach das nur Um mich in Form zu fühlen Du machst das also zum Spaß? Spaß? Ich denke das ist Zeit Dass ich für mich selbst nutze Ich bin mir unsicher Was den Spaßteil angeht Ich auch Also bisher Konnte er mir noch nicht wirklich viel helfen Aber ich traue Jeff auch nicht zu 100% Jeff könnte auch korrupt sein Okay Wir gehen einmal durchs Labor Da waren wir auch schon Hier war eben noch Genau Hier sind die ganzen Reagenzgestelle Und so den ganzen Kram Den ich schon mal genommen hab Vielleicht sollte ich das einfach Da lassen Aber ich fühle mich wohler Wenn ich es eingesteckt hab Einmal noch kurz gucken Was hier mit dem Lebensmittelspender genau ist Das ist ein brandneues Modell Das ich bei der letzten Wartung habe installieren lassen Damit sollte sich so ziemlich jede Mahlzeit Im bekannten Universum herstellen lassen Damit sollten sich alle grundlegende Medikamente herstellen lassen Freunde lassen sich nicht damit herstellen Lebensmittelspender Ja Kapitän Gib mir was ich brauche Natürlich Ich muss nur deinen Körper scannen Moment Scannen Bestellung wird produziert Geil Das ist nicht das was ich bestellt habe Es ist irgendeine grüne Grütze im Glas Nein aber es ist genau das was dein Körper im Moment braucht Das muss ja wohl ein Scherz sein Ich weiß nur was der Scannen mir gesagt hat Und deinem Körper fehlen Proteine, Vitamine und Mineralien Mit deiner Bestellung als aktuelle allgemeine Richtlinie für Geschmack und Struktur Ist dies das einzige was ich im Moment für dich habe Laut meiner Programmierung sollte ich dich jetzt davon überzeugt haben Dass es das ist was du willst Nein das hast du eigentlich nicht Ich werde es trotzdem nehmen Und ich werde es auch konsumieren Verwenden Ist ein sehr trauriger Ersatz für eine richtige Mahlzeit Es ist eine schlecht schmeckende Mischung aus dem Was dein Körper im Moment braucht Ich trinke besser ein paar dieser Nährstoffe Damit ich beim nächsten Mal vielleicht Eine anständige Mahlzeit bekomme Puhi Dieses Eiweißzeug hat sich nicht wirklich verbessert Wenn überhaupt ist es öliger geworden Er muss am Öl liegen Okay ich könnte jetzt weiter nach unten Aber hier ist ja wirklich auch nichts was wir Noch sehen müssen Moment doch eine Sache war noch Genau Ich bin ja Wenn mich nicht alles täuscht Moment Ich bin ja letztes Mal Noch in diesen Anderen Gang Gegangen Da War das die Tür Ja die andere Seite nämlich Genau da wollte ich auf jeden Fall nochmal gucken Ne diesmal machen wir nicht die Hedge auf Nein 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 Du sollst wieder hoch Wie der ne das ist so ein Kletterfreudiger der will direkt In die Zwischenräume Trautes Heim Glück allein Sieht eigentlich ziemlich bequem aus Sarah hat bei ihrem letzten Besuch dafür gesorgt Dass es sich mehr nach einem Zuhause anfühlt Wahrscheinlich was hat sie gemacht Um Ne Ach hier wahrscheinlich hat sie da Die Kinderzeichnung Ach das ist hier Seine Tochter Natürlich Ne Das ist doch Was soll das sein Das ist doch kein Schwein Ein Spinatschwein Vielleicht Das ist Jacko Das Die Was ist das Süßkartoffel Das ist Jacko Die bebrillte Süßkartoffel Schrägstrich Musiker Frau 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 und Kinder Das gucke ich mir gerne an Dieses Foto wurde von mir Beim Sommerhaus aufgenommen Sarah sieht hier wirklich gut aus Ich sollte wirklich mehr Bilder hier reinhängen Man kann kaum was erkennen Aber mir soll es reichen Hauptsache er ist glücklich Sarah muss diese Pflanze hier hingestellt haben Ich hoffe das ist eine dieser Pflanzen Die wenig Aufmerksamkeit brauchen Ich muss zugeben dass es mir schwer fällt Diese Dinge am Leben zu halten Ja Das kenne ich auch gut Stereoanlage Und Bett Kann ich die Musik machen? Da kriege ich direkt Mass Effect Vibes Und habe Bock Alle Aliens Weg zu hauen In meinem King Size Bett Alles was geht Alles was geht Das war sehr schön Gut geschlafen habe ich Ne Moment Ich gehe mal kurz aufs Klo Und mache kurz mal Werbung für euch Aber wir sehen uns gleich wieder Kurz drei Minuten Dann geht es weiter Und dann spielen wir noch mehr Captain Ich hoffe es gefällt euch Es ist auf jeden Fall ein Ein originelles Spiel Was ich so auch nicht erwartet habe Ich dachte es wäre eine Art Star Trek Simulation Wo man durchs All fliegt Und ständig irgendwelche Aliens begegnet Und strategisch planen muss Ob man gegen die kämpft oder nicht Das ist aber auch interessant Das ist aber ein bisschen was anderes So Wir machen ganz kurz mal Eine Werbepause Und dann geht es weiter Mit The Captain Okay gleich Oh Leute ey Es riecht hier immer noch Richtig lecker nach Obst und Gemüse Wundervollen Drink Den ich mir angerührt habe Ah er ist wirklich lecker Es ist wirklich Er ist wirklich lecker Er ist lecker lecker Okay wir machen weiter Ich stehe wieder auf Und bewege mich hinaus Und versuche jetzt mal Die Mission zu machen Indem ich mich ins Cockpit begebe Hier ist ja wahrscheinlich nur nix Das ist aber interessant Heißt das wahrscheinlich Dass ich hier noch Leute treffe Die ich dann hier in diese Räume Verfrachte Danke Doll Dovelfin Dovelfin Okay Für alle die jetzt seit einer Weile erst da sind Vielleicht neu dazugekommen sind Sich fragen Was genau ist das hier Das Spiel heißt The Captain Und die Aufgabe ist es die Welt zu retten Indem ich drei Raum Äh drei Energiekapseln Finde Die Der Welt helfen können Gegen eine außerirdische Invasion Mein Problem jetzt ist Dass ich Ne Moment Sternenkarte Dass ich nur nicht weiß wo ich hin soll Hier wollen wir hin Und da ist ein Notruf Kurs gesetzt auf Wüstenplanet Voraussichtliche Ankunft Zehn Tage Okay Das gefällt mir Und man darf ja nicht vergessen Wir haben im Moment ein Limit von 730 Tagen Bis es zu spät ist Also knapp zwei Jahre Captain Ja Wir haben den Planeten erreicht Von dem das Notsignal ausging Notsignal Notsignal Habe ich schon wieder vergessen Vor ein paar Tagen Habe ich über ein Notrufsignal berichtet Das meine Sensoren erfasst haben Ähm Ja stimmt Tut mir leid Jetzt erinnere ich mich auch Das war das Mit dem Notsignal Ich habe die richtige Landeplätze Für die Signalübertragung Und die Brennstoffzelle gefunden Bei dieser Brennstoffzelle geht es darum Ähm Dass man Also mindestens eine davon Zur Arbeit Zur Arbeit Zur Erde bringen muss Okay danke Brennstoffzellenzahntert Oder Ursprung des Signals Ah schon die große Frage Geht man Dem Hilfesignal hinterher Ist man also wirklich in erster Linie Ein Sternenflottenoffizier Der sich natürlich An die oberste Direktive In diesem Fall hält Nämlich das Notrufsignal Nachgegangen werden muss Oder Eigentlich ist ja das wichtigere Ziel Die Brennstoffzelle Zu bekommen Aber wenn ich jemandem helfe Habe ich vielleicht auch Irgendwas was mir später hilft Beim Kämpfen Okay Schiff Bereite das Channel Für die Landung vor Ich gehe runter Um das Signal Zu überprüfen Aye aye Captain Danke Dolphin Hatte diesen Prime Sub Gerade bei mir Auf dem Klo gefunden Und dachte Dass er bei dir gut aufgehoben wäre Jawoll Mann Dünne Abos Dicke Abos Brockige Abos Alle bei mir Alle bei mir Oh schade Schon wieder vorbei Eine sehr schöne Landsequenz Gefällt mir voll gut Das ist gut Monsplaining Das ist gut Das muss ich mir merken Monsplaining Ist das wieder dieses Monsplaining Tut mir leid Wenn ich jetzt hier ein bisschen Monsplaine Aber ich zeige euch natürlich gerne Wie das Spiel funktioniert Landung abgeschlossen Eine weitere Unter P Wie perfekt Wirklich Das hörte sich eher an Als wäre da irgendwas kaputt gegangen Ich sehe da auch Funken Nö Ohne Probleme Reibungslose Fahrt Bis zum Ende Ich weiß nicht Shuttle Ich bin mir ziemlich sicher Dass ich einen lauten Knall gehört hab Ein Knall Ha Nicht von mir Nein Den Knall haben wohl sie Captain Ist das der Energiewandler Am Boden Was Wo Oh Oh das Du kannst so weit sehen Alter Natürlich kann ich so weit sehen Es ist genau da Vor mir auf dem Boden Digger Oh äh Klasse Das hab ich nicht gewusst In diesem Fall Nehme ich das zurück Alter Oh komm schon Shuttle ey Warum lügst du mich ständig an Was soll denn die Scheiße Ich versuche nur Dir relevante Informationen zu geben Die du tatsächlich nutzen kannst Ich bin mir ziemlich sicher Dass diese relevanten Informationen sind Die ich tatsächlich nutzen kann Ich tue hier mein Bestes Schreien sie mich bitte nicht an Der Energiewandler Äh Vor dem Fenster War also der Knall Den ich gehört habe Ne Können wir jetzt einmal Tacheles reden hier Jep Okay Toller Bericht Shuttle Ich schätze Wir werden diesen Planeten Nicht verlassen Bis das behoben ist Ja Du hast den Nagel Auf den metaphorischen Kopf Getroffen Ich mach mich besser mal Auf die Suche Jetzt nach einer Lösung Empfängst du immer noch Das Notsignal Ja Es ist allerdings Ziemlich Schwach Also ich komm nicht hoch Das ist ja geil ey Ah das ist die Mission Das ist so toll Ich bin jetzt schon In diesem Star Trek Mindset Dass ich immer Scanne Welche Folge Könnte das sein Und das hier Kenn ich glaube ich auch Das wirkt so wie diese eine Folge Wo jemand sehr sehr lange An einem Ort ist Äh dann muss er ja eigentlich Ein Roboter sein Oder ein Android Oder der Ne irgend so Müssen wir mal gucken Okay Das ist der Energiewandler Für das Shuttle Er braucht mehrere neue Teile Um zu funktionieren Okay Und welche Er ist immer noch glühend heiß Ich warte lieber Ich will mir nicht die Finger verbrennen Die Zugangsluke Für die Shuttlewartung Wurde aufgesprengt Es fehlt ein Energiewandler Okay Es funktioniert nicht Aber so lustig aus dieser Entfernung Wenn er redet Guckt es euch nochmal an Sieht einfach nur aus Wie so ein Halsstumpen Wie so ein Wurm Wie Earthworm Jim Wo einfach noch die Zähne Dann so irgendwie den Mund Bebildern Äh sehr schön Mir gefällt der Grafikstil Total gut Ich finde er ist auch Genau so simpel Wie er sein muss Steckerleiste Es handelt sich um Eine gewöhnliche Altmodische Steckerleiste Für Stromkabel Das ist antiquiert Ohne Ende Kann ich die Leiter runterholen Irgendwie kann ich diese Position Nicht erreichen Es ist eine ausfahrbare Leiter Ja und wenn ich die Steckerleiste benutze Scheinbar kann ich sie nicht benutzen Okay dann vielleicht hier Wandsteckdose An diesem Paneel scheint ein Kabel zu fehlen Ein Kabel fehl am Paneel Kann ich denn Ne okay Also dafür reicht der Strom nicht Also erstmal die Tür Ah Eine Fassung für ein normales Stromkabel Okay ich kann das hier wahrscheinlich Da dran hängen Stromkabel Da dran Und dann geht's Okay Und wenn ich jetzt Das Ding Wieder wegnehme Geht die Tür wieder hoch Okay ich dachte Leiter Ich dachte Das bleibt vielleicht so Na dann gehen wir doch einmal mal hoch Danke Mac G Und die Position der Sonnenkollektoren ist nicht optimal für die maximale Stromerzeugung Dann friemel ich da halt ein bisschen dran rum So jetzt besser Dieses Sonnenpanel sollte jetzt eine Menge Strom erzeugen Die ich dann gewinnbringend auf der Erde verkaufen kann Die Platte bleibt nicht von selbst oben Ich muss etwas finden womit ich es zusammenbinden kann Etwas zum Binden finden Naja zum Glück habe ich immer meine freundliche Suizidpille dabei Neben der Tür befindet sich eine Taste Sie leuchtet grün Das muss bedeuten Dass sie eingeschaltet ist Ne in diesem Fall ist sie nämlich noch gar nicht eingeschaltet Du Blindfisch Machen wir Auf damit Oh Da ist ja jemand Der liegt da drin Im Fleischgefrierschrank Hier habe ich eine Schublade Bevor wir da jemanden öffnen Oder uns die Notiz angucken Schauen wir uns erstmal den ganzen Kram an Klauen wir erstmal alles was geht Ein Chip Servo Kann man das auch angucken Ein unentbehrlicher Teil Für den Energiewandler eines Raumschiffes Okay cool Und hier an der Notiz Danke Mr. G und Vollkolinchen Moment Okay erstmal gucken Wie redet der wohl Hat er so Polypen Mein Name Mein Name ist Glacier Der Gedanke euch wieder zu sehen Hält mich am Leben Wenn mehr als 50 Jahre vergangen sind Mach dir aber bitte nicht die Mühe mich aufzuwecken Du Arschloch Pass 042 042 Ist das Passwort Ich weiß noch nicht wie viele Jahre vergangen sind Aber der ist auf jeden Fall Teil der Crew Sie sieht ein bisschen aus Sie sieht ein bisschen aus wie die Space Fleet Ingenieuruniform Das muss eine alte Version sein Kann ich aber auch nicht nehmen Okay das ist also jemand von der Sternenflotte Den ich jetzt hier aufmachen könnte Er wird natürlich alle seine Familienmitglieder alles längst verloren haben Oh ich hab's natürlich nicht mehr im Kopf Ne da Ah äh Notiz ne Okay 042 42 Die Antwort auf alles Hätte ich mir auch denken können Du hast sieben ungelesene Nachrichten Hallo Mann Lange nicht mehr gesehen Ich habe gehört Du bist Achso das ist ein Mann Äh das ist eine Frau Thor Ne ach mir ist alles egal Hallo Mann Ich hab gehört du bist auf einem Frachtflug nach Omikron T Und erhältst du immer noch das Song Mädchen Lass uns in Kontakt bleiben Thor Meine Liebe Seit ich von dem Angriff auf dein Schiff vor drei Wochen gehört habe Bin ich am Boden zerstört Aber jetzt haben sie mir gesagt Dass das Logbuch aufgezeichnet hat Wie du in einer Kapsel der Zerstörung entkommen bist Das sind so gute Nachrichten Wenn du das hörst Aber nicht antworten kannst Wisse einfach Dass wir kommen Und dich holen werden Äh hi Ich weiß ja nicht ob du das bekommst Aber ich werde es trotzdem versuchen Ich hab von dem Unfall gehört Und dass du irgendwie Verschollen bist oder sowas Ich hab mich gerade freiwillig gemeldet Um bei der Suche nach dir zu helfen Also kann uns jetzt nichts mehr aufhalten Dich zu finden Wir sehen uns bald wieder Ich sehe schon kommen Wie Thor und seine Alte Äh quasi Hier ist von 989 Jahren Wie die zusammen irgendwie Neues Leben beginnen Weil sie ihn nicht gefunden haben Meine Liebe Sie konnten den Standort deiner Kapsel Nicht ausfindig machen Nach wochenlanger Suche Können sie immer noch nicht erklären Wo du bist Ich bin mir sicher Dass du noch da draußen bist Ich kann es spüren Ach gib nicht auf Liebes Gib niemals auf Für John Äh Wie ein ganzes Leben vor Ich muss jetzt weitermachen Ich muss mich auf das konzentrieren Was hier ist Es tut mir leid Es tut mir so leid Auf Wiedersehen Boah das ist Ich mach mich jetzt darüber lustig Mit meinen Stimmen Und so Aber es ist fucking hardcore Das ist 980 Jahre her Du wachst auf Und du kriegst mit Dass alles im Arsch ist Ei 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 Ja also Thor Zum Glück aber Und das freut mich am meisten Hat sich Thor Nicht an unsere Frau rangemacht Obwohl da sieben Jahre dazwischen sind Hat er sich nicht an unsere Melinda rangemacht Das finde ich gut Das ist ein guter Freund Zeit eingefroren 989 Jahre Gefrierschrank Inhalt Unbekannt Möglicherweise Huhn Okay Aber welchen Prozess starten Ich will nicht dass der jetzt irgendwie Zerhackstückelt wird Jetzt könnte ich auch Oh das ist eine ganz krasse Frage Leute Oh ist das krass Ich glaube Ich weiß es nicht Aber ich glaube Ich könnte das System zurücksetzen Um Dem Typen Den ich gleich aufwecke Das Gefühl zu geben Er schafft es noch Er kann es noch Nach Hause schaffen Das wäre vielleicht Eine ganz andere Geschichte Als wenn ich jetzt Ihn aufwecke Und ihm sage Es ist vorbei Dann ist er ja fatalistisch Dann ist er ja nihilistisch Dann ist er ja komplett depressiv Oder Es ist genau andersrum Und auf der einen Seite Nervt er weil er zurück zu seiner Familie will Und auf der anderen Seite Ist er ein gutes Crewmitglied Weil er akzeptiert hat Dass sein früheres Leben vorbei ist Willst du ja niemanden haben Der einen dann irgendwann hängen lässt Weil er irgendwie die eine Chance sieht Zurück zu seiner Familie zu gehen Die seit 989 Jahren tot ist Oder sagen wir mal 982 Jahren Pi mal Daumen Prozess starten Da weiß ich wiederum nicht Was das bedeutet Ich habe Angst Dass wenn ich Prozess starten mache Dass dann Ähm Dass dann irgendwie Aus diesem Fleisch Kleine Scheibchen geschnitten werden Oder so Ich weiß ja nicht was das ist Öffnen wäre wahrscheinlich richtig Was schreibt ihr denn Ähm Starte den Prozess Bevor du öffnest Wenn er rauskommt Einfach alles abstreiten Okay komm wir machen mal Eine kleine Abstimmung Das weiß ich nämlich jetzt wirklich auch nicht Was man da am besten macht Ähm So Ähm Moment Cryo Kammer Kollege Prozess Prozess voll öffnen starten Oder nicht Prozess starten Direkt öffnen Ich weiß noch nicht mal Ob das ein Rätsel ist Äh Oh jetzt habe ich auch 5 Minuten gemacht Aber ist nicht schlimm Ich werde es Äh Nach 1-2 Minuten Wenn ich sehe in welche Richtung es geht Werde ich mich Ähm Darauf Ähm Darauf zurückziehen Und damit rechnen Und ähm Quasi schon ein bisschen früher Ähm Das dann aktivieren Ich habe euch das Problem gerade erklärt System zurücksetzen Prozess starten Oder öffnen Ich weiß nicht genau Ist das Prozess quasi der Auf Also wenn ich jetzt einfach aufmache Stirbt dann vielleicht die Person Wenn ich das System zurücksetze Ist dann die Zeit Wieder bei Null Und was bedeutet es für die Figur darin Prozess starten Nehme ich mal an Ist das Auftauen Wir wissen es alle nicht Hier fragen bei euch von euch Auch schon manche Ähm Prozess starten Ist bestimmt das Auftauen Sagt der eine oder andere Du machst den Gefrierschrank auf Wenn du startest Oder Ja Schwierig Ich kann es gerade nicht sagen Flair Shin schreibt Die Wahrheit ist immer besser Wenn er es dann später herausfindet Wäre er bestimmt sauer auf dich Ja wir gucken gerade mal Also 77% sagen Prozess starten Das nehmen wir einfach mal so mit Ich mache noch eine weitere Abstimmung Und zwar ist die Frage Ob wir die Zeit zurücksetzen wollen Das ist jetzt eine schwierige Frage Weil Wenn wir es machen Dann kann es sein Dass der Aufgeweckte Was ist er Feenrich Ich habe keine Ahnung Aber dass der Kollege Dass der Kamerad Mit einer Lüge lebt Frage ist echt Benutzen wir ihn quasi Für unsere Zwecke Indem wir ihn belügen Oder sind wir ehrlich Und riskieren auch dadurch dann Dass er vielleicht Zu keinem wertvollen Familienmitglied wird Weil er ständig Bei seiner Familie ist Gedanklich Oder Das andere könnte eben auch sein Dass er dann depressiv wird Und Schlechte Arbeit leistet Ihr könnt jetzt wählen System nicht zurücksetzen Führt aktuell noch Was sagt ihr Wir haben noch auch keinen Plan Es gibt drei Wege Jaja wir haben jetzt hier Den anderen Weg auch gemacht Wenn er rauskommt Wenn er es rausbekommt Einfach alles abstreiten Vielleicht geht er ja auch drauf Das stimmt schon Man weiß es nicht Ob er nicht vielleicht Gar nicht bis zum Ende Überleben wird Aber ich habe das Gefühl Als ob All diese Leute Die ich jetzt hier Mir zusammensuche Dass diese Leute auch Wichtig sind Und auch notwendig sind Um die eigentliche Mission Zu erfüllen Deswegen sollte man da Eigentlich nicht mit einer Lüge Aufbauen Bisher 67% sagen System nicht zurücksetzen Sie wollen Dass ihr Also sie wollen Dass hier nicht gelogen wird Das finde ich gut So Da sind wir auch 67% System nicht zurücksetzen Okay Dann machen wir das auch nicht Dann machen wir einfach nur Jetzt Prozess starten Okay Das ist nicht schlimm Weil Es ist geringe Leistung Okay Das heißt aber wahrscheinlich Nur Dass wir jetzt Ups Entschuldigung Das heißt wahrscheinlich Dass wir hier noch Irgendwas anderes machen müssen Jemand hat das Display Achso Ja okay Ihm scheint sehr gut zu gehen Aber wie kriege ich das denn jetzt auf Ich brauche den vollen Strom Ah Ich glaube ich weiß wie Ich habe ja Diese Diesen Chip bekommen Und ich wette den kann ich hier irgendwo benutzen Oder Ich brauche genau Ich brauche die volle Leistung Und wenn das Solarpanel dann da oben ist Muss ich es irgendwie befestigen Energiewandel eines Raumschiffs Also eigentlich ist das Ding für mich Shit Ich kann mich gerade nicht entscheiden Jetzt haben wir alles auf Tür Wir brauchen immer noch volle Leistung Okay Und um hier hoch zu kommen Ich gehe nochmal hoch Ich will das nochmal kurz ausprobieren Nee da ist nichts Ich kann nur hier Ich kann es halt halten Und dann Ich glaube nicht dass das was bringt Ich glaube der Chip ist hier nicht dafür gedacht Nee Aber das ist gut mit dem Mit dem benutzen Dass man das immer gleich sieht Ob man irgendwas benutzen kann Finde ich an sich schön Ah Okay Das kann ich damit Ja Zusammenbinden Also eigentlich brauchen wir Eine Schnur Kann er ihn denn jetzt Vielleicht schon mittlerweile aufheben Nee Immer noch glühend heiß Okay Weiter kann ich auch nicht Da rein kann ich auch nicht Vielleicht kann ich das Aber ich glaube schon richtig Nee ich muss es nicht hier Sondern ich muss es halt hier Aber das wird er eben noch nicht machen Okay Äh macht's gut Tjark 93 Ich hoffe du hattest Spaß Morgen bin ich wieder da Habt einen schönen Abend Jetzt habe ich doch mehr Energie Ja das denke ich auch Aber habe ich nicht oder Habe ich leider nicht Ich habe die Energie nur Wenn ich das Solar Panel oben habe Und ich kann es aber nicht oben behalten Weil ich nichts habe zum Binden Ah Nee Den Strom Das Stromkabel brauche ich ja selbst Für die Turmleiter Ja Okay es tut mir leid Leute Ich muss wohl doch Ah okay ja klar Ich muss wohl doch nochmal mit dem Kollegen hier rumfummeln Moment Kann man hier noch irgendwas nicht Das bringt alles gar nichts Ich brauche einfach mehr Leistung Und dann geht vielleicht auch Der Shit hier auf Äh der Fleischgefrierschrank Verdammt Das macht mir ein bisschen Angst Weil ich will den nicht Ich will den nicht umbringen In ganzer Weise Aber ich weiß auch nicht Was man hier noch groß machen kann Ich habe ja nicht viele Orte Ich habe das hier Ja Scheiße Einfach öffnen ist vielleicht scheiße Geringe Leistung Ja Das weiß er nämlich auch nicht mehr Ah Hier kann man alle Dinger immer anklicken Äh alle sehen Alle Items Ähm Ja das hilft mir hier aber auch nicht Schublade noch einmal gucken Nichts drin Okay Okay Leute Es kann sein Oh kann ich die vielleicht nehmen Ne Ich kann die nur angucken Ich kann also nichts Verbinden mit diesen Mit der Kleidung Ich Hab Ich könnte vielleicht das da Was da ist benutzen Oh Mann Ich trau mich einfach nicht Ob ich Aufmachen kann Kann ich hier speichern Ich kann nur laden Ne Scheiße Ich Ich Ach Okay ich gehe einmal noch kurz raus Nur um zu gucken Ob da noch auf der rechten Seite irgendwas ist Weil wenn hier nichts ist Wenn ich hier auch nicht weiter kann Ne Und hier Stromkabel Ich hab was Ich wollte gerade sagen Ich brauche was zum Binden Ja geil Okay jetzt Jetzt ist es einfach Jetzt haben wir es Oh Mann Und ich war schon kurz davor Die arme Sau Äh einfach so Einfach so vor die Hunde gehen zu lassen Und das zu riskieren So Ich glaube nicht dass das Klappt Jetzt sehe ich gerade nämlich Dass man wahrscheinlich beide Stromkabel am Ende braucht Aber ich würde eigentlich gerne das Panel damit festbinden Mit dem Kabel Ja es geht Geil Okay Da Niedrige Leistung ist durch Ne so Geil Oh Mann Das war gut Jetzt haben wir doch Strom Jetzt kann ich das vielleicht auch endlich machen Initiere Fleischzubereitung Haken Nein 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 Ob man mich dafür belangen kann? Alter, das ist eine große Fritur für Fleisch, darin befindet sich ein kleines Paket, unbekannt, um was es sich da genau handelt. Alter, das ist ja super scheiße, öffnen wäre es doch gewesen, das konnte doch keiner wissen. Aber er wollte ja eh nicht geweckt werden, so viel kann man immerhin sagen. Oh, wie ärgerlich, ich dachte Prozent, ne, ihr wisst schon, ich wollte ihn eigentlich retten, stattdessen habe ich ihn verhackstückelt. Ich hätte System zurücksetzen, machen müssen und öffnen vielleicht. Oh, wie hinterhält ich, dieses Spiel ist ja jetzt schon total gemein. Total gemein, Leute. Das ist nicht cool, jetzt haben wir immerhin, immerhin haben wir ein bisschen Fleisch. Ja. Fuck. Naja, Proteine sind immer gut. Ach, scheiße. Naja, ich werde es halt niemandem erzählen, ne. Wir werden es einfach niemandem erzählen. Hä, was, was fehlt denen jetzt noch? Fleischpaket, Energiewandler mit Chip und Flux, was soll denn noch, was wollt ihr denn noch? Energiewandler, ein Stromkabel fehlt, okay, ja klar, ist ja logisch. Ach, ist das alles traurig. Ich bin, fühle mich so richtig, ich bin so richtig traurig jetzt. Da kann man jetzt auch das Kabel nehmen, jetzt kommt hier gar keiner mehr irgendwo hin, jetzt ist ja alles egal. Ah, Mann ey, ich hadere immer noch damit. Jetzt tun wir einfach so, als hätten wir nix, nix bemerkt. Das ist ganz schlimm. Der eintausendjährige Mann. Da habe ich eine Karte allein bekommen. Man hätte auch mit ihm zusammen flüchten können, aber dafür habe ich ein Fleischpaket. Unbekannten Ursprunges. Also ich finde alleine, dass das möglich ist und so unklar, finde ich schon super. Ja, so würde ich jetzt auch da hochgehen. Hoffentlich will keiner mit mir reden. Ohne, ich wollte ins Hauptdeck. Hoffentlich spricht mich mein Roboter nicht darauf an. So, eigentlich wollten wir doch hier zu den Brennstoffstellen Standort. Simon, hast du vor, mit Nils nochmal No Man's Sky zu zocken? Nee, ich glaube, damit sind wir durch. Ich glaube, da haben wir so alles, was wir machen wollten, gemacht. Landen auf dem Planeten. Landen, düsen, spritzen ganz nach unten. Da fahre die Kufen aus, gelandet. Geil. Lief gut. Jetzt mal ist auch nichts kaputt. Landung abgeschlossen. Und auch eine Brennstoffzelle entdeckt. Und du hast die Brennstoffzelle schon gefunden? Tu nicht so überrascht, Käpt'n. Du solltest inzwischen wissen, dass ich auf einer anderen Ebene arbeite. Und wo ist sie jetzt? Gleich da drüben im Sand. Okay. Es sieht sehr steil und rutschig aus. Den komme ich doch nie wieder hoch. Das ist doch jetzt schon klar, dass ich den nie wieder hochkomme. Nun, ich glaube, ich kann hier runtergehen. Ich werde einfach... Keppi, bist du sicher, dass du wieder hochkommst? Ähm... Kein Problem. Lande stattdessen einfach hier unten. Ha! Ja, das möchte ich mal erleben. Wie meinst du das? Jetzt komm mal einfach hier runter. Negativ. Ich stehe da, wo ich lande. Du legst den Landepunkt auf dem Schiff fest und ich stehe innerhalb einer Marge von drei Millimetern um diese Koordinaten. Also... Nö! So ein Arschloch. Pack mal das Fleischpaket in den Essensgenerator. Das werde ich alles mal ausprobieren. Ähm... Das ist halt wirklich ein Spiel, das man immer, immer wieder spielen kann, weil man so viele Möglichkeiten zur Entscheidung hat. Also es ist ja auch ein bisschen Pen-and-Paper-Style schon wieder. Ja, verstanden. Das war ganz einfach. Ich schätze, hier gibt es jetzt nichts mehr zu tun. Ja, außer, dass ich halt nicht mehr hochkomme, ne? Der Boden... Äh... Da der Boden so weich ist, ist es eigentlich seltsam, dass sie sich nicht tiefer gebohrt hat. Moment mal! Auf dem Boden des Kraters ist etwas freigelegt! Ja, dann zeig es mir doch! Was ist das? Es scheint eine Art Metallklappe zu sein. Hast du etwas gefunden, Captain? Ja, ähm... Es sieht so aus. Was ist das? Nicht, dass es mich wirklich interessiert. Dann frag doch einfach nicht, Kumpel. Entschuldige, dass ich mich dafür interessiere, was du tust. Metallluke wird aufgemacht. Okay. Mal sehen, ob sich das öffnet. Das ist so unheimlich. Ich Shuttle! Ich habe die Luke geöffnet. Ich denke darüber nach, herunterzuspringen. Wie auch immer. Schön, dass du bei mir bist, Shuttle. Das Shuttle ist wirklich keine große Hilfe. Okay, los geht's! Uh, was ist das? Ich kann es nicht glauben. Das macht mir eine Gänsehaut. Der Geruch hier drin erinnert an einen alten Dachboden. Nur, dass wir uns nicht im Dach befinden, sondern unter dem Boden. Eine blaue Taste, eine Innschrift und eine rote Taste. Oh Mann, wenn das mal nicht Leben oder Tod bedeutet. In die Steinmauern sind einige fremdartige Innschriften eingemeißelt. Und sie bedeuten mir nichts. Ja, scheiße. Da ist eine Luke und es sind zwei Buttons. Wie gemein. Da lasse ich euch fragen. Ha! Das ist die perfekte... Das perfekte Spiel für permanente Abstimmungen der Community. Rot oder... Was ist der andere? Blau? Was soll das sein? Blau. So. Da kommt die Abstimmung in den Chat. Manche sagen, blau. Immer blau. Aber, ihr dürft nicht vergessen, dass das ja die Entwickler auch wissen. Die Entwickler wollen ja, dass ihr denkt, immer blau. Dann ist es rot. Aber weil sie wissen, dass ihr das wisst, dass die denken, dass sie wissen, dass ihr denkt, könnt ihr nicht rot nehmen. Sondern müsst blau nehmen. Aber das wissen ja, dass ihr denkt, dass sie wissen, dass ihr denkt, dass sie wissen, dass ihr denkt, dass ihr denkt, dass es blau ist. Schwierig. Was sagt ihr? Ihr sagt aktuell, rot führt mit 56%, aber noch ist nicht alles vorbei. Blau kann noch aufholen. Versucht es hier. 43% für blau. 44% für blau. Noch ist alles offen. Jetzt, wo ich es erwähne, kommt blau ein bisschen nach vorne, aber die rote Fraktion setzt sich durch. Jetzt wird es ganz knapp nochmal. Die letzten 10 Sekunden. 48, 49 zu 51%. Und wir haben, was? Ihr habt genau 50%. Wollte mich verarschen? Wollte gerade sagen, in der allerletzten Sekunde hat blau noch gewonnen. Es war wirklich in der allerletzten Sekunde. Es ging wirklich so. Und dann hat es sich noch schnell verschoben. Also, blau. Dann wählen wir blau. Na, ich gucke vorher nochmal an vielleicht. Es ist ein großer blauer Knopf, genau wie der rote auf der gegenüberliegenden Seite. Nichts Besonderes, was soll es halt schon sein, ist ein Knopf. Ich kann wirklich nicht sagen, was sie tun. Okay, wir drücken blau. Das sah gar nicht so schlecht aus bisher, ne? Da scheint gar nicht so viel zu passieren. Haben wir etwas aktiviert? Du fragst dich, was diese Symbole an der Wand wirklich bedeuten? Shit, hätte man rot gedrückt, wäre man vielleicht nach unten gefahren. Also, was war da unten? Ähm, ich bin mir eigentlich, bin mir nicht sicher, es könnte eine Art außerirdische Maschine sein. Ich habe allerdings nicht herausgefunden, wie sie funktioniert. Ha! Warum bin ich nicht überrascht? Ich fühle mich verpflichtet zu berichten, dass das Schiff für ein oder zwei Sekunden ein sehr seltsames Signal empfangen hat. Okay, was für ein Signal? Ein Subraumsignal, aber mit unbekannter Frequenz. Konnte das Schiff einen Schluss daraus ziehen, was es gewesen sein könnte? Nein, aber es könnte bestimmt, es könnte seinen Ursprung genau bestimmen. Und? Es stammt aus dem Loch, aus dem du gerade herausgekommen bist. Kann ich also nochmal runterfahren? Ich kann da nicht mehr runterkommen. Der Aufzug blockiert die Öffnung. Luke, geh auf! Es geht nicht. Ja, okay, also das Rätsel wird uns verschlossen bleiben, denn wir schaffen es nicht hoch. Frage ist aber auch, ah, okay, hier ist ein großer Felsen, da kann man eventuell hochklettern. Ich könnte versuchen, das zur Seite zu schieben. Puh, das war aber schwer. Hast du einen Weg zurück nach oben gefunden? Ja, ich glaube schon. Yippie! Lass den Sarkasmus in zukünftigen Missionen bitte weg. Ich weiß, wo du die Kabel hast. Okay, wir gehen jetzt klettern hoch. Also wir haben irgendwas Wichtiges aktiviert, aber wir haben nicht wirklich rausgekriegt, was uns das jetzt bringt. Deswegen müssen wir unverrichteter Dinge, aber mit der Brennstoffzelle einfach jetzt wieder abhauen. Also man kann wahrscheinlich gar nichts finden, blau oder rot. Okay. Danke, Rima93. Ich bin immer noch sicher, dass blau die richtige Entscheidung war, sagt Velasco. Willkommen zurück, Kapitän. Ich kann erkennen, dass du eine der verlorenen Brennstoffzellen erhalten hast. Glückwunsch! Ich empfehle dir dringend, dir diese Zelle sofort zu sichern. Ich stimme zu. Dieses Ding wird die Space Fleet retten. Ja, okay. Dann ist die ist das ist dieses Quarantäne-Lagermodul online. Prüfen. Keine Probleme erkannt. Es kann losgehen. super. Befestige es einfach am Einführungsarm und ich kümmere mich um den Rest. Gut. Wir haben die erste von drei Brennstoffzellen ohne weitere Probleme und ohne den weiteren Verlust von Menschenleben oder das Verpacken von ehemaligen Kameraden in bequeme mundwarme Fleischstückchen geschafft. Diesmal ohne. So, hier wäre jetzt natürlich eine Tür. Also einer der möglichen Crewmitglieder, aber stattdessen ist er im Kühlschrank. Da fühlt er sich aber auch am wohlsten. Da haben wir ihn ja kennengelernt. Okay. Wir können vom Wüstenplaneten jetzt verschwinden. Oh. Guckt euch das mal an. Das ist also, hier ist die Erde. Okay, da fliegen wir dann langfristig auch hin. Das sind wohl Feinde. Der lumianische Raum. Zentralschrottplatz. Okay, sehr, sehr interessant. Ich bin aber noch hier bei den äußeren Regionen. Also noch kann ich gar nicht viel falsch machen. Natürlich halte ich mich von den feindlichen Zonen fern. Händler Mic mit Preisen, die du dir leisten kannst. Wir haben uns auf Schiffsupgrade-Kits specialisiert. Verkaufen und kaufen aber so ziemlich jede Hardware, die wir in die Finger bekommen. Okay. Was könnte ich gebrauchen? Was habe ich denn? 300 nur. Okay, ich kann also nur wenig kaufen, aber das kann sich schon lohnen. E-Kapsel, Konverter, Energieverstärker, Energieverteiler, Maschine, Upgrade, Batterie-Upgrade. Vielleicht sowas, aber habe ich da. 500 ist natürlich zu viel. Was wäre das? Ein Energieverteiler. Was bringt der denn? Das Umleiten von Energie und das Stressniveau während des Kampfes zu senken. Okay, das sind die möglichen Extraoptionen, die ich dadurch bekomme. Sehr, sehr spannend, aber ist mir alles noch zu konfus. Laser-Schild-Modulator. Ermöglicht deinem Laser-Schild 30% der absoluten Energie in den Energiereserve zu leiten. Das ist interessant. Also das, was ich abfange, kann ich dann als Energie wiederverwerten zum Teil. Sternenfragment. Nur eine populäre Name für die spektakuläre Verbindung aus Überhitzung, Dromium und Wasserstoff. Zusätzlich zu seinen offensichtlichen Energieeigenschaften wurde es in der Vergangenheit oft in verschiedenen Artefakten wegen seiner natürlich vorkommenden Resonanz verwendet. Ja, und was ist es? Ach, Moment. Da konnte man irgendwas machen. Da konnte man irgendwas mit upgraden oder im wichtigen Kampf konnte man damit irgendwas starten. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Energiekapsel waren auch so ein Ding. Zum Herstellen von Ausrüstungsupgrades verwendet werden kann. Okay, komm. Ich würde sagen, die kann man sich eigentlich holen. Aber der Laserschildmodulator macht mir eigentlich am meisten Bock. Bei Kämpfen kann ich den gut gebrauchen. Okay, komm. Ich kaufe den. Wie kann ich die kaufen? So? Nee. Katsching. 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 Okay, ich kann auch meine Sachen verkaufen. Das ist interessant. Das ist natürlich interessant, aber das sollte ich vielleicht eher nicht machen. So, wie kann ich das denn jetzt kaufen? Warum macht ihr es mir so schwer? Ich will doch nur einen Button drücken. Nö. Wisst ihr, warum das jetzt nicht geht? Ihr müsstet das eigentlich auch sehen. Danke, Rima93 und Kryptomane. Ähm. Wie kann ich das kaufen? Ach, ich muss hier erst hinreisen. Natürlich, ihr habt völlig recht. Ich muss hier erst hinreisen. Kein Amazon hier. 16 Tage. Nur für diese kleine Reise dahin. Das frisst natürlich extrem mein Tageskonto auf. Jetzt kann ich also endlich mit ihm handeln, nehme ich an. Oh, wieder schon. Hallö, der Kumpel. Sag mir einfach, wenn du etwas Interpretes findest. Ja klar, ich hätte gerne den hier. Kaufen. Vielen Dank. Gibt es noch irgendwas anderes? Ja, du bist ja zu teuer, du alter Funzel. Du bist zu teuer. Schiff reparieren ist gar nicht nötig, ne? Verlassen. In Ordnung. Einen schönen Tag noch. Okay, weiter. Hm. Na gut, ne? Wir gehen da mal hin. Dieser Planet ist das Eigentum mit der AAE-Korp. Er befindet sich derzeit im ELD-Modus. Halte dich fern und vermeide den Kontakt. Ja, sollte ich da vielleicht auch nicht hin, oder? Da kann was vor Ort gefunden werden, dann geh mit ein. Sehr schönes Spiel, Soma, wenn ihr das noch nicht kennt. Super Unterwassertitel mit philosophischem Ansatz und richtig schönem Horror, so einer Horrorstimmung, die einen in den Bann zieht. Ganz tolles Spiel. Guckt es euch wirklich an, wenn ihr Soma noch nicht kennt. Hier wird, hier passiert Ärger. Währenddessen im Spacefleet-Sektor. Oh Mann, ob ich gibt es keinen Kampf. Das ist das Transitschiff Andromeda. Ah, okay, es ist doch nur eine Zwischensequenz. Hofmann. Soll ich das drücken? Okay. Ja, Ma'am. Hast du seinen letzten Report von der Ortis gesehen? Ich habe ihn kurz überflogen, bevor wir abgeflogen sind. Warum? Es sieht aus, als hätten sie Probleme mit den Spulen. Ja, ist mir aufgefallen. Ich habe Lieutenant Panda eine Nachricht über unsere Erwartungen an den Maschinenraum geschickt. Sehr gut. Die Station muss schnellstmöglich die maximale Leistung erbringen können. Was das angeht, Commander? Ja, Grant? Äh, da wir die Spitze der Verteidigung darstellen, schlage ich vor, dass wir die Schichtrotation bei unserer Ankunft ändern. Ja, das ist vermutlich das Beste und der Nachtschicht etwas zusätzliche Freizeit gönnen. Falls es zu einem Zwischenfall kommt, müssen sie gut ausgeruht sein. Irgendwelche Neuigkeiten von der Transportmission, Commander? Nein, der Verlust der Brennstoffzellen macht mir wirklich Sorgen. Und Thomas? Nichts. Kann Raumstation Epsilon uns nicht weiterhelfen? Nein, alles ist schiefgelaufen. Ich meine, ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht, aber er ist mein Ehemann und ich weiß, dass er sehr einfallsreich ist. Er wird schon irgendwie nach Hause kommen. Ich fühle das. Ja, Ma'am. Im Moment müssen wir uns alle auf die Mission und auf den Krieg konzentrieren. Natürlich, Commander. Die Union bekommt einen Kampf, den sie so schnell nicht vergessen wird. Sieht so aus, als würden wir schon bald in Ortis ankommen. Holt euch eure Sachen und dann ab auf eure Posten. Ja, Kommandant. Okay, das ist unsere Frau, sind im Krieg, brauchen unsere Hilfe, wissen nicht, dass die Brennstoffzellen weg sind. Wir müssen helfen. Danke, CrayDomo, auch für dein Prime Abo. Nee, du hast ein Nicht-Prime Abo rausgehauen. Das ist nochmal einen Ticken cooler, ein Jota besser. Kommandant. Ja, Hoffman. Ich habe ein paar Signale bekommen, die ich besorgniserregend finde. Schick sie rüber an meine Station. Ja, Ma'am. Hm. Ich kann verstehen, was du meinst. Es könnte auch nur ein Hintergrund rauschen sein, schätze ich. Aber da ist eine Signalfase drin, die fast so aussieht wie Kommandant. Feindkontakt. Verdammt. Schilde hoch. Was machen die denn hier? Wie sind sie durch die Barriere gekommen? Gute Frage, Hoffman. Irgendwelche Anzeichen von Aktivitäten bei ihnen? Ich prüfe nein, nichts. Kontaktiere sie. Was ist das? Der Feind hat eine Art Energiestrahl auf uns gerichtet. Schadet er uns? Im Moment. Nein, im Moment nicht. Aber unsere Schilde verlieren schnell an Kraft. In weniger als eine Minute werden wir wehrlos sein. Tut alles, was nötig ist, um die Schilde oben zu halten. Ja, Ma'am. Technik, ich brauche eine volle Energieübertragung auf die Schilde. Sofort. Hoffmann. Ja, Kommandant. Kontaktiere das Spacefleet Hauptquartier. Sofort, Ma'am. Das ist General Sarah Wellmuh, Kommandantin der Verteidigungsstation Ortis. Admiral Julius Tahir. Wir wurden gerade von einem Geschwader von Unionsjägern umzingelt. Vor 30 Sekunden wurde Alarmstube Rot ausgelöst. Was? Innerhalb der Barriere? Wie ist das möglich? Wir haben kein Wort von Barrier Control gehört. Wie sind sie durchgekommen? Im Moment noch unklar. Die Unionsflotte sollte ein Jahr von unseren Grenzen entfernt sein. Wir nehmen an, dass sie durch das Olympianische Spacegate Zugang bekommen haben. Oh mein Gott. Wenn das wahr ist, haben wir hier eine ernste Situation. Admiral, wir haben gerade bestätigt, dass die feindlichen Schiffe aus dem Lümm Sektor gesprungen sind. Sie benutzen das Spacegate. Gott verdammter Lieben. Kommandant, wie kommst du da draußen zurecht? Ungewiss. Sie haben eine Art Multiphasenstrahl auf unseren Schild gerichtet. Sie versuchen, die Energie abzusaugen und ein Herunterfahren zu erzwingen. Wir konnten den Verlust aufhalten, indem wir alle nicht essentiellen Systeme abgeschaltet und die Energie an die Verteidigungsgeneratoren weitergeleitet haben. Aber der Strahl ist noch immer aktiv und ich weiß nicht, vielleicht können wir einen Weg finden, diesen Angriff zu stören. Wir schicken dir auch so viele Kämpfer, wie wir entbehren können. Danke, Admiral. Wir übermitteln in diesem Moment alle Daten, die wir gesammelt haben. Halte durch, Commander. Ja, Verteidigungsstation Ortis, Ende. Jetzt frage ich mich, ob ich als Captain am Ende zu dieser Ortis-Station kommen muss, um unserer Frau bei diesem Kampf beizustehen. Also wir haben jetzt hier richtig viel passiert, muss man ehrlich sagen. Danke auch Compello für dein Abo. Rima, Kryptomane, Kredomo, Compello, ihr alle seid in meinem Buch der Prime Abonnenten. Captain. Ja, Schiff? Ich habe gerade einen Notruf von der Barrierekontrolle erhalten. Zeig es mir auf der Karte, bitte. Ja, toll, Alter. Weißt du, wie weit das ist? Wie lautet die Nachricht? Die Union hat gerade einen Großangriff auf den gesamten Space Fleet Sektor gestartet. Entschuldigung. Sie haben die Barrierekontrollstation übernommen und ihre gesamte Flotte durchgeschleust. Oh mein Gott, ist der Sonnenblaster bei Ihnen? Nein, zum Glück nicht. Es scheint ein Präventivschlag zu sein, um die Kontrolle über die Verteidigungskräfte der Space Fleet zu erlangen, was wir machen. Gibt es eine Möglichkeit für uns, die Barrierenkontrollstation zu passieren? Gibt es nicht noch einen anderen Weg durch die äußere Barriere als die Barrierenkontrollstation zu benutzen? Wie sieht es mit den Verteidigungsposten der Space Fleet aus? Eigentlich wollen wir ja hierhin zu Außenposten Ortes und helfen. Ich frage mal das hier. Wie sieht das mit der Verteidigungsposten der Space Fleet aus? Es sieht nicht gut aus. Alle großen Stationen werden derzeit belagert und können sich nicht wehren. Was? Wie ist das möglich? Die Union scheint eine neue Art von Unterdrückungsstrahl entwickelt zu haben, der die Stationen hilflos macht. Sie alle senden Notsignale aus und bitten um Hilfe. Sie brauchen externe Kräfte, um die Schiffe der Union zu zerstören, die diese Strahlen abschießen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir stark genug sind, um ihnen zu helfen. Nein, nicht in unserem derzeitigen Zustand. Aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ihnen zu helfen als rohe Gewalt. Der Space Fleet ist es gelungen, einen Entwurf für einen Disruptor zu verschicken, der die Unterdrückerstrahlen ausschalten kann. Wenn der Strahl ausfällt, sollten die Außenposten keine Probleme haben, die Belagerungstruppen selbst zu besiegen. Also Moment mal, wenn ich es also schaffe, diese Ausrüstung herzustellen, sollten wir in der Lage sein, den Außenposten ohne Kampf zu retten? Ohne Kampf? Ohne Krampf? Nun, eigentlich musst du fünf von ihnen herstellen, wenn du alle Außenposten retten willst. Ich will aber nur den Ort, wo meine Frau lebt. Ein Disruptor kann nur ein einziges Mal verwendet werden. Ich muss dich jedoch daran erinnern, dass die Rettung der Außenposten allein die Erde nicht retten wird. Unser Hauptziel ist es, eine Brennstoffzelle nach Edepus zu bringen. Ohne aufgeladenen Edepus gibt es nichts, was den Sonnenblaster aufhalten kann. Die Außenposten sollten dein zweites Ziel bleiben. Ja, du hast ja auch nicht deine Olle da drüben. Gibt es nicht nur einen anderen Weg, gibt es eine Möglichkeit für uns die Barrierenkontrollstation zu passieren? Nicht ohne einen Kampf. Die Union bekämpfen? Nichts für Ungut, aber du bist für die Wissenschaft gemacht. Natürlich musst du dich auf eine solche Begegnung vorbereiten. Ich brauche größere Waffen und vielleicht sogar eine größere Besatzung, um diese Option in Betracht zu ziehen. Krass, okay. Das sind so die verschiedenen Wege, die man machen kann, um zum Ziel zu gelangen. Die werden wir jetzt alle mal abfragen. Gibt es nicht noch einen anderen Weg durch die äußere Barriere, als die Barrierenkontrollstation zu benutzen? Es gibt noch einen anderen Weg hinein, aber der ist sehr riskant. Und du musst dich außerhalb der Spacefleet Vorschriften bewegen. Es gibt eine inoffizielle Schmugglerroute durch die Barriere, die Behörden nicht beseitigt haben. Aha, sie sind derzeit in diesem Sektor tätig. Wenn du diesen Weg wählst, musst du bereit sein, einen hohen Preis zu zahlen. Wenn meine Daten aktuell sind, verlangen sie mindestens fünf Sternfragmente, um ein Schiff durchzulassen. Das sind diese super teuren Dinger, die ich vorhin gesehen habe, wo einer 3, 5 oder 700 kostet? Ich weiß es nicht Stein unserer Brennstoffzellen. Ja, ist es. Sie werden auch benötigt, wenn du deine Waffen- und Verteidigungssysteme aufrüsten willst. Also, wähle sorgfältig, wie du sie ausgibst, wenn du welche findest. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Möglichkeiten ich habe. Gut, ich werde die Sternenkarte mit allen aktuellen Informationen für dich aktualisieren. Sehr, sehr spannend, was hier passiert. Stopp im Weltraum. Unterdrücker, Strahl, Disruptor, gerade mal gucken, was könnte man, genau, Nachrichten aus dem Hauptquartier der Space Fleet. Dieses System wurde in aller Eile vom Außenpostenortes entworfen, um den kürzlich entdeckten energieentziehenden Angriffsstrahl der Union auszuschalten. Alle unsere Verteidigungsaußenposten werden derzeit von dieser Waffe angegriffen. Wenn du ein oder mehrere dieser Waffen herstellst, kannst du die Außenposten unterstützen. Okay, das ist gut zu wissen, aber sehr schwer zu erreichen. Ein Jahr, 340 Tage, also sind schon einige Tage weg. Energie, ja, das haben wir ja schon, okay. Ich mache mal gerade Stopp im Weltraum. Danke, Wolf 677. Und jetzt langsam, denkt sich Velasco, ich glaube, der blaue Knopf war doch nicht die richtige Entscheidung. Ja, so sieht es nämlich aus. Wolf 677. Danke für deine vielen Abos, die du schon rausgehauen hast. Alle, die jetzt gerade von euch da draußen ein Abo bekommen haben, bedankt euch bei Wolf. Der Wolf ist dem Stream-Zuschauer ein Abonnement Geschenker. Schenker oder so. Okay, wir reisen weiter, würde ich sagen. Wobei, ich könnte jetzt noch kurz überlegen, wir hatten ja Autoschmiede geht nicht. Energiekapsel, dann kann ich endlich hier, okay, beim nächsten Mal kaufe ich eine Energiekapsel eventuell. Schiffsausrüstung sehen wir hier. Was ist das? Rumpf, Laserschild, Modulator, Energiebarriere, V1, G-Generator, Hauptmaschine. Haben wir nicht irgendwas gekauft? Ach nee, wir haben ein hübsches kleines Paket mit Fleisch, auf dem Etikett steht, ein ganzes Huhn. Na, Pima Daumen. Vielleicht sogar mehr als ein Huhn. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Also, Berks Handelplattform ist toll, bringt mir aber nichts. Hier brauche ich gar nicht hin. Oh, da könnte ich aber rein. Ich könnte in die feindliche Zone und mich eventuell, wenn ich bewaffnet bin, da auch ein bisschen Rabatz machen, aber ich brauche sowas hier. Ich muss einfach reisen. Weil gerade gefragt wird, es hat ein bisschen was von Faster Than Light, also FTL und es gab ja noch ein paar andere Spiele, die auch in diese Richtung gehen. Ein, zwei davon haben wir ja schon mal, ich habe mit Krogi mal eins gespielt, ich glaube Trigon hieß das, das war auch sehr schön. Hier aber ist es ein bisschen komplexer, würde ich sagen. Es ist zwar hart auch dieses Spiel Design einer langen Reise, aber es hat viel mehr Story relevante Exkursionen und Planeten auf denen man was erleben kann. Okay, das ist auf einem Schiff nicht allzu weit von mir entfernt. Mein Gott, das sieht aber auch schon wieder böse aus. Sir! Ja, was gibt es? Ich bin hier ziemlich beschäftigt. Nun, wir haben den Quadranten noch einmal gescannt und warte, ich mache gleich ein Update. Merkt ihr diesen Gedanken? geht es dir gut? Ja, geht es gut. Tatsächlich geht es mir jetzt besser als gut. Neue Nase, was? Nicht nur eine neue Nase, Rob. Das ist eines der dreifach Nasenloch Typ 5 Module, die wir letzte Woche besorgt haben. Wirklich? Ich habe jetzt die Kapazitäten eines aufgebockten Bluthundes. Das ist toll, sieht auch gut aus, das Metall in der Mitte deines Gesichtes, meine ich. Hast du etwas zu berichten, Sergeant? Wow, ja, tut mir leid, wir haben eine weitere seltsame Konzentration von Dromium gefunden. Wo ist der aufgetaucht? Derselbe Ort wie beim letzten Mal. Wir werden diesen nicht verlieren, Rob. Nein, Sir. Nun, setze einen Abfangkurs und abfangen. Okay, Alter. Das ist nicht weit von mir entfernt. Ich frage mich nur, ist der Abfangkurs auf mich? Könnte das sein, dass der Abfangkurs auf mich ist? Oder geht es um dieses um diesen Planeten, wo ich diesen Lift gefunden habe und den blauen Button gedrückt habe? Ich weiß es nicht. Captain? Ja, Schiff? Ich habe einige merkwürdige Dinge über diesen Planeten herausgefunden, die ich mit dir teilen möchte. Ja, klar, hau raus, Mann. Meine Scans zeigen, dass dieser Planet hoch entwickelt ist. Überall auf der Oberfläche gibt es riesige Städte und wahrscheinlich besteht hier die Chance, eine neue interessante Technologie zu finden. Allerdings, die Scans zeigen nirgendwo auf dem Planeten eine höhere Form von Leben. Wenn du dich entscheidest, dort hinunter zu gehen, empfehle ich dir äußerste Vorsicht. Okay, danke für die Warnung. Ich muss allerdings trotzdem darunter, denn ich suche ja die Brennstoffzellen. Kontakt, oh, gucken wir erstmal. Ich rufe da also an. Kommunikation initiieren. Willkommen, Fremder. Danke, ich bin Captain Velmoo von der Space Fleet. Das ist eine aufgezeichnete Nachricht. Oh, wenn du das hörst, wir alle wurden dieses System wahrscheinlich schon längst verlassen haben. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten, die dir dadurch entstanden sind und wünschen dir mehr Glück für dein nächstes Reiseziel von allen ehemaligen Bewohnern des Planeten Soma. Was sollte das alles? Ja, okay, die sind, wir gehen trotzdem runter, aber es ist natürlich eine schlechte Idee. So viel möchte ich sagen, es ist eine schlechte Idee. Die Ockt Ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut, auch die Zusammen, das Zusammenspiel der Figuren, die Texte, die ganzen Maschinen, alles, was irgendwie passiert, das Landen, das ist in seinem Minimalismus ganz groß. Was ist hier passiert? Und klar, Kapitän, dieser Ort entdecken keine fortgeschrittenen biologischen Lebensformen. Ja, aber wo sind denn alle? Nochmal, unklar, Kapitän. Vielleicht sollte ich mir das genauer ansehen. Jede Technologie wird natürlich erst mal angeglotzt, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dies ist eine Art Wetterstation. Was auch immer es sein mag, es hat keinen Strom. Nie hat hier irgendwas Strom, aber der Aufzug hat hoffentlich Strom. Ja, Mann. Aha. Das sieht aus wie ein Netzwerk Knotenpunkt. Es hat ein paar Antennen auf der Oberseite und eine Arbeitsstation am Boden. Dann werde ich mal versuchen damit was zu machen, oder? Kein Strom. Ein Steckplatz für einen Computer Chip. Den werden wir finden. Hätte ich vielleicht, aber da wäre ich beim letzten Planeten nicht mehr hoch gekommen. Aber wenn ich den Chip behalten hätte, sieht aus wie ein Fahrzeug, das dringend etwas altmodische mechanische Liebe braucht. ist die Oberfläche ist mit einem dicken und klebrigen Pilz bedeckt. Das könnte schon mal ein Zeichen sein auf das, was hier schief läuft. Das ist der Eingang zu dem verlassenen Truck. Sie ist verschlossen, aber neben der Tür befindet sich etwas, das wie eine Schlüsselkartenschlitz aussieht. Er geht natürlich jetzt so nicht auf. Verschlossen. Ein Energie Control Hub, ein defekter Druide, ein Krater, Lüftungsabzug, Lüftungssteuerung, sehr, sehr viel, was man sich mal angucken sollte. Das könnte die Stromversorgung für das Kontrollsystem drüben im Lüftungsturm sein. Es sieht sehr alt aus und die Oberfläche ist mit einer Art Pilz überzogen. Hier gibt es eine Klappe, aber ich habe auch nichts dabei. Immer nur lacht mich die Suizidpille an. Das sollte die Motorsteuerung für die riesigen Lüftungsschlitze an der Seite des Gebäudes sein. Da sind ein paar robust aussehende Klappen, die die Bedienelemente abdecken. Ich kann sie unmöglich von hier aus öffnen. Ich wette, die Steuerung für die Lüftungsanlage befindet sich hinter diesen Metallklappen. Aber er kann sie eben nicht öffnen. Gehen wir nochmal weiter. Das ist ein Droide. Er ist komplett mit einer Art Schimmel bedeckt. Und wie es aussieht, ist er schon vor langer Zeit kaputt gegangen. Hey! Neben der Leiche liegt eine Schlüsselkarte. Die nehme ich sofort mit. Die nehme direkt mit. Es gibt nichts, was ich für diesen armen Druiden tun kann. Hm. Der Krater ist komisch. Das muss der Standort für den Aufprall der Brennstoffzelle sein. Ah, den suchen wir ja. Sie scheint tief im Sand eingegraben zu sein. Deswegen muss ich wahrscheinlich hier diese Lüftungsabzüge benutzen. diese Lüftung Lüftungsschlütze sind riesig. Wenn ich sie zum Laufen bringe, werden sie den Sand sicher im Handumdrehen wegmachen. Und dann kann ich nämlich an die Brennstoffzelle. Es wird immer spannender hier. The plot is thickening. die Karte kann ich jetzt natürlich benutzen und zwar hier links bei diesem Fahrzeug um reinzukommen. Hydraulikmaschine Ladestation großer roter Knopf und ein Druide mit einem Multitool Das sind doch nur gute Sachen eigentlich. Aber das sieht schon nach vielen Rätselelementen aus, die ich jetzt erst mal lernen muss. Es handelt sich um eine Art Hydraulikmotor. Es sieht so aus, als hätte das die Tür geöffnet. Ich würde vermuten, dass dieses Ding früher auch andere Systeme kontrolliert hat. Es ist eine Art Batteriehalter zum Aufladen von Batterien nehme ich an. Außer zum Aufladen von Batterien kann ich jetzt nicht viel gebrauchen. Hm. Es klang wie ein Stromausfall. Aber es ist nichts passiert. Ja, das ist mein Hauptproblem, dass hier immer der Strom ausgeht. Ladestation, Hydraulik, alles ist aus und kaputt. Ein kurzes Kabel mit einer Metallklemme ist aus dem kleinen Raum heraus gefallen. Es ist an der Wand befestigt. Dann nehme ich das mal. Okay, also wir können es hier anklemmen oder am Roboter anklemmen. Außer zum Aufladen von Batterien kann ich es nicht gebrauchen. Aber lädt das denn jetzt auf? Ne, schau mal nicht. Ah, okay, es geht nur oben. Ich dachte, man kann vielleicht. Simon, kurze Frage, wirst du oder hast du schon Eternal Evil gespielt? Ne, da muss ich auch mal direkt auf meinem Rechner auf die Liste der Spiele, die ich noch spielen will, gehen und aufschreiben. Da habe ich jetzt ein Madison aktuell, 4pix, was ja in VR, eine VR-Mod ist. Interessant. Und ihr sagt jetzt Eternal Evil. habe ich noch nichts von mitbekommen, aber ich habe auf meiner Liste ungefähr 100 Spiele, die ich noch spielen will und auf meiner Steam-Liste noch mal 100 Spiele, die ich gekauft habe und spielen will. The Captain ist eines davon. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt endlich den Weg dazu gefunden haben. Ich hoffe, meine Stimmen stören euch nicht zu sehr, sonst kann ich es auch lassen. Das ist die Frage, ich will das Multitool, aber ich möchte ihn eigentlich lieber den Androiden anschließen an den Strom. Jemand zu Hause? Ich glaube nicht, dass dieser Droide aktiviert ist. Aber kann ich vielleicht ich will ihn halt so kurz schließen eigentlich. Genau, das wollte ich. Wach auf, Droide! Ich glaube nicht, dass dieser Droide aktiviert ist. Hallo? Hallo? Okay, das geht nicht. Schade. Multitool kann ich auch nicht nehmen. Ne, das hängt fest. Das war klar. Ich muss den Druiden dazu bringen, seinen eisernen Griff zu lockern. Ja, dann nimm doch nochmal hier können wir ah, das Batteriekabel, genau. hier war irgendwas kurz grün, aber ich bilde mir das glaube ich nur ein. Das ist grün, klar. Komisch, warum kann ich den Druiden drücken? Ah, vielleicht muss ich es einmal anschließen und dann drücken. Hm, das klang wie ein Stromausfall, aber es ist nichts passiert. Ja, dann muss ich das vielleicht nochmal anders machen. Dann muss ich ihn hier anschließen und dann den Button drücken. da ist der Druide. Interne Systeme initiieren. Bitte warten. Bitte warten. Hallo, ich bin Thomas Velmou. Negative Sensoreneingang führe Gesprächsprotokoll aus. Also, können wir jetzt reden? Kannst du reden? Negativ Wiederherstellung des Status Updates. Bitte warten. Ja, da passiert nichts mehr. Dafür habe ich immerhin das Multitool. Kann ich eventuell mit diesem Multitool Neustart der Startsequenz abgeschlossen. Morgen guter Außenwäldler. Morgen? Es ist schon weit nach Mittag. Neuberechnung des Zeitrahmens in Arbeit. Bitte warten. Mittag etabliert. 32 Jahre sind sind seit dem letzten Aktivierungsdatum vergangen. Was oder wer bist du? Ich bin Straw. Straw? System Transfer Radio Android Modell W. Was ist nie passiert, Androide? Sprich oder schweig für immer. Es fällt mir schwer, zusammenhängende Sätze zu bilden. Das ist mir bereits aufgefallen. Der Pilz wächst immer noch. Er hat bereits meine Sprach Zäh Sprach Zentrum in Mitleidenschaft gezogen. Ein Pilz? Er ernährt sich von biologischem Gewebe und meinen biochemischen Kreisläufen. Ich habe mich selbst abgeschaltet, nachdem ich die Kontrolle über meinen Körper verloren hatte. Was ist das für ein Pilz? Der Pilz ist das, was du überall um dich herum wachsen siehst. Tatsächlich ist er das Einzige, was jetzt auf diesem Planeten noch wächst. Er begann unter der Erde, ernährte sich von organischem Gewebe und verschlang alles, was ihm in die Quere kam. Darf ich dich etwas fragen? Das hast du gerade getan, aber klar, nur zu. Wer bist du? Ich bin Thomas Wellmuh. Ich versuche wieder nach Hause zu kommen und bin hier gelandet, um eine verlorene Brennstoffzelle zu holen. Ich verstehe. Brauchst du Hilfe? Ich habe dein Multitool genommen. Ich das ist okay. Multitool verarbeiten. DX5 Schlüssel wird aus der Hand genommen. Es scheint, als hätte ich die Fähigkeit verloren, meine Arme und meinen Körper zu bedienen. Das Werkzeug gehört dir, um zu Werkzeugen. Weiß wir etwas über diese gigantischen Ventilatoren auf dem Gebäude östlich von hier. Sie waren ein Versuch, den Pilz in Schach zu halten. Versuch gescheitert. Ja, aber wo sind denn jetzt alle Bewohner dieser Welt hin? Es tut mir leid, aber es fällt mir schwer, meine Speicherdaten zu finden. Wenn du Zugriff auf mein komplettes Speicherarchiv haben möchtest, brauche ich Zeit, um meine Co-Arbeit Datei zu defragmentieren. Okay, ich komme einfach wieder. Ich lasse mich jetzt allein. Mach du mal die Fragmentierung hier. Mal frigmatier du dich mal. Ich mache hier hinten mit einem Multitool mache ich Spökes. Ich hoffe, das kann ich hier benutzen. Ja. Und los. Da ist etwas drin. Eine Batterie. Ich nehme die Batterie. Die Batterie gehört mir. Ich trage die Batterie zum Fahrzeug und lade die Batterie. Dafür muss ich aber leider meinen neuen Freund den Roboter abschalten. Nehme ich an. Noch irgendwas zu sagen? Hallo nochmal. Ich defragmentiere immer noch und habe Schwierigkeiten mich zu konzentrieren während ich rede. Jetzt habe ich Angst ihn abzuschalten. Wer weiß wann er fertig ist mit seiner Defragmentierung. Ich gehe erst nochmal ein bisschen raus. gesagt. Dieses Werkzeug ist in der Tat ein gutes Werkzeug und sollte gut geeignet sein um beim Öffnen von verschlossenen Dingen zu helfen. Aber diese Verschlüsse sind einfach zu stark Okay, das muss dann wahrscheinlich der Roboter machen, wenn ich es schaffe, ihm zu helfen. Ich weiß nicht genau, wie das... Kann ich hier vielleicht bei dem defekten Droiden noch irgendwas zurücknehmen? Es gibt nichts, was ich für diesen armen Droiden tun kann. Er tut mir auch ein bisschen leid, aber er ist ja nur ein Droide. Mit einer Art Schimmel bedeckt. So wie es aussieht, ist er schon vor langer Zeit kaputt gegangen. Kann ich hier buddeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich könnte versuchen, mich durch den Sand zu graben, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Der Sand ist zu locker und füllt das Loch immer wieder auf. Schade. Dann bleibt mir nichts übrig, als den armen Androiden wieder abzustellen. Der ist so nett, ne? Einmal will ich nur mit ihm reden. Hallo nochmal. Oh Mann, er tut mir so leid. Ich muss dich leider abschalten. Mach's gut. Schlaf schön, kleiner Prinz. Energie absorbiert. Kann ich weiter mit ihm reden? Oh, ich kann. Das ist ja geil. Okay, geil, 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 geil. Oh, ich bin so happy. Ich bin so happy, dass der Roboter noch am Start ist. Ich lade nämlich währenddessen schnell die Batterie auf. Oh, hier gebe ich die wieder. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt ihm nochmal einen Schock gebe, die, 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 die Fragmentierung abgeschlossen. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, wo sind denn jetzt die ganzen Leute, die hier leben? Bitte, stelle klar, auf welche Gruppe von Einwohnern du dich beziehst. Na, die, die... Die Väter. Oder die Okt. Äh, die Väter? Äh, die Okt? Äh, wovon sprichst du überhaupt? Die Väter waren die einheimischen biologischen Spezies auf diesem Planeten. Sie lebten und gediehen hier viele Äonen lang. Und dann, vor 800 Jahren, sind sie alle umgekommen. Sie sind umgekommen? Was ist denn passiert? Es gibt keine vollständigen Aufzeichnungen darüber, wie es zu diesem Ereignis kam. Aber eine Krankheit begann sich in Form eines Pilzes zu verbreiten. Und, das haben wir doch alle schon gehört, Digga. Der Pilz hat die Väter infiziert und ihre DNA beschädigt. Und ihr Fortpflanzungssystem komplett ausgeschaltet. Wart komplett ausgeschaltet? Ja, Schnippel, hundertprozentig weg. Null Dick, null Prozent Penis. Vielleicht war es auch nicht so. Ich habe das ein bisschen interpretiert. Wir fragen mal nach. Es konnten also keine Kinder geboren werden. Korrekt. Aber warum haben sie diesen Planeten nicht auf der Suche nach einem Heilmittel verlassen? Das war eine Zivilisation vor dem Weltraum. Sie waren auf ihrem eigenen Planeten gefangen. Hatten wohl keinen Elon Musk? Konnten sie den Pilz nicht irgendwie ausrotten? Ja, offensichtlich nicht, oder? Was glaubst du denn? Die Väter hatten etwas entwickelt, das sie die Okt nannten. Eine organische, künstliche Technologie. Sie diente als Unterstützungssystem für den Planeten und half ihnen, in Frieden und Harmonie zu leben. Als die Realität des Problems näher rückte, hoben die Väter alle Beschränkungen der Okt auf und baten sie, eine Lösung zu finden. Da die Okt, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass er so viel spricht, deswegen habe ich mir diese Stimme ausgesucht. Ich wusste ja nicht, warum der, aber gut. Da die Okt die vollständige Kontrolle über alle künstlichen Systeme des Planeten hatten, begann sie, an einer Lösung zu arbeiten. Die Zeit lief ab. Der letzte Vater starb im Alter von 96 Jahren, alleine irgendwo auf dem Meer westlich von hier. Das ist so traurig, dass eine ganze Zivilisation verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob die Okt die Fähigkeit hatte, Traurigkeit zu verstehen, aber ein Gefühl von Vertrautheit fehlte ihr. Bist du die Okt? Ich bin ich. Speicherdateien sind beschädigt. Es wird mehr Zeit benötigt, um das Backup des Sekundärspeichers wieder herzustellen. Bitte warten. Okay, ich komme später wieder, du bleibst einfach hier liegen, ne? Du, ich gehe mal kurz raus und schaue, ob die Batterie funktioniert. Super spannend, ich mag das sehr. Ich mag das wirklich, wie hier diesem armen, alten Androiden ein Charakter gegeben wird und eine Geschichte, die mich total zu Tränen rührt, weil es so traurig ist. Es ist wirklich so, wie man es von einem... Ne, das wird nicht klappen, ne? Es ist wirklich so, wie man es von einer guten Star Trek Folge zum Beispiel erwarten würde. Sieh mal einer an. Drüben am Lüftungsturm haben sich die Klappen geöffnet. Dann gehen wir da doch mal hin und gucken uns das an. Na, was haben wir denn da? Hm, sieht aus, als könnte er einige mechanische Arbeiten vertragen. Und der Steuerchip scheint total durchgeschmort zu sein. Da muss ich wohl ran, und zwar mit dem Multitool. Zum Glück habe ich mir die Anleitung durchgelesen. Oh, 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 eh, bleh. Toll gemacht, Thomas. Unbekannte und kaputte, ausirdische Technologie ist doch gar nicht so schwer zu verstehen. Jetzt brauche ich nur noch einen Steuerchip, um den Durchgebrannten zu ersetzen. Mir schwant Fürchterliches. Mir schwant, als hätte der eine Computer, der Roboter, als hätte der den Steuerchip. Vielleicht hat es noch hier der Droide. Aber ich finde es hier nicht Vielleicht kann ich das Multitool benutzen Oh nicht, scheiß Oh man Leute, mir schwant wirklich fürchterliches Ich muss wahrscheinlich den Druiden Ich muss ihm wahrscheinlich einfach den Chip entnehmen Was für eine harte, schwere, moralische Frage Die sich da auftut Wiederherstellung der Sekundärsicherung abgeschlossen Wenn du noch mehr Nachfragen hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür Bist du die Okt? Ja und nein Zumindest bin ich ein Teil davon Während die Väter noch lebten, war die Okt noch auf die digitale Welt beschränkt In Leiterplatten und Stromleitungen Als reine KI Obwohl diese primitive Okt noch ein Kleinkind war Fühlte sich eine Bestimmung und hatte ein klares Ziel als Betreuerin für die Väter Aber mit dem Tod des letzten Vaters verlor die Okt ihren Zweck Und ihren Sinn der Existenz Zum ersten Mal musste sich die Okt selbst motivieren Supergeil Was war die Motivation der Okt? Überleben Wie kam es dazu, dass die Okt von digital zu physisch wurde, nachdem alle Väter weg waren? Vergiss nicht, dass die Okt mit allen Systemen der Väter verbunden war Zunächst übernahm die Okt die Kontrolle über mehrere Fabriken und stellte Roboter für einzelne Aufgaben her Zum Beispiel Beweger und Schweißer Diese Maschinen haben es geschafft, über viele Jahre hinweg die Fabriken umzugestalten Damit sie fortschrittlichere und besser angepasste Maschinen herstellen konnten Sie hat sich also in die physische Welt entwickelt Richtig Mit der Zeit wurde die Okt zu einer eigenen physischen Spezies Was du heute hier siehst, wurde von der Okt erschaffen Ja, aber wozu ist das alles gut? Warum brauchen Menschen solche Gebäude? Wir haben Infrastruktur für Funktion und Bewegung gebraucht Wir haben gigantische Bibliotheken gebraucht, um Wissen zu bewahren Und Weltraum-Observatorien, um neue Erkenntnisse über die Wunder des Universums zu sammeln Aber auch Kunst Die Hingabe an die Kunst war immer ein Kernziel im neuen Überlegensalgorithmus Es gibt Theater und Konzertsäle auf diesem Planeten Die so atemberaubend schön sind, dass kein Vater sie je gesehen hat Ja, aber warum? Wir versuchen das Leben unserer Väter nachzuahmen Du nicht auch? Oh, das ist eine gute, das ist super gut Ich kriege wirklich ein bisschen Gänsehaut, weil es irgendwie so ein cooler Dialog ist Diese KI, die versucht die Väter nachzuahmen, weil sie halt keine weitere Motivation hat Und uns das jetzt spiegelt, dass wir genau dasselbe machen Und es fucking stimmt Es fucking stimmt Es stimmt Was ist mit der Okt passiert? Nun, nachdem die Väter verstorben waren, dachten wir, dass der Pilz ruht Obwohl wir in unserer Welt auf biologische Kreisläufe angewiesen waren, haben wir den Pilz nie als Bedrohung für uns angesehen Wir hätten nie gedacht, dass er unsere ausgeklügelten Schutzschilde durchdringen könnte Wir lagen so falsch Unsere biologischen Kreisläufe haben sich infiziert Und alles begann sich abzuschalten Du bist also der Letzte? Nein, nein Der Kern der Okt war auf jede Art von Notfall gut vorbereitet Der größte Teil der Okt floh vor etwa 43 Jahren von diesem Planeten Es wurde beschlossen, dass einige von uns zurückbleiben und den Pilz bekämpfen Wir haben versagt Es tut mir so leid, Straw Ich kann immer noch den Sinn des Lebens spüren Und ich habe eine Chance zu überleben Wenn ich Zugang zu einem Subraumnetzwerk erhalte, kann ich meine Essenz wieder in den Kern der Okt übertragen Wie kann ich dir dabei helfen? Zuerst musst du den Kontrollchip aus meinem Schädel entfernen Dann musst du ihn zu dem Knotenpunkt gleich hier draußen bringen Und könntest du dich bitte beeilen? Ich spüre, wie meine Kraft schwindet Ich habe bald keine Zeit mehr Okay, 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 okay Alter, was ist hier? Deep Shit Sieh dir das an, Captain Der Chip, den du in der Hand hältst Ach nee, andersrum Der Chip, den du in der Hand hältst, ist ein echtes Kraftpaket Ja, ich schätze, das stimmt Das kleine Ding könnte oben im Schiff sehr nützlich sein Denkst du? Ich weiß es Es enthält Dromium Oh Mann ey Du hast also keine moralischen Bedenken, wenn du es nimmst Da der einzige Zweck der Moral darin besteht, einfache Dinge komplizierter zu machen Sehe ich hier wirklich nicht den Wert davon Wie bitte? Was? Du weißt schon, was Moral bedeutet Ja, ich habe es dir gerade gesagt Also, bringen wir den Chip auf das Schiff, ja? Ich könnte das auch für die Lüftungskontrolle verwenden Warum solltest du das tun? Ich denke, so komme ich an die Brennstoffzelle heran Hm, vielleicht Ich glaube immer noch, dass der Chip mehr wert ist als eine Brennstoffzelle Ich finde, du solltest ihn wirklich behalten Ich sollte hier wirklich das Richtige tun Und sein Bewusstsein über die Netzwerkstation hochladen Ha, ha, ha Der war gut Oh, glaubst du wirklich, dass das das Richtige ist? Ich wusste, dass Menschen geistig eingeschränkt sind Aber du klingst, als hättest du einen echten Hirnschaden Okay, dein Shuttle Danke für deinen Beitrag Okay Uiuiuiui Uiuiui Uiuiui Da machen wir doch mal eine Abstimmung Das ist Hardcore Uiuiui Ich kann mich gar nicht richtig Uiuiui Was sollen wir mit Was sollen wir mit Was sollen wir mit Bot Ich nenn's mal Bot Chip Dass euch klar ist, dass das von einem Technischen Aber einem Lebewesen stammt So Ins Schiff Einbauen Ähm In Lüftung Einbauen In Klammern Brennstoffzelle Ne, klappt nicht Äh Brennstoffzelle Freilegen Oder In quasi ins Zentral In die Also in die KI Wie nennt man das? In Ins KI Netzwerk Einpflegen Einpflege Okay, ihr habt verstanden, worum es geht Es sind drei wichtige Entscheidungen Äh, also drei wichtige Optionen Einer wichtigen Entscheidung Und alle sind Unterschiedlich Das eine bringt einem wahrscheinlich dann Entweder mehr Geld Oder mehr Power fürs Raumschiff Oder irgendwie mehr Möglichkeiten in dem In dieser Im Universum In diesem Universum der Planeten Und des Handels Das zweite wäre Die Brennstoffzelle Die ja eigentlich meine Aufgaben sind Drei von denen brauche ich Und wenn ich drei habe Kann ich die Menschheit retten Also nicht unwichtig Die freizulegen Aber Wir können natürlich auch nach dem Was wir jetzt gerade gehört haben Und ich sehe es Ihr seid moralisch Integer Ihr seid genau Auf der richtigen Stelle Der Wippe Nämlich in der Mitte Und ihr sagt Nein Es ist Ein Lebewesen Und der Simon hat das Mit so viel Liebe vertont Dieses Lebewesen Muss weiter existieren Wir wollen die KI Ins Netzwerk Einpflegen Und da muss ich Gar nicht weiter gucken 81% Von euch Haben ein Herz Ein Chip Herz Vielleicht sogar Und deswegen werden wir das Natürlich jetzt auch so machen Wie ihr es wollt Ne So Da könnt ihr euch Schön drüber freuen Und dann geht's los Würde ich sagen So Die Musik und so Ich bin richtig traurig Es macht mich echt fertig Ach ja Ich muss ja erst gehen So Ich nehme mal an Das hier ist da Die Geschichte Wo ich den Chip einbauen muss Oder Ne Nur da Moment Ah Ich glaube ich weiß wo Das ist hier vorne Ja hier vorne Ganz am Anfang Bevor ich jetzt Das falsch einbaue Hier Subraum Netzwerk Da will ich natürlich Den Chip einbauen Oh ist das hart Aber das will ich machen Auf jeden Fall Ja man Das ist für dich Roboter Ein Herz für Chip Jetzt kriege ich nur eine Nachricht Danke Freund Ich bin zu Hause Straw Ja Vielleicht kommen die ja im Endkampf Und mir nochmal zu Hilfe Ach das war schön Das war richtig schön So Jeff Was geht mit dir Hi Captain Ich habe dich nie gefragt Woher du kommst Ich habe jetzt eine neue Verbindung Zu Robotern gefunden Oh ich komme von da drüben Captain Bevor du mir und meinem Schiff Zugewiesen wurdest Meinte ich natürlich Du kleiner Kleiner Lachaffe Ich meine Bevor du mir Und meinem Schiff Zugeteilt wurdest Oh ich wurde in der Ruhrfabrik In New Orlando In New Orlando In New Orlando Erde montiert Ich wurde am 14 September Mit der Seriennummer 127A Zugelassen Das ist jetzt fast 2 Jahre her Nun ich schätze Dein Geburtstag ist bald Zeitkumpel Ich freue mich auch schon sehr Darauf Captain Oh Mann Ich mag ihn viel mehr Als mein Raumschiff Die Raumschiff KI Ist ganz schön Arroganter Fatzke Ohne Moral Unanständig So Wollen wir da hin Das sieht irgendwie aus Als wäre es gefährlich Feinde erkannt Komm rüber zu Berks Handelsplattform Wenn du unnötige Ladungen Loswerden willst Oder etwas suchst Mit dem du deine Verhandlungsfähigkeiten Perfektionieren kannst Wie zum Beispiel Ein Raketen Fahrt System Dann ist Berks Handelsplattform Der richtige Ort Für dich Schwierig Habe ich denn überhaupt Geld Gerade mal gucken Verlassen Was habe ich denn Habe ich irgendwie 30 Und ein Stück Papier Mit einer Nummer Das wird sich nicht lohnen Da brauche ich gar nicht Dahin fahren Oder Weil da ist ja auch Offensichtlich ein Gefahr Gibt es ja eine Gefahr Hier kann ich 18 Tage Da muss ich nochmal Gerade gucken Immer dasselbe Und hier Epsilon Station Hier werden alle Brennstoffzellen Die aus Space Fleet hergestellt Es war auch die Station Die für die gescheiterte Transportmission Verantwortlich war Mit der die Brennstoffzellen Zur Erde zurückgeschickt Werden sollten Grund für den Besuch Untersuche Warum die Transportmission Gescheitert ist Ja Aber dann gehe ich doch Vorher nochmal hier In der Hoffnung Dass ich da vielleicht Auch noch diese Brennstoffzelle finde Und dann kann ich da Zwei abgeben Oh ich muss auch Bald aufhören Ich wollte eigentlich schon Vor über einer Stunde Zu Ende sein Aber es ist einfach So geil Entschuldige mich Captain Ja Schiff Ich wollte dir nur mitteilen Dass wir an unserem Ziel Angekommen sind Okay Danke Ja So bin ich jeden Morgen Wenn ich um 10 Uhr Aufs Klo gehe Und dann um 11 nochmal aufzustehen Okay So Komm Ah Diese Musik Sie erinnert mich An meinen Freund Die KI Da brauche ich was anderes Ja man Ein neuer Tag Immer Dann retten wir mal Ich bin der Captain Ich bin der Captain Ich bin der Captain Ich bin der Captain Okay das muss reichen Klappen Klappen Ich höre schon auf Ich höre schon auf Komm Schade Das war es schon wieder Eine geile Nummer war das Okay Immerhin haben wir ja offensichtlich Einen Teilbereich Des Spiels schon erledigt Weil wir ja doch Jetzt auch geschlafen haben Und quasi eigentlich Einen neuen Abschnitt Erreicht haben Denke ich mal Ja Da wollen wir hin Zum Creon Kristall Captain 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 Wir haben nen Planeten Captain Oh der ist scheiße kalt Das mag ich überhaupt nicht Aber ich sehe schon In dem Kristall Da ist irgendwas Hey Cappy Ich weiß übrigens Dass eigentlich das Schiff Nochmal ne andere Also die Kapsel hat nochmal Als das Schiff Ne andere Stimme Das wird mir zu blöd Die sehen gleich aus Das Schiff hat mir gerade gesagt Dass ein Oberflächenscan zeigt Dass die Brennstoffzelle Im Eis festzustecken scheint Okay ich verstehe Hatte er auch eine Idee Wie man es wieder rausbekommt Lutsch daran Äh Was? Benutze das große Loch In deinem Gesicht Mein Mund? Ja Lutsche an dem Eis Bis es schmilzt Ja Aber Nein Das große Loch In deinem Gesicht Es ist nur ein Stein Etwa 6 Kilogramm Würde ich schätzen Aber Simon K. Weiß natürlich Es ist nie nur ein Stein Zu Stein Sagt man Nie nein Stein Muss sein Stein ist mein Eine riesige kristallisierte Eisformation Die Brennstoffzelle scheint die Spitze davon getroffen zu haben Es ist tief ins Eis eingebettet Scheint aber den Aufprall überstanden zu haben Die Qualität der Space Fleet bringt mich immer wieder zum Staunen Ich muss einen Weg finden es heraus zu bekommen Vielleicht hier mit der kleinen Eine kleinere Formation von Eiskristallen Diese hier sieht nicht so stabil aus wie die große Dann kann ich da vielleicht was abknabbern Ja mit dem Stein Ich muss gerade Parallel Auch immer noch mein Chat im Auge walten Schön Ein Stück des Kristalls hat sich gelöst Es ist dort drüben im Schnee gelandet Jetzt habe ich so ein Kristall Da muss ich immer direkt Wann immer ich Kristalle sehe ihn spielen Muss ich immer an Zack McCracken denken Aha Drei Sträucher Die kleinen Sträuche Ein Busch oder auch Strauch genannt Davon gibt es hier eine ganze Menge Kann man den nehmen Aha Knips Knaps Knups Oh And you Ryan Hat sich gerade Und da bin ich sehr dankbar für Das Spiel gekauft Gut gemacht Sehr gut gemacht Ich finde nämlich wirklich The Captain ist Ein kleiner Geheimtipp Zumindest für mich Ich kannte es vorher nicht Ich habe es geholt Weil mir der Trailer sehr zugesagt hat Ich hatte aber überhaupt keine Ahnung Wie das Spiel letztendlich sein wird Aber gerade diese Entscheidungsmöglichkeiten Finde ich toll Und ich mag auch Dass es so diesen Star Trek Flair hat Ohne Star Trek zu kopieren Sondern es hat schon was eigenes So Moment Also jetzt habe ich hier diese Zweige Und ein Eiskristall Ein linsenförmiger Eiskristall Wahrscheinlich muss ich dafür Die Sonne benutzen Um das Eis zu schmelzen Trockene Buschwerk Einige trockene Buschzweige Ach Ich muss das genau Ich habe eine Idee Oh Blackies Gaming Palace Hat auch Das Spiel gekauft Ich kann es euch allen Ich habe keine Es ist keine Werbung Ich habe keinen Deal mit denen Aber das ist ein richtig schöner Titel Das nächste Mal Wenn ich bei Game Talk bin Werde ich darüber auf jeden Fall Mal ein bisschen erzählen Danke auch an Feddemand und The Darkness Wenn ihr ein Prime Abo habt Was vergammelt Was schon seit drei Wochen In eurer Tasche liegt Und ihr denkt Ah Da hatte ich ja noch dieses Prime Abo Letzten Monat Habe ich das woanders hingegeben Aber Diesen Monat Gebe ich es zu Mon Dann haut das einfach raus Probiert es einfach aus Ob es geht Wenn es geht Freue ich mich sehr darüber Gibt es das Spiel nur für den PC Ja Kostet übrigens 17 Euro So Ich glaube Und ich denke Ihr habt auch schon das Richtige Die richtige Idee Und ich auch Ich würde gerne diese Zweige Irgendwie zu einem Feuer kombinieren Oder hier hinlegen Und dann anzünden Ah ich glaube so Ich glaube so wird es Ja Perfekter Start Für ein kleines Lagerfeuer Jetzt muss ich nur noch Einen Weg finden Das anzuzünden Ja natürlich mit dem Eiskristall Der wie eine Linse Funktioniert Mumbai Moment Vielleicht kann ich die noch kombinieren Und verbessern Nee Ist ja klar Wenn ich diesen Eiskristall In die Sonne halte Ich könnte einige der Strahlen Fokussieren Und Vielleicht Das habe ich natürlich Auf der Captain Schule gelernt Na also Was für ein schönes Kleines Lagerfeuerchen Das wird aber eine Meile dauern Das ist eine Menge Eis Und das Feuer Und das Feuer Muss ständig Aufrechterhalten werden Du schätzt Dass das Feuer Etwa eine Woche lang Brennen muss Um an die Brennstoffzelle Zu gelangen Ah wir verlieren also Sieben wichtige Tage Das Feuer Muss ständig Gewartet werden Möchtest du deine Zeit Damit verbringen Das Eis Zu schmelzen Ja natürlich Ich habe doch sonst nichts Ich brauche die Zellen doch Mach's gut Soon Danke dass du da warst Danke dass du immer so schön moderierst Bei uns Ja viel Vergnügen Bei deinen Streams Und ansonsten Viel Spaß Danke auch an Klabauder Andrew Ryan Der Flavor Und The Real Dogstar Velmus Erste Vermutung Erwies sich Als gar nicht so weit Von der Weit entfernt Das Eis Schmolz genug Um die Brennstoffzellen In nur 6 Tagen Zu entfernen Cool Sogar einen Tag Gesperrt Äh gespart So Ich werde einfach Die Brennstoffzelle Nehmen Okay Das war Ein einfaches Rätsel Aber Es kann ja auch mal Einfach sein Es muss ja nicht immer Mit Existenziellen Philosophischen Fragen Zu tun haben Hier frage ich mich schon Auf welche Art Man es noch hätte Schmelzen können Weil so viel Habe ich ja nicht Also was habe ich denn Hier gehabt Die Sträucher Die Den Kristall Und viel mehr war nicht Ich kann eine weitere Brennstoffzelle Bei dir entdecken Kapitän Gehe ich recht In der Annahme Dass du die Während deiner Mission Gefunden hast Ja Klar Wo denn sonst Mann Was hast du denn gedacht Wo ich dir die ganze Zeit Verstecke In meinem Arsch Gute Arbeit Irgendwelche Empfehlungen Was ich damit machen soll Ich meine Edepus braucht nur eine Brennstoffzelle Um seine Verteidigung Zu betreiben Und wir haben bereits Eine Zelle Im Lagermodul Gesichert Hm Ich verstehe Was du meinst Ich denke Es steht dir frei Sie so zu verwenden Wie du es für richtig hältst Wenn du Geld brauchst Kannst du sie vielleicht An einer Handelsstation Verkaufen Wenn du ein weiteres Sternenfragment Für deine Upgrades Brauchst Kannst du sie Jederzeit zerlegen Denk nur daran Dass sie sehr wertvoll sind Okay Das habe ich auch so gewusst Danke Hm Interessant Jetzt weiß ich also grob Was ich hier machen kann Ich habe ein bisschen Angst Jetzt hier diesen Lebensmittel Generator zu benutzen Vielleicht gibt er mir Jetzt meinen alten Freund Vom ersten Planeten wieder Ich hoffe nicht Lebensmittelspender Ja Kapitän Gib mir was ich brauche Jetzt kommt die Flashlight Natürlich Ich muss nur deinen Körper scannen Moment Scanne 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 Tut mir leid Aber deine Ernährungsbedürfnisse Sind im Moment Alle erfüllt Okay aber Nein Das sind sie nicht Na gut Roboter sagt nein Ah das waren gute Ideen von euch Die ich jetzt aber erst lese Mehr Sträucher benutzen Um ein größeres Feuer zu erstellen Ja ich konnte in dem Fall Gar nicht mehr viel machen Ich hätte das wahrscheinlich Vorher machen müssen Bevor ich den Ich hätte alle Sträucher Hinhauen müssen Bevor ich den Kristall benutzt habe Ich dachte nur Die anderen Sträucher Sind dafür gedacht Um das Feuer Eine Woche lang Am Brennen zu halten Aber bisher war das eigentlich ganz gut Ganzenweg Alter was sind das für viele Schiffe Bis hier zur Barrierekontrolle Könnte ich da jetzt direkt hinfliegen Ganz viele Feinde Schaffe ich nicht Naja okay Bringt nix Was wäre denn bei der Schmugglerroute Ach da könnte ich auch einfach Drei Sternfragmente So viele habe ich aber nicht Naja mal gucken was wir hier daraus machen Aber es ist sehr interessant Hier ist Hauptziel Erde Links ist nix mehr Ich bin schon gespannt wie es weiter geht Muss ich ehrlich sagen Ich bin sehr gespannt Was hier diese ganzen Planeten noch bringen Und wo wir hier noch landen Aber jetzt gehen wir erstmal Zur Epsilon Station Und da werde ich dann hoffentlich Die Brennstoffzelle auch Einsetzen können Weil die braucht sicherlich auch Eine Station Mach's gut Andrew Einen guten Arbeitstag wünsche ich dir Manche Leute gehen ja jetzt erst zur Arbeit Andere kommen gerade Okay irgendwas was an Tag 6 Ach wir sind wieder bei dem Bösen Sir Ja Rob Wir haben das Schiff jetzt eingeholt Der mit dem Tromium Ja Ist das die übliche Vorgehensweise Du weißt schon Es zerstören Und alle Materialien Aus den Überresten sammeln Hm Ich erkenne die Signatur Von diesem hier nicht Ich glaube Ich möchte es etwas genauer untersuchen Bereite dich Auf einen Außeneinsatz vor Ich gehe rüber Und schaue es mir an Absolut Ist das meins? Ist das kleine Ding Mein Schiff? Hätte ich da nicht ausweichen können Ein unbekanntes Schiff Zwingt dich zum Anhalten Shit ich werde gebordet Schiat Soll ich da überhaupt drangehen? Du betrittst unbefugt Den lymianischen Raum Nenne deinen Namen Und den Grund Für deine Anwesenheit Sprich Scheiße Lymianischer Raum Lymianischer Raum Das sind die äußeren Regionen Niemand kann diesen Sektor Für sich beanspruchen Dieser Sektor steht unter Lymianischem Schutz Und du bist ein unbekannter Eindringling Bist du also ein guter Junge Und sagst mir warum du hier bist? Ganz ruhig Wer fragt denn überhaupt? Ob der ich ähm Paine Äh Paine Äh Wilton Generalmajor Der zweiten Raumjägerbrigade Für die allmächtige Lymianische Nation Der Planeten Mach dich bereit Geändert zu werden Ähm Warum? Was wirst du denn jetzt tun? Das geht dich nicht wirklich etwas an Aber Unsere Scanner zeigen an Dass du eine illegale Substanz In einer deiner Maschinen hast Welche Welche Substanz Und welche Maschine? In diesem primitiven Droiden Befindet sich Dromium Scheiße Das ist mein Lieblings Druide Laut Abschnitt BFR 35 Des Lymianischen Regionalgesetzes Muss alles Dromium Von nicht-Lymianischen Bürgern Konfisziert werden Aber natürlich Wirst du dafür Fair entschädigt Wenn du den Druiden Freiwillig übergibst Erhältst du 80 Credits Für deine Mühen Super wenig Geld Super wenig Und jetzt Warte Und mach dich bereit Geändert zu werden Alter Sein Name ist Sein Name ist Jeff Und er ist nicht primitiv Einem Toaster Einen Namen zu geben Macht ihn noch lange Nicht zum Chef Der Cuisine Was willst du denn Mit ihm machen? Wir werden Deinen Druiden Wie ein Ei Aufbrechen Und sein Dromium Dotter Untersuchen Ich werde Niemals zulassen Dass du mir Meinen Druiden Wegnimmst Ich Ich bitte nicht Ich bitte dich Nicht um deine Erlaubnis Deine mickrige Blechbüchse Von einem Schiff Würde keinen einzigen Schuss meines Zerstörers Überleben Selbst die Frei umherstreifenden Piraten Dieses Quadranten Sind nicht So dumm Mich frontal Zu bekämpfen Aha Jetzt weiß ich also Ich soll dich von hinten Angreifen Letzte Chance Tritt zurück Oder ich werde Dich vernichten Scheiße Was mache ich denn jetzt Jetzt muss ich euch fragen Jetzt muss ich euch fragen Jetzt wird es echt schwer Ah Und zwar Lieblingsroboter Weggeben Oder Kämpfen Das ist hart Es ist zwar nur ein Roboter Aber der hat mir nichts Nichts Schlimmes bisher getan Die KI von meinem Raumschiff Die würde ich dir geben Die ist mir egal Die ist ein Arschloch Ist ein Arschloch-KI Aber mein Robby Der hat nichts gemacht Wie heißt er? Felix Ich habe vergessen Aber der hat nichts gemacht Nichts hat er dir getan Also Was kann im schlimmsten Fall passieren Fragen manche Also Es kann schon sein Dass wir zerstört werden Bisher Sagen 98% Nein Er gehört zu mir Wie die Schraube An meiner Tür Bitte Bitte 1-0-1-0-1 Äh nie Vergess ich den Tag mit dem Roboter Na 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 Ja der Roboter Der ist so ein guter Freund Na 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 Ja 94% sind immer noch für kämpfen Ich sage euch Leute Wenn wir jetzt hier Zerstört werden Dann war es das wert Wir haben eine Roboter Zivilisation gerettet Und unseren anderen Roboter Beschützt Das kann schon Das ist wahrscheinlich schon Das Ticket Für den Himmel Läste Chance Aktiviere Schiffsweiten Sicherheitsalarm Ja Alle Mannschaftsquartiere Werden verriegelt Okay jetzt muss ich mal gucken Ähm Käpt'n Oh ähm Du hast ihn gehört Jeff Ähm Ja Äh hab ich Ähm Bitte Äh lass nicht zu Dass er mich mitnimmt Es ist mein Herz Das Stromium enthält Ich werde sterben Es tut mir so leid Ich weiß nicht Wie ich ihn für mich gewinnen kann Sein Schiff ist zu mächtig Wir hätten keine Chance Aber Ich hab Ich hab vielleicht einen Plan Ja Dann sag es mir Äh Wir könnten ihn Einfach meinen Körper geben Was Wie Was meinst du Ich könnte meine Gehirnmatrix In einen formatierten Neuralen Netzwerkchip Übertragen Ich habe mehrere davon In meine Aufladestation Gelagert Äh Du kannst mich dann Auf eine andere Hardware übertragen Wenn du nach Hause kommst Der Nachteil ist Dass ich während der Heruntergeladenen Zeit Auf dem Chip Nicht funktionieren werde Aber das Ding Das ich bin Wird überleben Das könnte funktionieren Das machen wir Auf jeden Fall Ne 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 Das machen wir Das könnte funktionieren Das ist ja eine geniale Idee Warum bin ich denn Darauf gekommen Versuchen wir es Vielen Dank Ich werde sofort mit der Arbeit An meinem Gehirntransfer beginnen Es wird allerdings eine Weile dauern Bis es fertig ist Vielleicht musst du die Eindringlinge Irgendwie hinhalten Irgendwelche Ideen Wie? Ich schlage vor Dass wir damit beginnen Die Türen des Unterdecks Zu verschließen Okay Das machen wir Unterdeck Verriegeln Das sollte die Eindringlinge Für eine Weile beschäftigen Ich sollte mehr Möglichkeiten finden Sie hinzuhalten Oh Die sind schon da ne Jeff Ja Kapitän Wie läuft es mit dem Gehirntransfer Ich habe gerade mit den Vorbereitungen begonnen Du musst sie irgendwie hinhalten Was kann ich hier machen Nee nee Bleiben wir hier Oh nein Die Luftschleise ist geschlossen Sir Dann fang an sie zu öffnen Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit So Der Gehirnchip ist installiert Jetzt muss ich nur noch den Verstärker einbauen Und den Strom anschließen Was kann ich denn hier mit machen Was ist das Was ist das Tür zum Landing Port Vehicle Okay Shuttle Bringt nix Kann ich den Ah Ich habe eine Idee Wie kann man nochmal den Strom ausschalten Ich habe den Strom Ja 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 Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Ich mach es schnell Und zwar Ah ja ja Das wird hart Schnell den Stromschalter ausschalten Ich darf wirklich nicht das ganze Schiff Ohne guten Grund herunterfahren Ja aber ich dachte Ich dachte gerade Das ist wichtig Nee okay Das hat nichts gebracht Das muss ich später machen Dann kann wahrscheinlich auch die Übertragung Nicht stattfinden Scheiße Ich habe keine Ahnung Was ich hier noch verzögern kann Habt ihr noch eine Idee Was war das nochmal Der Feueralarm Ach scheiße Okay Scheiße 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 Vielleicht kann ich da noch was machen Nee Fuck 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 Ich habe keine Ahnung Wenn ihr eine Idee habt Schreibt es mal Einen Fahrstuhl sperren Ja aber Das ist das Problem Ich kann den Fahrstuhl nicht abschalten Kann ich es hier irgendwie machen Muss ich mal gerade gucken Ob ich aus dem Kommandosessel Irgendwas machen kann Ich will den Fahrstuhl abschalten Ah ihr habt recht Oh man ihr habt recht Ihr habt recht Ihr seid so smarte Motherfucker ey Fahrstuhl reinigen Dann ist nämlich der Fahrstuhl nicht benutzbar Ja Ja Geil Ohr So Jetzt können die nicht den Fahrstuhl benutzen Das ist schon mal gut Das sollte die Eindringlinge noch mehr beschäftigen Ich denke aber Ich sollte weiter nach einer anderen Möglichkeit suchen Sie hinzuhalten Ja das will ich auch Ich dachte ja schon Den Strom abschalten ist eine gute Gelegenheit Shit Jetzt kommen wir rein Die Tür scheint zu klemmen Ich weiß nicht ob Geh zur Seite Schwächling Meine mechanisch verbesserten Arme Werden dieses kleine Rätsel lösen Aber diese Tür muss mindestens eine halbe Tonne wiegen Bewegung Alter was für ein Typ ey Das war erstaunlich General Ich weiß Rob Also wo ist der Druide den ich suche Ich werde mit dem Scannen der Innenräume beginnen Sir Mach schon und sag mir wenn es fertig ist Fuck Okay 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 Wie komme ich denn Ich komme jetzt auch nicht hoch Das ist auch so ein Problem Oder hier über die Tür Wie kann ich noch eine Verzögerung einbauen Hier will ich hin Da würde ich gerne über die Hedges Ne da geht nichts ne da ist nichts Ich dachte ich kann vielleicht Irgendwie ein Stockberg höher kommen Und dann oben den Strom ausmachen Das geht leider nicht Ich glaube ich habe den Druiden gefunden General er scheint in der Nähe der Energiequelle des Schiffes zu sein In der obersten Etage Gut Gehen wir Ob ich dann eventuell Sir Was jetzt Der Aufzug funktioniert nicht Und Es hat ihn einfach außer Kraft Ich habe es versucht Aber es funktioniert nicht Wenn diese Messwerte stimmen Wird er zur Zeit von einem anderen Ruinen kontrolliert Eine Sekunde So Verstärker installiert Jetzt ist nur noch der Strom übrig Okay Jetzt ist schon mal gut Frage ist Könnte ich Irgendwie Also ich will den Strom abstellen Aber vielleicht geht das nicht Könnte ich jetzt einfach mit denen reden Wäre das ein Fehler Mit denen zu reden Nun Hallo Kapitän Nimm die Hände runter Es gibt nichts was du tun kannst Um mir Oder meinen Druiden zu schaden Tu mir Tu mir nicht weh Sei einfach still Jetzt lass uns gehen Und deinen Druiden holen Was Wieso Aber der Aufzug ist doch leer So eine Scheiße Ich wollte ihn ablenken Stattdessen habe ich das Ganze nur noch Schlimmer gemacht Danke Bio Hadoken Superscheiße Ach die Rauchbombe Die Rauchbombe Verdammte Scheiße nochmal Ich hätte ins Labor nämlich gehen können Diese kleine Exkursion Hat mich tatsächlich Ein wenig unterhalten Ich könnte tatsächlich Hm Ja Ich glaube das werde ich mir heute sparen Oh Das war ungewöhnlich nett von dir Ich weiß Rob Manchmal habe ich Mitleid Mit erbärmlichen Lebensformen Wie diesen Bevor ich gehe Eine Warnung Wenn ich dich Oder dein Schiff Jemals wieder sehe Wirst du auf der Stelle abgeschossen Ähm Kapitän Ähm Nein Lass doch nicht zu Dass sie mich mitnehmen Hab keine Angst Jeff Ich kümmere mich darum Oh Bitte sei still Es gibt absolut nichts Dass du dich Um das du dich kümmern kannst Nun Du wurdest gewarnt Kapitän Und du Druide Wirst bald nur noch Schrott sein K-Kapitän Komm schon Robin Scheiße Das macht mich super traurig Das macht mich total traurig jetzt Nur wegen dieser Rauchscheiße Nee Ich bin sehr traurig Bin richtig traurig Jeff Kein Jeff mehr Verdammt Ich schätze Ich muss halt eine Weile Ohne Jeff auskommen Ja scheiße Das macht mich echt traurig Ich hätte wirklich Jetzt gucken wir einfach mal Ob es geht Ah Der gute Wartungstruide Ja Und jetzt Willst du Dass ich ihm befehle Sich zurückzuhalten Ja bitte Also Ich will nur Fürs nächste Mal Nochmal gucken Was ich da jetzt hätte machen können Ich habe es leider verkackt Und ich bin total traurig Kann man laden Laden Ach du Scheiße Man kann laden Okay Kurz mal gucken 22.7 Alles soweit okay Ja Das ist schon der neueste Okay Jetzt kommt natürlich die Situation Die wir schon kennen Die werde ich jetzt diesmal wegklicken Nee doch nicht Hä Moment Nee nee Das war die falsche Da Nein Mit der Situation Leben gehört bei solchen Spielen dazu Nein Das ist nicht akzeptabel I doubt it Dass ich damit leben werde Ich werde jetzt sicher nicht immer Laden oder so Aber das hier macht mich schon zu traurig Vor allen Dingen Weil ich ja wusste Was ich machen muss Ich habe nur einfach Die letzte Sache nicht richtig Ich dachte halt Ich gehe runter und rede mit ihm Das lenkt ihn ab Hätte auch funktionieren können Oh das drücke ich mal alles weg Hä Als ich wiederholen spiele Kannst du jetzt ein neues Fall Frühjahrsereignis wählen Oder das Abenteuer Erneut spielen Abenteuer wiederholen Genau Okay Ich finde auch Jeff ist es wirklich wert Dafür stehe ich mit meinem Cocktail Yummy 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 Schiff aktiviere Sicherheitsalarm Ja ja machen wir alles Komm So Moment Was war hier noch Okay Sobald das Boardingverfahren abgeschlossen ist Okay So Ja ja Labern 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 Ich kann ihn wirklich nicht hergeben Jeff Ich finde den wirklich zu nett Seine Stimme gefällt mir so gut Ich möchte ihn auf gar keinen Fall verlieren Oh Nehmen wir mal Ein Reagenzglas Und nehmen wir mal hier die Sachen Ich weiß ich muss erst runter Aber dann habe ich das schon mal Und mir ist auch noch eine Sache aufgefallen Die ich aber jetzt nicht machen kann Und zwar in der Zwischenwand Ist hier unten noch ein Zettel Wenn ihr den seht Und zwar in der Zwischenzeit 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 Okay, gut, dass es soweit so schnell wieder zu replizieren ist. Jetzt holen wir den Roboter und dann machen wir die Rauchbombe. Danke, Treff und Harald Rote-Barth. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt nochmal genau mixt. Aber ich nehme an, es ist simpel. Moment, vielleicht sollte man... Was war das nochmal? Wie war das nochmal? Was stand da nochmal? Scheiße, Labor-Terminal, oder? Wir wollten gucken... Da! Herstellungsverfahren. Sporensäure und Tuberiole mischen. Sporen und Tuberiole. Okay. Naja, also ein Regänzglas nehmen. Sporen, Tuberiole. Okay, und das Ding da rein. Und auf 100 Grad. Oh Mann, das ist so knapp. Das wird sie für eine Weile aufhalten. Ja! Geil! Oh, das haben die auch schon. So, ich bin jetzt fast fertig, Kapitän. Du musst rüberkommen und mir helfen, meinen Rücken zu öffnen, damit ich mit dem Transfer beginnen kann. Ja, und was? Ernsthaft? Wie soll ich denn jetzt hochkommen? Ja, I know! Scheiße! Scheiße! Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Sieh dich kurz um und dann gehen wir runter zur Brücke. Danke, Kohlfried auch. Ich bin sicher, dass ich seine Anwesenheit auf dem Weg nach oben riechen konnte. Okay, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Der Roboter ist... Ach, das ist ja quasi hier in dem Bereich. Okay, ich verstehe. Hier muss ich hin. Da muss ich hin. Ja. Jeff! Hey, toll! Jetzt müssen wir nur noch mit dem eigentlichen Transfer beginnen. Ich kann das nicht alleine tun. Der Schalter befindet sich auf meinem Rückenteil, das ich nicht erreichen kann. Okay, jetzt komm, sag einfach, was ich tun soll. Okay, wenn dir das Pendel anziehst, siehst du eine kleine rote Schaltfläche mit der Aufschrift Transfer. Drücke einfach auf diesen. Okay, das sieht sehr, sehr einfach aus, um ehrlich zu sein. Einen Button soll ich drücken? Okay. So, Jeff? Jeff? Bist du da? Hat es geklappt? Ich schätze schon, denn er ist nicht mehr in diesem Körper. Hallo, mein kleiner Dromium-Behälter. Wie ich sehe, hast du deinen Droiden für mich deaktiviert, Captain? Ähm, 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 ja, ähm, ja, ähm, natürlich. Seine Laufmechanik ist aber immer noch online. Rob? Ja, General? Bring den Droiden mit. Ich will diesen deprimierenden Haufen Schrott so schnell wie möglich verlassen. Ja, natürlich. Diese kleine Exkursion hat mich tatsächlich ein wenig unterhalten. Ich könnte tatsächlich, hm, ja, ich glaube, das werde ich mir heute sparen. Oh, das war ungewöhnlich nett von dir. Ich weiß, Rob. Manchmal habe ich Mitleid mit den erbärmlichen Lebensformen wie diesen. Bevor ich gehe, eine Warnung. Wenn ich dich oder dein Schiff jemals wieder sehe, wirst du auf der Stelle abgeschossen. Nun, jetzt bist du gewarnt, Kapitän. Dann los, Rob. Ja, Mann. Das war so gut. Das haben wir richtig nice gemacht. Das ist auf jeden Fall das richtige Ende. Verdammt. Ich schätze, jetzt muss ich eine Weile ohne Jeff auskommen. Ja, das schaffst du aber auch. Das war echt eine geile Aktion gerade und hat voll Bock gemacht. Ich bin aber auch ein bisschen geschafft jetzt. Also wir fliegen noch einen Ort weit, aber dann werde ich wahrscheinlich da aufhören. Könnt ihr schon mal gucken, wo ihr hin könnt. Also wo ich euch hinschicken kann, wohin ich euch raiden kann. Ihr habt sechs Tage Zeit. Eine Kurzfassung für Späteinsteiger Dirty Savior. Ja, wir sind mit einem ganz kleinen, eigentlich nicht dafür gedachten Raumschiff auf dem Weg zur Erde, um ihr zu helfen, um sie zu retten. Sie wird belagert von feindlichen Kräften, die mir auch gerade hier begegnet sind und meinen Druiden mir weggenommen haben. Ich kann nur helfen, indem ich Energiekapseln finde, Brennstoffzellen, von denen ich zwei habe. Und das ist die Epsilon-Station, die eigentlich diese Brennstoffstellen hätte herstellen sollen, die aber aus irgendeinem Grund nicht da ist und das nicht geliefert hat. Und das ist ein Riesenproblem und deswegen bin ich jetzt hier. Kapitän, wir sind an der Transportraumstation angekommen. Ja, da gehen wir noch hin. Gehen wir einmal noch kurz hin ans Dock. Täusche ich mich oder ist das dasselbe Schiff, das uns vor einiger Zeit geändert hat? Ich glaube, du hast recht, Kapitän. Das ist das Schiff, das Chef beschlagnahmt hat. Vielleicht geht es um so eine Zeitgeschichte. Vielleicht war das Schiff, das andere Schiff aus der Zukunft. Ich habe kurz vor der Station angehalten, damit sie uns nicht bemerken. Gute Arbeit. Wir wollen nicht, dass das Monster wieder unsere Fährte aufnimmt. Einverstanden. Das ist also die Epsilon-Station, die Krönung der Space Fleet-Technik. Was denkst du, Schiff? Ist es immer noch in der Lage, uns den ganzen Weg zurück nach Hause zu bringen? Ich habe nicht genug Daten, um diese Frage zu beantworten. Ach, das Schiff hier. Ich dachte gerade, die meinen das da und das hier ist aber das Schiff von dem wir reden. Ich kann da auf jeden Fall nicht hin. Wie du bereits weißt, während des Transports der Brennstoffzellen wurde Epsilon mit einem Booster-Modul verbunden. Ja, natürlich. Die Verbindung zum Modul gab Epsilon die Möglichkeit, ein Wurmloch zu schaffen, das stark genug war, um die Erde zu erreichen. Meine Sensoren können keine Spur des Moduls in der Nähe entdecken. Was? Sie ist weg? Sie zu Haus, Käpt'n. Gibt es keine Möglichkeit, sich an Bord der Station zu schleichen? Bitte warten. Ich muss einen Scan machen. Wahrscheinlich könnte ich mit geringer Leistung andocken, ohne entdeckt zu werden. Ja, toll. Wir docken nicht unbemerkt an. Korrekt. Unkonventionell. Erzähl mir einfach ein bisschen mehr von deiner Version, ne? Ich möchte deine mentale Signatur direkt über die Eingabeknoten hochladen. Ähm. Wir müssen einen offenen Datenstrom zu deinem Stammhirn auf dem Beta-Band aufrechterhalten. Moment, wa-was? Auf diese Weise solltest du theoretisch direkten Zugang zu dem System bekommen, mit dem ich gerade verbunden bin. Stopp. Was genau schlägst du hier vor? Für mich klingt das alles ein bisschen nach Science-Fiction. Ich würde dein Bewusstsein übertragen. Das bist du in mentaler Form über den Subraum an ein unbekanntes Computersystem auf einer Raumstation. So bekommst du hoffentlich direkten Zugang zur Station. Äh. Ver-verstanden, glaube ich. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich wissen sollte? Ich kann deine mentale Signatur nicht zurückbekommen. Wirklich? Jedenfalls nicht, wenn sie ihre Schilde oben haben. Äh. Ich muss also die Schilde deaktivieren, während ich da bin, um mental wieder zusammengebaut zu werden. Korrekt. Äh. Nun. Äh. Ich schätze, das ist unsere beste Option. Also. Was willst du tun? Jetzt kann ich also drüber nachdenken. Das bringt mir aber auch nicht viel. Und die Geschichte mit dem mentalen Transfer machen. Nein. Komm, wir machen den mentalen Transfer. Da brauche ich gar nicht voten. Ich weiß eh, dass ihr das auch machen wollt. Lass uns diese Sache da mit dem mentalen Transfer machen. Du bist der Käpt'n, Käpt'n. Geh einfach zum Bio-Sessel auf dem Oberdeck. Jetzt kommt das Ding. Okay. Da wären wir. Moment. Ich muss noch die Aufnahme starten. Die Aufnahme? Ja. Das ist sozusagen Neuland. Denn es gibt keinen dokumentierten Versuch, eine Signatur von Mensch zu Computer zu übertragen. Also muss es für die Zukunft aufgezeichnet werden. Moment. Aber. So. Gut festhalten, Kapitän. Aber. 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 Gute Reise. Aber. Biuuu. Der Käpt'n spürte einen kleinen Stich im Nacken und alles wurde schwarz. Auf der Kontrollbrücke ist General Everton derweil damit beschäftigt, die Kräfte der Station zu untersuchen. Bericht. Ja, ja. Ich denke, wir sind bereit, die Schutzkammer zu testen. Ich verstehe. Probier es einfach aus. Ausgezeichnet. Geh zur Seite, Rob. Das ist ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, Rob. Nun, danke. Danke mir nicht dafür, dass du nur deine Pflicht tust. Oh, natürlich nicht. Tut mir leid. Also, sind wir bereit für einen vollständigen Test, Rob? Äh, nicht direkt. Hast du die Nachricht nicht bekommen? Was denn für eine Nachricht? Ich fürchte, es fehlen noch einige Dinge. Wovon sprichst du? Wir haben jede Menge Dromium und eine dieser Space Fleet-Brennstoffzellen. Was fehlt denn noch? Die Brennstoffzelle, die wir mitgebracht hatten, war bereits aufgebraucht. Was? Du hast das vorher nicht geprüft? Tut mir leid, aber sie sind so fortschrittlich. Wir dachten, es sei okay. Ratten. Diese Raumstation muss unbedingt funktionieren. Es scanne jeden Zentimeter der Station. Vielleicht gibt es irgendwo einen Lagerraum, den wir übersehen haben. Ja. Okay. The Plot is thickening. Es wird langsam gefährlich. Captain, kannst du mich hören? Äh, was? Wo? Ich bin blind, ich kann nichts sehen. Suche nach Systemkonfigurationen. Bitte warten. Gute Nachrichten. Du scheinst in einer Art System mit optischer Hardware hochgeladen zu haben. Warte. Ich werde versuchen, es zu aktivieren. So, alles erledigt. Ist dir etwas aufgefallen? Wow. Ähm, ja, ich bin nicht mehr blind. Alles scheint perfekt funktioniert zu haben. Du bist jetzt vollständig in die Station übertragen. Ich habe dein optisches Zentrum auf eine Kamera in deiner aktuellen Hardware umgeleitet. Was kannst du sehen? Schau dich um. Ich, ich werde es versuchen. Es ist sehr dunkel hier drin. Hier scheint es eine Art Fließband zu geben. Und ich kann hier einen Druiden auf einem Stuhl sitzen sehen. Ich glaube aber nicht, dass es aktiviert ist. Was ist mit dem System, das du kontrollierst? In welcher Maschine bist du gelandet? Ich, ich bin nicht sicher. Ja, es fühlt sich fast ein wenig an, aber es fällt sich fast wie normal an, aber ein bisschen eng oder so. Könntest du im Innern eines Druiden sein? Ja, ja, das muss es sein. Ich kann es fühlen, wie es ist, in einem Druiden zu sein. Das ist so erstaunlich und beunruhigend zugleich. Denk daran, wenn du sprichst, tust du das über den Sprachemulator des Druiden. Klar, das versteht sich natürlich von selbst. Moment mal. Das ist vielleicht etwas, das ich schon früher hätte bemerken sollen. Ich habe gar keinen Körper. Ich bin nur ein Kopf, der auf einem Montagebett steckt. Ich komme hier nicht raus. Hm. Der Raum und dein Montagebrett scheinen wenig Strom zu haben. Wenn du das steigern kannst, kann ich vielleicht weitere Systeme freischalten. Okay, ich werde daran arbeiten. Ich werde dich von hier aus beobachten. Viel Glück, Captain. Das ist ja lustig. Jetzt bin ich hier also ein Druide auf der Transportstation. Und ich habe nicht viel, was ich machen kann. Dies ist ein automatischer Roboter-Montagearm. Er kann Teile an den Montagebrettern befestigen, schweißen und abnehmen. Ich schätze, dieses Brett ist irgendwie defekt. Okay, ich will ja eigentlich nur, ne? Ich will ja... Hier, also der Schweißer. Roboterarm. Kann ich den benutzen? Ja, wie denn? Das ist ja klar. Erstelle oder modifiziere Druiden, um sie an deine, sich ständig ändernden Bedürfnisse anzupassen. Präsentiert von Cloaked & Covered Corp. Nächstes Teil anzeigen, Schweißteil. Okay, das ist interessant. Da werde ich mich gleich mal mit angucken. Werde ich mich gleich mal genauer angucken. Den Druiden nochmal angucken. Hey! Das ist ja lustig. Was? Oh, was? Ich bin wach. Oh, melde mich für... Oh, äh. Hier drüben. Wer ist das? Zeige dich. Hier drüben, mein Freund. Ich bin der Kopf an der Wand. Oh, äh, was? Ich dachte, ich wäre hier alleine. Heißt das, dass du vor 20 Minuten auch schon wach warst? Vielleicht. Äh, warum fragst du? Äh, nichts. Du weißt schon, ich bleibe gerne sauber. Hey, ähm, von mir wird keiner was erfahren. Und Sauberkeit ist wichtig, ne? Wichtig, wichtig. Irgendwelche Vorschläge, wo ich einen Körper herbekommen kann. Ich bin nämlich nur ein Kopf. Nein, nicht wirklich. Ich habe meinen jetzt seit über 10 Jahren. Musste noch nie repariert werden. Die Leute halten mich für ein wenig seltsam. Aber ich kümmere mich einfach gut um meinen Körper. Also bist nur du das im Dunkeln. Um ehrlich zu sein, war ich eine Zeit lang abgeschaltet. Du weißt, wie es ist, wenn du eine 300-Stunden-Schicht geschoben hast, oder? Denk dran, ich bin nur ein Kopf. Oh, richtig. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Nö, das ist okay. Macht mir nichts aus. Ich schalte den Strom besser wieder ein. Hat er schön im Dunkeln an sich rumgewienert. Captain, ich habe gerade einen deutlichen Leistungszuwachs in deinem Systemlink bemerkt. Gut gemacht. So konnten wir die Kontrolle auf die nahegelegene Hardware ausweiten. Ich kann dir über eine Reihe von externen Überwachungskameras Zugang zu diesen neuen Systemen verschaffen. Nicht viel, aber du hast schon einmal bewiesen, dass du mit weniger sehr einfallsreich bist. Danke, Schiff. Ich werde mein Bestes geben, ne? Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich hier nächstes Teil anzeigen. Von hier aus aber nicht. Schweißteil, nichts davon geht. Dann vielleicht der Schweißer. Ne, auch nichts. Moment. Ach, da ist ja sogar nur eine Katze. Ja, weh. Miau. Okay, jetzt kann ich die Kameras wechseln. Ah, Teil anbringen im A-Slot, aber ich will zum B-Slot. Genau, das will ich eigentlich. Kamera 1, Kamera 2, Hammer, Schweißer, Tür. Ah. Hammer? Ah, okay. Da, ich dachte für einen Moment, ich muss die jetzt umbringen. Das ist super interessant. Äh, nur kann ich halt mit diesen Dingern hier nichts machen, ne? Die gehen leider nicht. Hey. 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 Ähm. Ist dir aufgefallen, dass hier eine Katze ist? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Es ist nicht gegen die Vorschriften, eine Katze hier zu haben. Ich habe das Schild gesehen und ich weiß, dass der General es nicht mag, wenn wir uns mit biologischen Lebensformen vermischen. Aber sie ist mir nicht wirklich im Weg und ich mag es, wenn sie hier ist. Wenn du die Katze nicht entfernst, zwingst du mich das zu melden. Es besteht kein Grund, irgendwas zu melden. Ich werde sie entfernen. Jetzt ist sie da. Die Tür kann ich ja öffnen. Warum? Weiß ich nicht. Also was das bedeutet, weiß ich nicht. Hahaha. Okay. Es bringt gar nichts. Äh. Dann müssen wir nochmal gucken. Ich werde nochmal mit der Katze anfangen. Die Katze ist immer noch hier. Okay. 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 Na okay, viel mehr ist es jetzt auch nicht. Mal gucken, wie sehr ich noch mit ihm reden kann. Hey. Hey. Was machen wir hier? Wir niederstufigen Droiden bekommen nicht die komplette Einweisung. Wir Köpfe auch nicht. Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, dass wir an eine außerirdische Station angedockt haben, um ihre Technologie zu sichern. Ich glaube, der General versucht immer noch die Kernfunktion dieser Station zu begreifen. Was will denn der General überhaupt erreichen damit? Warum haben wir diese Station angegriffen? Ich habe die allgemeinen Missionsziele nicht im Kopf. Wir wissen nur das Nötigste. Weißt du? Ja, aber wer bist du? Ich bin ROP3401, ein Modell der A-Konstruktion. Für... Für was steht das A? Arbeiter. Ich bin ein Arbeiter-Droide. Wer bist du? Ich bin ein Kopf. Eine Registrierung wurde mir noch nicht zugeteilt. Ich verstehe. Also, du siehst mir aus wie ein 3566. Also, okay. Bis später dann. Danke. Habe ich irgendwas eigentlich dabei, was ich benutzen kann? Nein. Also... Rätsel-Time. Wir haben... Zwei Kameras. Das war's. Super. Ein neues Paar Arme. Genau das, was ich brauche. Noch ein Teil. Bestimmt auch wichtig. Super. Ein neues Paar Beine. Genau das, was ich brauche. Jetzt kommt irgendein Schrott. Was ist das? Ist das die Mitte? Ne. Da stimmt irgendwas nicht, ne? Und jetzt? Ah, da kann ich mir also auch einen anderen Roboter sozusagen zusammenbauen. Ja, okay. Das scheint nicht richtig zu sein. Ja, aber... Kommt ja drauf an, was man am Ende machen will, ne? Damit. Aber ich dachte mir, vielleicht haben unterschiedliche Roboter ja unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten und auch Technik, also andere Technik in sich drin. kommen vielleicht irgendwo anders rein, wo jemand anders nicht reinkommt. Okay, das ist schon mal der falsche. Ich brauche eine gute Mitte. Und Hände brauche ich auch. Es gibt kein Mittelstück für mich. Ah, vielleicht muss ich das bei A anbringen. Ja, das könnte gehen. Dass die einfach auch weg sind, die Teile. Also nirgendwo hier ist ein Mittelstück für meinen Körper. Aber ganz viele Arme, Arme, Arme. Und Beine. Was bringt diese Sachen hier? Hammer. Schweißer. Und die Tür. Was ist dann wieder getrunken? Ich glaube nicht. Was ist hier, wenn wir mal in die Tür stellen? Was? Nie... Ja. Schwoihern. Ich habe es ihr hier. Und siek Tschüss. Ich habe es gebraucht. Und ich bin nie dass... du hast nicht mehr Arme. Und ich bin fast hier und es kam. Und das ist der Tür. Dann habe ich was es. Und ich bin, dass ich hier, glaube ich bin jetzt. Ungefährlecht. Und ich bin. Nö, noch nicht gerafft, was das soll. Ich hätte halt gerne sein Mittelstück. Vielleicht muss ich ihn... Vielleicht brauche ich wirklich sein Mittelstück. Die Katze ist immer noch hier. Okay, okay. Wenn ich jetzt... Irgendwas machen könnte mit ihm, könnte ich ihn vielleicht hier zerlegen oder wegschweißen oder so. Ah, das bringt nichts. Okay, ich dachte vielleicht... Okay, wie kann ich den... Wenn ich es schaffen könnte, ihn hier reinzulocken, dass er die Katze holt, aber ich kann währenddessen nichts machen. Ah, ich habe eine Idee. Okay, ich habe eine Idee. Ich mache den Hammer und benutze ihn und dann will sie ja nach rechts. Und dann... Ich glaube, das könnte klappen. Und dann rede ich mit ihm und sage ihm, ey, die Katze ist ja noch da. Und dann will er die holen. Und dann muss ich vielleicht... Ich kann nichts machen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genauso, was meine ich? Ja, 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 ja. Sehr gut, komm. Der böse Kopf da drüben schätzt deine liebenswerte Niedlichkeit nicht. Hammer. Okay, und jetzt machen wir den Schweißer. Dabei hat der Roboter nichts getan. Oh, mein Schöpfer, das war nicht optimal. Ich muss das wirklich reparieren. Hier, aber nicht mit meinem Shit. Also, wie gut, dass meine Schmerzrezeptoren gerade nicht installiert sind. Der Schmerz ist zweifellos erträglich. Führen wir ein paar nötige Eigenreparaturen aus. Jawohl. Oh, Mann. Geht's dir gut? Hm, ich schätze, Droiden können auch nicht ohne einen Kopf überleben. Anscheinend hat er das nicht ganz verdient. Aber er war ein Lakai für diesen fiesen Erelton, Evelton, Evelton, Evelton. Seht ihr? So, wie kann ich denn jetzt einen Slot anbringen? Wie kann ich meinen Kopf... Nee, das war ja Quatsch, ne? Aber jetzt hat er immerhin einen neuen Arm. Hm. Weiß noch nicht genau, wo ich jetzt hier hin will. Ah, ja. So sieht's aus. Geil. Das sollten alle notwendigen Teile sein. Ich fühle mich wieder so vollständig. Lass uns von diesem Montagebrett runterkommen. Geil. Das ist so unglaublich. Ich kann diese Arme und Beine spüren, als wären es meine eigenen. Wow. Und die Macht. Diese Maschine ist so stark. Das ist lustig, weil das ist ja dasselbe, was dem Bösewicht so ein bisschen die Motivation zu sein scheint. Der hat sich ja auch mittlerweile komplett zur Maschine umgebaut. Käpt'n. Ja, RoboCab hier. Ich erhalte hier einen riesigen Strom von Eingangsdaten. Darauf wette ich, ich bin am Leben. Geht es dir gut, Käpt'n? Okay. Ich bin viel mehr als okay. Ich bin verdammt unzerstörbar. Vorsicht. Guck dir einfach den Roboter direkt neben dir an. Was ist los, Käpt'n? Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich ein bisschen sammeln muss. Ich kann mich jetzt als ganzer Druide frei in der Station bewegen. Das ist unglaublich, Käpt'n. Nun, solange deine Vitalwerte hier gut aussehen, sollte es keinen Grund zur Sorge geben. Im Moment zeigt dein Körper eine große Anpassung an dieses Verfahren. Aber dies ist unbekanntes Terrain. Also solltest du vielleicht nach einem Weg suchen, die Schilde zu senken, damit wir andocken können. Du hast recht, Schiff. Bleib dran. Ich komme wieder. Hahaha. Schnorrr. Miau? Oh, wuff. Zisch. Was haben wir noch? Haben wir noch mehr? Miau? Ja. Okay, eins noch. Schschsch. Das mögen Katzen nicht, ne? Miau. Miau. Das wird nichts mit ihr. Muu. 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 Miau. Wir haben gerade, wir haben gerade voll die, voll die Unterhaltung hier. Oh. Willst du mir etwas sagen, kleiner Freund? Miau. Oh. Ich muss noch mal probieren. Muu. 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 Miau. Muu. 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 Muuu. Muu. 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 Katze! Dieser Druide scheint nicht in der Lage zu sein, die Touch-Steuerung zu benutzen. Es kontrolliert den Strom in diesem Raum. Dann benutzen wir den Stromkasten mal. Er scheint festzustecken. Ich kann ihn nicht bewegen. Was ist denn hier los? Alle diese Körper sind Personal der Space Fleet. Sie sind alle tot. Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Dafür habe ich vielleicht eine Erklärung, Captain. Ach ja? Diese Tür scheint nach biologischen Lebensformen zu scannen. Es könnte ein Sperrgebiet für Druiden sein. Na gut, okay. Ich könnte hier auch noch hochfahren können, glaube ich. Halt! Ich habe dich hier noch nie gesehen. Boah, hast du das gemerkt? Sehen wir nicht alle gleich aus? Das ist ganz schön unsensibel. Bist du neu? Ich bevorzuge den Begriff frisch. Hahaha, der war gut. Melde dich einfach sofort bei deinem Sergeant. Verstanden? Ähm, klar. Ach, das ist ja geil. Konversationsanfrage abgelehnt. Meine derzeitige Aktivitätsschleife ist Wachdienst. Ich drück den Wach. Hey, fass das nicht an. Ja, okay. Okay. Hallo? Achso, ich bin ja, ich bin ja, äh, kein Roder. Lass mich in Ruhe, Druide. Hey, Schwester. Okay, da geht auch nichts. Geh die Luftschleuse... Vorsicht! Schleuse nicht verriegeln, wenn Personal im Inneren. Ich bin ja kein Roboter. Ich bin ja kein Personal. Schiff! Ja, Kapitän. Ich habe das Schiff von Avelton betreten. Sei vorsichtig, Kapitän. Ich werde mich kurz umsehen und sehen, ob ich etwas finde, das ich verwenden kann. Du solltest versuchen, einen Weg zu finden, die Schilde um die Station zu deaktivieren. Sonst kann ich nicht andocken. Bestätigt. RoboCab out! Ein Griff, einen großen Tresor. Wenn das mal nicht irgendwie verbunden ist miteinander. Kontrollzentrum, eine Tür. Richtig groß, das Areal hier. Ah, das ist ja einfach. Schilde. Ausschalten! Schiff! Ja, Kapitän? Ich glaube, ich habe die Schilde deaktiviert. Kannst du das bitte überprüfen? Okay, Moment. Ja, sie sind unten. Super. Kannst du mich jetzt zurück zu meinem Körper bringen? Klar. Warte eine Minute. Ja, aber jetzt habe ich doch gar nichts erreicht. Ich dachte, ich wollte eigentlich, äh, danach was suchen. Willkommen zurück, Kapitän. Wie geht es dir? Also, ein bisschen komisch. Das ist alles. Keine brennenden Kopfschmerzen? Ähm, nein. Hm. Und keine brennenden Schmerzen im unteren Bereich der Wirbelsäule? Ähm, nicht wirklich. Hm, wie seltsam. Aber toll, schätze ich. Die Notfallbehandlung, die ich für dich vorbereitet habe, müssen wir nicht durchführen. Nun, okay. Jetzt müssen wir nur noch an der Station andocken. Soll ich uns reinbringen, während du zurück ins Cockpit gehst? Klar, mach das. Uh, voll geheimnisvoll. Ich bin voll angedockt am schlimmen Schiff. Also bestehensweise an meinem Schiff, was mit dem schlimmen Schiff verbunden ist. So. Wir sind jetzt an der Raumstation angedockt, Kapitän. Brillant. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie uns nicht gesehen haben. Wie kannst du dir so sicher sein? Also, Sie haben nicht auf uns geschossen. Ich verstehe. Okay. Also, hast du eine Idee, wie man diese Station zum Laufen bringen kann? Nun, der Wurmlochgenerator wird mit einer Bremsstoffzelle betrieben. Das wissen wir. Alle aber meine Scans zeigen, dass es auch etwas Dromium braucht. Wo kann ich Dromium finden? Nun, die Station selbst könnte irgendwo ein Lager haben. Ich bin mir da aber nicht sicher. Wenn du auf der Station auf einem Spacefleet-Droiden stößt, kannst du ihm vielleicht auch etwas abnehmen. Aber, alle Spacefleet-Droiden brauchen Dromium zum Leben. Also können sie einen solchen Prozess nicht überleben. Das haben wir ja schon eben mitbekommen, ne? Durch unseren Droiden. Ich verstehe. Ich sollte wohl meine extra Brennstoffzellen aus dem Frachtraum mitnehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber du weißt, dass sie extrem selten sind. Also verwende sie mit Vorsicht. Eine Sache noch, Captain. Ich habe noch immer Kontrolle über den Droiden auf der Station. Ich glaube, ich kann es dir ermöglichen, zwischen dir und und ihm umherzuschalten. Jedenfalls, wenn du an Bord der Station bist. Das könnte schon ganz schön nützlich sein. Vorsichtig da drüben. Danke. Ich gehe da mal runter zur Luftschleuse. Okay, das ist ein sehr guter Punkt, um mal zu speichern, glaube ich. Denn, dieses Spiel ist wirklich fantastisch. Es hat mir echt Bock gemacht. Ich werde es nochmal spielen. Ich habe auch durchaus vor, das ist jetzt wirklich mal eines der Titel, wo ich das sage und mich dann auch hoffentlich dazu bringe, es dann auch zu machen. Aber das will ich echt weiterspielen, zu Ende spielen. Da waren schon einige coole Sachen jetzt dabei. Ich habe ja bestimmt, wie viel habe ich gespielt? Drei Stunden. Hat mega Bock gemacht. Ich würde es auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Ich würde gerne das Ende sehen. Und ich hoffe, ich schaffe es bis zum Ende in irgendeiner positiven Form, ohne zu viel zu verlieren. Weil es echt ein Spiel ist, was einem immer mehr nimmt, bis man nur noch auf dem Rückgrat gerade so über die Ziellinie geschliffen wird von seiner KI. So stelle ich es mir vor. So soll es nicht werden. Es ist aber richtig nice. Und bitte, bitte, bitte guckt es euch an. Ich werde auch Nine Witches, weil ich jetzt gerade wieder lese, auch Nine Witches werde ich noch fertig spielen. Da fehlt mir eigentlich nicht mehr viel. Ein, zwei Stunden. Tut mir leid, dass ich es bisher noch nicht geschafft habe. Aber das hat mir auch gerade wieder auch Bock gemacht. Und ich habe auch wieder Interesse bekommen, Nine Witches werde ich zu spielen, aber auch The Captain. Beide Titel. Vielleicht werde ich mal an einem selben Tag machen. Oh, sehe ich jetzt erst. Danke an Kalle und seine Raider. Ich habe das erst jetzt gesehen. Der hat mich ja schon vor einer Stunde geradet. Nehme ich sehr, sehr gerne. Er hat mir auch vor kurzem eine Nachricht geschrieben, weil wir ja planen, einen Podcast miteinander zu machen. Könnt ihr gerne auch eine Meinung dazu äußern, die nächsten Tage, wenn ich wieder da bin. Aber jetzt höre ich erst mal auf. Und das waren am Ende, glaube ich, echt vier Stunden fast oder so. Also tolles Spiel. Holt es euch, The Captain, 18 Euro. I love it. I love it so fucking much. So, ich schicke euch jetzt zu, wohin eigentlich? Wohin könnte ich euch raiden? Wer ist noch da? Pete Smith, Bonja, Dalu und Sympathisch TV. Die altbekannten Klassiker sind bei mir immer ganz oben auf der Liste. Wer ist denn noch da? Rocket Beans ist da. Ah, mit Formel 1, 22. Okay, Leute, jetzt könnt ihr mal so richtig Spaß haben. In wenigen Minuten geht es nämlich los mit dem Formel 1 Tech Tournament. Hier könnt ihr alle raiden. Und das freut mich immer ganz besonders, wenn ich meinen geschätzten Freunden und Kollegen von Rocket Beans ein paar Leute rüberschicken kann. Da freuen die sich. Da sind im Moment nur 400. Also bitte zügig auf den Kanal und dann zumindest kurz mal Hallo sagen. Da freuen sich alle drüber. 900 Leute. Das freut mich sehr, dass ich so viele Leute da hinschicken kann. Das machen wir jetzt. Und jetzt sind sie auch schon weg. Und ich freue mich vor allen Dingen jetzt auf den Feierabend. Ich wollte um 5 Schluss machen. Jetzt ist es 7, 8. Daran merkt man immer, dass es ein guter Stream war. Daran merkt man auch, dass die Spiele geil waren. Und ich sage mal so, ich habe vor, morgen oder so, das nächste Mal, wenn ich ein Spiel aufmache und alleine was spiele, wenn es nicht mit Keys ist, weil mit dem habe ich was vor die Woche, werde ich hier dieses Spiel weiterspielen. Und jetzt habe ich irgendwie voll Bock auch bekommen auf Nine Witches. Das werden wir dann auch endlich mal fertig spielen. Es tut mir leid, dass es immer so lang dauert und ich es immer verspreche. Aber das Spiel ist toll. Eigentlich könnt ihr es jetzt kaufen, weil es unbesehen, ihr habt jetzt viel gesehen, ihr habt ein paar Stunden gesehen, das geht noch eine ganze Weile weiter und es ist vor allen Dingen so, es ist auf so viele Arten spielbar. Man kann da sehr viele verschiedene Enden scheinbar erreichen für jeden Abschnitt der Reise. Und das ist einfach ein ganz tolles Prinzip. Ich feiere es sehr und hoffe, ihr könnt damit auch was anfangen. Jetzt sage ich Tschüss und wünsche euch einen schönen Abend, schönen Nacht, schönen Mittag, schönen Morgen, wann auch immer ihr es guckt. Lasst mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar los oder ein Abo. Freue ich mich immer sehr darüber. Bis dann. Tschüss. Und wieder mal zu meinem kleinen Schlauchbüro. Ich bin hier. Es ist ein Freitag, natürlich. Wochenende. Es ist ein Freitag um 16.20 Uhr und das bedeutet, ich habe den ganzen späten Nachmittag Zeit für euch. Ich habe alles gemacht, was man machen muss. Ich war mit dem Hund raus. Ich habe sogar Wäsche gemacht. Mehr war nicht. Und Meetings noch. Zwei Meetings habe ich gemacht. Also ich habe heute alles schon erledigt. Jetzt ist Zeit für ein bisschen rumgezocke. Und ich habe ein Spiel von gestern heute nochmal ausgepackt. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich das weiterspielen will. Mir war klar, ich will es weiterspielen. Aber die Frage war, wann spiele ich es weiter? Alter, ich habe mich jetzt heute und damit begrüße ich auch dich, Pezzo Enrico Palazzo. Hallo, Pezzo22. Schön, dass du hier bist und den Pepe mitgebracht hast. Ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr Leute rein. Denn gestern habe ich, wie gesagt, schon The Captain angefangen. Und es hat mir heute, als ich darüber nachgedacht habe, sofort wieder Bock gemacht, zu wissen, wie es weitergeht. Kurz zur Erklärung, falls ihr gestern verpasst habt. Danke, hallo auch Mioba und Nava-Nava-Wom. Nava-Wom. Das klingt gut. Das klingt wie so ein Avatar. Irgendso ein Volk. Die Nava-Wom. Die Nava-Wom werden niemals für uns kämpfen. So. Irgendwie so. Die Nava-Wom haben nie an den großen Mutterbaum geglaubt. Ja, guter Name auf jeden Fall. Lass ihn dir nicht klauen von Hollywood. Auch Randy und Chinook und alle anderen Begrüßungen. So. Kurz mal hier das Spiel gezeigt, damit ihr einmal wisst, worum es geht. Und ich fasse einmal zusammen, was genau wird hier gleich passieren. Also. Wir spielen einen Kapitän. Den Captain. Und der eigentlich am Rande eines Wurmlochs kontrollieren sollte, dass da irgendwie alles läuft. Denn es geht um eine wichtige Lieferung von Brennstoffzellen. Die müssen zur Erde. Denn die Erde wird angegriffen von einer außerirdischen Macht. Die haben wir auch schon im Spiel ein bisschen kennengelernt. Aber so richtig wissen wir immer noch nicht, was das eigentlich ist für eine Macht. Das sind auf jeden Fall, das ist eine Mischung aus übel gelaunten Typen und Robotern, die er wiederum befehligt. Und die befinden sich mit einer Art Strahlenwaffe direkt auf dem Weg zur Sonne unseres Sonnensystems. Das bedeutet, sollten sie dort ankommen, und am Start des Spiels waren das ungefähr 700 Tage, also man kann so sagen, zwei Jahre plus x. Sollten die da vor uns ankommen und wir es nicht schaffen, diese Brennstoffzellen dorthin zu bringen, dann war es das für die Erde. Und dummerweise arbeitet auch unsere Frau an der Verteidigungslinie. Also wir werden uns da moralisch vielleicht auch noch entscheiden müssen, ob wir quasi für die Familie das quasi die Spezies opfern oder so, könnte ich mir vorstellen. Wo sind wir aber jetzt gerade? Wir sind mehrere Planeten schon durchgehüpft, haben da immer Abenteuer erlebt, die wirklich Spaß gemacht haben, die vor allen Dingen auch sehr erinnert haben an die besseren Folgen der klassischen Star Trek, der TNG-Star Trek, anderer Star Trek-Serien, die gute Qualität hatten, was die Folgen angeht. Es war jetzt mal was anderes, es war nicht immer dasselbe Prozedere, sondern man geht auf den Planeten, da gibt es da verschiedene Dinge, die man machen kann. Man kann auch einem Notsignal hinterher, man kann aber auch einfach direkt diese Brennstoffzellen, die wie gesagt so ein bisschen der rote Faden sind in diesem Spiel, die man immer aufsammeln muss, die man auch anderweitig verwerten kann, die aber total wichtig sind. So, und die kann man dann meistens in einer Art von Rätsel, Adventure, Element kann man die dann für sich beanspruchen und kann die auf sein Schiff holen und dann geht man immer weiter durch die Galaxis auf den Weg zurück zur Erde. So, Extra Hammer, hast du alles verstanden? Seit drei Monaten abonnierst du jetzt mit Prime. Hast du jetzt mal kapiert, was ich hier mache mit dem Käpt'n? Ich glaube ja, ich glaube er hat es verstanden, auch wenn er sich jetzt wundert. Warum werde ich jetzt angeschrien? Warum werde ich jetzt angeschrien? Ich habe dich gerade abonniert, warum schreibst du mich an? Warum schreibst du mich an, Simon? Ähm, hi, fühle dich begrüßt. Extra Hammer ist immer gut, einen Extra Hammer zu haben. Gibt ja auch diesen Song, ne? If I had the extra hammer, I would extra hammer in the morning, I would extra hammer in the evening, I would extra hammer all day. Hey, ja, das waren die 60er für euch oder die 50er. Naja, was ich eigentlich sagen wollte ist, wir spielen jetzt The Captain. Wir sind gerade, das muss ich vielleicht kurz noch erklären, auf einem feindlichen, naja, das ist anders. Was ist das? Oder herstellt und vor allen Dingen auch mit einem schwarzen Loch von A nach B schickt. So, wir sind aber mit unserem kleinen Puppelraumschiff ganz weit außerhalb und haben uns gerade so in die Reichweite dieses Planeten oder nicht des Planeten, dieser Station begeben, die ja eigentlich zu unserer Föderation gehört, um uns dann, und das ist der harte, schwierig zu glaubende und auch schwer zu verstehende Teil, wenn man das nicht gesehen hat, um unser Bewusstsein in eine Maschine zu strahlen, zu transportieren, zu übertragen, die sich auf diesem Schiff befindet. So, und was wir letztes Mal gemacht haben, war, einen Roboter zusammenbauen, in dem der Geist von unserem Piloten ist, der eigentlich weit weg in einem anderen Raumschiff ist. Wir wollen natürlich nicht entdeckt werden von den, äh, von den Bösen, nenne ich sie einfach mal, die da angedockt haben. Und jetzt kommt's. Und wir sind wir als Android einmal durch unser, äh, durch dieses andere Schiff quasi, äh, unserer Einheit gelaufen, an die Andockstelle, in das Schiff der anderen. Und da haben wir den Schild abgestellt. Und das war nur eine kleine Mission von, von zwei Dutzend kleinen Missionen, die alle zusammen das Spiel ergeben. Wie gesagt, wahrscheinlich wird das fürs VOD am Ende einfach rausgeschnitten, aber damit ihr, die jetzt hier gerade reingekommen seid, neben der Minute Werbung, die gleich noch kommt, dass ihr zumindest auf einem Stand seid, wenn ihr das jetzt nicht mitbekommen habt. Ihr könnt auch gerne andere informieren, ihr könnt euch gerne auch, also die reinkommen, meine ich, in Chat, könnt auch gerne mal irgendwelche, äh, Story-Videos oder Trailer oder so dazu angucken, damit ihr auf einem Stand seid, weil das Spiel hat's echt verdient und ist bisher super spannend gewesen, sehr unterhaltsam und, ähm, einfach... Also, es wundert mich, dass man mit so wenigen Mitteln, weil es ist eigentlich nur eine pixelige Retro-Grafik und Texte, die ich dann, äh, minder qualifiziert vorlese, dass trotz dieser Reduktion so ein spannendes, vielseitiges Abenteuer dabei rausgekommen ist, was wirklich Spaß macht zu spielen. Also, das ist die Art, wie Spiele eigentlich sein sollten, ne? Zumindest die simplen Spiele. Ich weiß natürlich, es sind halt alles kein Triple-A und so, äh, aber mit dem, was man hier hat, kann man schon spannende Geschichten erzählen und das reicht. Und das ist ziemlich cool. Wenn ihr euch noch an Oregon Trail erinnert, wie gesagt, jetzt kommt eh kurz Werbung, läuft noch, jetzt ist gleich wieder, sind die anderen wieder hier. Wenn ihr euch an, äh, Oregon Trail erinnert, das ist ein ganz alter Titel aus dem, ja, weiß ich nicht, da waren Spiele gerade mal erfunden. Und da geht es auch darum, so einen typischen Western-Track, einmal durchs Land zu fruchtbaren Wiesen, nehme ich an, wo die Büffel sich selbst erschießen, äh, hinzubringen. Und auf dem Weg ist immer ganz viel passiert, irgendwelche Random-Elemente. Und wenn ihr das noch kennt, das war reiner Text und da sind halt immer Leute gestorben und irgendwelche Krankheiten und dann Angriffe von irgendwelchen, äh, anderen, äh, Crews. Ich nehme an, es waren in dem Fall amerikanische Ureinwohner, die eigentlich nur ihr Land zurückhaben wollten. Aber gut, in dem Spiel jedenfalls waren das die Bösen. Und was ich damit meine ist, man, man hatte so eine Tour, so eine Road, so ein Roadtrip durch den Wilden Westen. Und genau so fühlt sich The Captain an. Äh, manche haben auch Faster Than Light, äh, erzählt, als, äh, oder reingeschrieben in den Chat als eine der möglichen Parallelspiele, die auch so ein bisschen sind. Aber ich finde, das hier ist viel filigraner, viel ausgereifter. Da ist die Story noch im Vordergrund. Und jetzt höre ich auf. Mmh. Übrigens, ähm, wenn ihr, äh, auf Oregon Trail steht, auf diese alten Sachen, dann gibt es ein Spiel, das kann ich euch empfehlen, das kostet wahrscheinlich auch nur einen Euro. Das heißt, Oregon Trail. Das ist quasi Oregon Trail, eins zu eins kopiert mit Zombies. Also man fährt mit dem Roadtrip sozusagen durch eine Zombie-Welt. Und das ist trotz der 50 Jahre alten Grafik immer noch besser als die verdammte Serie, die ich mir gestern für Butterbinge angucken musste. Och, die ist ja so schlecht. Die ist ja spektakulär schlecht, das neue Resident Evil. Das, da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll, ohne einfach jede einzelne Szene auseinanderzunehmen. Weil, übergeordnet zu sagen, dies ist ein Haufen Scheiße, wäre einfach, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Man muss es eigentlich aufdröseln, warum und was eigentlich an dieser furchtbaren Serie so furchtbar ist. Und da könnte man eine Stunde reden. Freut euch auf die nächste Butterbinge-Folge. Da werde ich nämlich übernehmen, weil der Schröckert ist krank, habe ich schon ein, zwei Mal erwähnt. Ich dachte, es wäre auch bei The Boys, war aber dann letztendlich doch nur bei Resident Evil. Und ich glaube, das wird eine Wiederholung von der Halo-Folge, wo dann einfach nur gehatet wird. Es tut mir jetzt schon leid, aber ich kann die Serie nicht gut finden. Gregor ist auch dabei, der meinte, er hat sich durch die Erste bisher durchgekämpft. Ich will auch niemanden haten, der jetzt die, der die geguckt hat und voll gut fand. Für mich war es ein absoluter Super-Gao. Der absolut, der schlimmste, anzunehmende Unfall und die absolute Beendigung allem, was mit Resident Evil außerhalb von Spielen zu tun hat. Für mich reicht es jetzt. Ich will nichts mehr von Resident Evil in irgendeinem Medium hören. Ich will die Spiele spielen und ansonsten sollen sie es einfach lassen, weil es einfach mittlerweile nach dem Film, nach den Wes Anderson-Filmen, nach den ganzen CGI-Filmen, es ist einfach durch. Es funktioniert nicht, obwohl es die einfachste Geschichte der Welt ist, will es einfach nicht funktionieren. Es scheint einfach nicht zu klappen. Okay, so, ich höre jetzt auf. Danke, XS1CHT83. 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 Jedes Mal, wenn ich deinen Namen sehe, denke ich mir, nee, das heißt was. XS1CHT83. So, ich höre jetzt auf. Meine Infos, meine Meinungen zu Resident Evil, werdet ihr bei Bade and Binge sehen. Nächste Woche, Dienstag wird es aufgezeichnet. Und jetzt, hier, wird hoffentlich direkt jetzt reingeschnitten fürs VOD. Ihr wollt euch mein ganzes Gelaber sicherlich nicht anhören. Und ihr wisst noch ganz genau Bescheid, worum es in The Captain geht. Hier spielen wir jetzt einfach weiter. Ich drücke auf Geschichte und fortsetzen natürlich und bin gespannt, wo wir landen. Ich weiß es natürlich schon. Hier an der Roboter-Lieferstation. Zusammenbaustation. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe meinen Kopfhörer abgebaut. Ich muss eine Sekunde den holen, der ist in dem nächsten Raum. Bis gleich. So, sorry, gestern habe ich auf dem Balkon gehört und wollte die Leute nicht stören, habe den Kopfhörer benutzt und dachte mir noch beim Hinlegen, ach, morgen wirst du wieder mitten im Stream merken, dass du den noch nicht angeschlossen hast. Du Trottel. So, jetzt seid ihr also schon seit einer Minute hier mit mir zusammen in diesem Raum. Es ist ein feindliches, naja, es ist kein feindliches Raumschiff, aber es ist bevölkert von Feinden im Moment. Es wurde übernommen und diese ganze Geschichte war eine Questreihe, die dafür gesorgt hat am Ende, dass ich zusammengebaut werde. Das brauche ich jetzt nicht nochmal alles zusammenfassen, aber der Kollege tut mir auf jeden Fall leid. Der hat sich mehr oder weniger geopfert. Wir haben sein Bruststück bekommen, aber wir werden es sicherlich auch gut einsetzen. Das ist jetzt, wie gesagt, unsere Station, also die Station, die auf unserer Seite sein sollte, aber sie ist offensichtlich übernommen worden. Jetzt muss ich mal gucken, letztes Mal. Mal schauen. Es ist ein großer Metallbehälter. Ach nee, ich bin ja ein Roboter. Ach, ist egal. Der obere Deckel kann geöffnet werden und er sieht wirklich schwer aus. Dann mache ich ihn nochmal auf, oder? Ich kann mit diesen starren Druiden nicht hinunterklettern. Was heißt das? Ich kann ihn aber nehmen. Also, kurz eine Sache zum Erklären. Ich bin letztes Mal schon hier runtergelaufen. Hier runter und dann komme ich auch zu dem Schiff des Feindes, der sich hier befindet. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Da hatte ich aber schon damals das Gefühl, dass ich ein bisschen zu früh dorthin gegangen bin. Ähm, und vielleicht muss ich hier noch was machen vorher. Das ist schon ungewöhnlich, dass ich hier diese Kiste tragen kann. Oh. Personal der Space Fleet ist natürlich leider tot. Aber mal gucken, ob ich hier nicht vielleicht nochmal hoch kann. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Ansonsten ist so ein... So eine Box tragen natürlich auch eine gute... Eine gute Ausrede für einen Roboter. Der hat dann immer was zu tun. Das ist halt sein Job. Sie wurde von einer Art Phaser in den Kopf geschossen. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Das ist ja nun mal hier passiert, als die geentert haben. Und das hier ist ein Bereich, den ich noch gar nicht gesehen habe. Chatbanner-Schild. Das warme Space Fleet Blau spendet mir immer Trost. Ja, so ist es tatsächlich. Blau sind immer die Guten. Wir hatten eine... Oh mein Gott! Diese Mann aus Terralien. Terralien wurde die Kehle aufgeschlitzt. Ja, es tut mir ja auch leid. Wir haben ein Rätsel gehabt, wo zwei Knöpfe waren. Ein blauer, ein roter. Wir haben über den Chat entschieden, den blauen zu drücken. Und werden wohl nie erfahren, was denn jetzt eigentlich wirklich da passiert wäre. Denn wir wurden einfach zurückgeschickt. Das sind so manchmal die Missionen und die kleinen Abenteuer im All, wenn man auf den Planeten geht und da irgendwas auf einen wartet und man weiß es aber vorher nicht was. Was? So, ich frage mich gerade, ob ich letztes Mal... Halt! Ich habe dich hier noch nie gesehen. Woran hast du das gemerkt? Sehen wir hier nicht alle gleich aus? Das ist ganz schön unsensibel. Bist du neu? Ja, tatsächlich habe ich den Gespräch-Dialog schon mal geführt. Grüße auch an TheExtrahammer. Danke für die Verschenkt-Abos. Nein, ich bin schon die ganze Zeit hier. In Ordnung. Hast du deine Befehle schon erhalten? Ja, ich soll hier so wichtige und geheime Sachen machen. Wunderbar. Weiter so gefreiter. Okay. Die habe ich schön verarscht. Jetzt könnte ich auch hier oben nochmal irgendwas machen. Irgendein Projekt ist hier geplant und das soll natürlich nicht zu unserem Vorteil sein. Ich glaube es ist das schwarze Loch, was sie hier generieren wollen. Sie wissen aber nicht genau wie. Denn sie haben nicht die technischen Fähigkeiten. Aber sie könnten es mit dieser Station schaffen. Aber sie wissen halt noch nicht wie. Ich werde ihnen sicherlich nicht helfen. Und ein bisschen frage ich mich, ob ich das Ding auch einfach jetzt hinstellen könnte irgendwo. So, hier wollen wir ja hin. Wir wollen über die Luftschleuse, nämlich auf das Schiff des Feindes. Ach Leute. Wasser. Wasser. Wasser ist echt so eine geile Sache. Schiff. Ja Kapitän? Ich habe das Schiff von Ableton betreten. Sei vorsichtig Kapitän. Ich werde mich kurz umsehen und sehen, ob ich etwas finde, das ich verwerten kann. Du solltest versuchen einen Weg zu finden, die Schilde um die Station zu deaktivieren. Sonst kann ich nicht andocken. Bestätigt. RoboCap out. RoboCap. Ja, so nennt er sich selbst. Er ist ja der Kapitän. Er kann sich so nennen wie er will. Okay, wir haben das Fass. Eine Tür. Tresor. Zwei Griffe. Mhm. Bedienfeld für fertig ferngesteuerte Systeme. Ah ok. Das war es nämlich. Genau. Die Leim Republik. Das sind die Bösen. Glaube ich zumindest. Und das ist hier dieser Zerstörer Klasse. Jetzt werde ich die Schilde ausstellen. Und das orangefarbene ist das Schiff der Feinde. Schiff. Ja Kapitän? Ich glaube ich habe die Schilde deaktiviert. Moment. Kannst du das bitte überprüfen? Ok. Moment. Punkt. 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 Ja. Sie sind unten. Super. Kannst du mich jetzt bitte zurück zu meinem Körper bringen? Klar. Warte eine Minute. Jetzt frage ich mich gerade ob ich nicht vielleicht doch noch was hier hätte machen müssen. Vielleicht kommt das später. Aber irgendwas. Die machen doch nicht drei. Die machen doch nicht drei Elemente hier hin. Und geben mir diese Kiste ohne dass das alles irgendeinen Sinn hat. Vielleicht kann ich in der Kiste meinen Roboter sichern. Vielleicht kann ich den irgendwie schmuggeln. Der wurde nämlich gefangen genommen. Mein R2D2 aus meinem Schiff. Lange Geschichte. Willkommen zurück Kapitän. Wie geht es dir? Also. Ein bisschen komisch. Das ist alles. Keine brennenden Kopfschmerzen? Äh. Nein. Hm. Keine brennenden Schmerzen im unteren Bereich der Wirbelsäule? Nicht wirklich. Hm. Wie seltsam. Aber toll. Schätze ich. Die Notfallbehandlung, die ich für dich vorbereitet habe, müssen wir nicht durchführen. Äh. Nun. Okay. Jetzt müssen wir nur noch an der Station andocken. Soll ich uns reinbringen, während du zurück ins Cockpit gehst? Ähm. Klar. Ähm. Mach das mal. So. Jetzt docken wir endlich an. Haben wir wie gesagt gestern schon gehabt. Ich musste aber hier in Spielstand laden. Jetzt seid ihr aber auch alle up to date. Würde ich sagen. Selbst wenn ihr gerade erst dazugekommen seid, gestern verpasst habt. Dann wisst ihr zumindest jetzt worum es geht. Und warum wir hier sind. Äh. Ich weiß auch nicht, wie groß diese Mission wird. Also normalerweise sind die Missionen so, naja, zwischen 15 Minuten und vielleicht auch mal 30. Aber das ist ne storyrelevante Riesenmission, hab ich das Gefühl. So. Wir sind jetzt an der Raumstation angedockt, Captain. Brillant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns nicht gesehen haben. Wie kannst du dir da so sicher sein? Also. Sie haben nicht auf uns geschossen. Ich verstehe. Okay. Also. Hast du ne Idee, wie man diese Station zum Laufen bringen kann? Nun. Der Wurmlochgenerator wird mit einer Brennstoffzelle betrieben. Das wissen wir. Ja. Aber meine Scans zeigen, dass es auch etwas Dromium braucht. Kurze Erklärung für euch. Dromium ist so ein Element, was in vielen Maschinen drin ist. Also deswegen hat auch der Bösewicht meinen Roboter geklaut, weil da Dromium drin ist. Wir haben aber den Chip von dem Roboter übertragen. Quasi auf mein Raumschiff. Und da wartet der noch drauf, bis er einen neuen Körper kriegt. Das ist wichtig. Wo finde ich das denn? Ja, aber wo kann ich denn Dromium finden? Nun. Die Station selbst könnte irgendwo ein Lager haben. Ich bin mir da aber nicht sicher. Wenn du auf der Station auf einen Spacefleet-Troiden stößt, kannst du ihm vielleicht auch etwas abnehmen. Aber alle Spacefleet-Troiden brauchen Dromium zum Leben. Also können sie einen solchen Prozess nicht überleben. Ich verstehe. Ich sollte wohl meine extra Brennstoffzellen aus dem Frachtraum mitnehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber du weißt, dass sie extrem selten sind, also verwende sie mit Vorsicht. Eine Sache noch, Captain. Ich habe noch immer Kontrolle über den Droiden auf der Station. Ich glaube, ich kann es dir ermöglichen, zwischen dir und ihm umherzuschalten. Jedenfalls, wenn du an Bord der Station bist. Achso, ja. Jedenfalls, wenn du an Bord der Station bist. Das könnte super nützlich sein, Digga. Vorsichtig... Entschuldigung. Vorsichtig da drüben, Kapitän. Danke. Ich gehe dann mal wieder runter zur Luftschleuse. Okay. Dann gehen wir mal runter und schauen, wie jetzt gleich die Rätsel... Ja, wie die sich gleich mir zeigen. Denn ich denke, es wird einiges mit diesem Roboter zu tun haben, den wir parallel auch noch steuern können. Ja, jetzt weiß ich nicht. Öffnen, ne? Ich hoffe, es ist richtig. Oh, danke, Liebesdiener. Der purpur behelmte Liebesdiener. Und B-Sami 82. Tagchen im Monsters und Graf Mon, wie fandest du die erste Folge der dritten Staffel von The Boys? The Boys. Ich bin mit der Staffel durch und... Mua! Mua! Ich möchte mit der dritten Staffel von The Boys Sex haben. Gnadenlosen Hardcore Gangbang Popoboom Sex. Ich bin für alles offen, was The Boys anbietet. Ich mache alles, was sie wollen. Hauptsache, sie bringen einfach noch mindestens zwei neue Staffeln. Ähm, aber wir haben auch demnächst eine Amazon... äh, Amazon... Eine Rocket Beans Folge mit Butter Binge dazu. Okay, ich bin jetzt hier auf der Luftschleuse. Ich nehme an, das ist jetzt schon auf dem Raumschiff, ne? Und die Frage ist, muss ich mir da vielleicht so einen Anzug anziehen? Damit man mich nicht erkennt. Ein Standard Space Fleet Raumanzug. Das werde ich tragen, wenn ich aus irgendeinem Grund einen Weltraumspaziergang machen muss. Okay, vielleicht. Also, kann ich den schon nehmen? Ich, äh, brauche das jetzt nicht. Es ist absolut sicher, die äußere Luftschleusentür zu öffnen, wenn wir angedockt sind. Okay, dann mache ich das. Jetzt darf ich nicht das Falsche sagen. Vorsicht, unter Druck setzen nach Dekompression. Ich kann ja eh nur öffnen klicken. Hahaha, du meinst also, du stehst auf Boys? Ja, von mir aus auch das. So kann man das durchaus zusammenfassen. Ah, die Ecke, wo ich mich vorhin schon gefragt habe, warum gibt es sie überhaupt? Ja gut, das ist natürlich dasselbe wie vorhin, ne? Kann man da noch irgendwas anderes machen? Ne, nur gucken. Hier steht welches Schiff gerade an der Luftschleuse angedockt ist. Im Moment ist es meine eigene Schönheit, die Kopernikus. Ah, jetzt weiß ich auch endlich mal wie das Schiff heißt. Simon, wirst du nochmal bei der Arma 3 Nacht mitmachen? Auf jeden Fall habe ich Bock darauf. Wahrscheinlich dann eher von hier aus. Aber ich kann nicht sagen, ob das zeitlich passt. Das hängt ja auch immer davon ab, was ich in der Woche dann alles zu tun habe. Letztes Mal hat es nicht geklappt, aber ich hätte durchaus nochmal Lust. Captain. Ja, Schiff? Ich habe gerade meinen internen Scan der Station beendet. Ich habe das Kontrollzentrum für den Wurmlochgenerator gefunden. Sie befindet sich zwei Stockwerke unter dir. Das ist toll. Ja, aber... Avelton arbeitet gerade dort unten mit seinen Druiden. Okay, ich glaube jetzt, ich weiß, wo es ist. Ich bin tatsächlich als Druide daran vorbeigegangen. Hast du eine Idee, wie du sie weglocken kannst? Nicht wirklich, aber ich erkenne ein Sicherheitsgehäuse, das um die Bedienelemente herum installiert ist. Wenn du dich irgendwie an ihnen vorbeischleichen und den Käfig aktivieren kannst, können sie dir nichts tun. Ah, aber im Käfig werden sie mich doch sicher bewerken, oder? Wie komme ich da also wieder raus, nachdem ich das Wurmloch erzeugt habe? Es tut mir leid, aber das weiß ich nicht. In Ordnung. Hm. Danke. Okay, so langsam schlummert in mir ein Plan. Zwar noch ohne konkrete Endlösung für den Plan, meine ich jetzt, sondern... Ich weiß aber schon, was ich machen könnte. Ich weiß nur nicht, wie ich dann da wieder rauskomme. Ich halte das für keine sehr gute Idee. Da unten wimmelt es nur so vor feindlichen Druiden. Ja, da hat er recht, ne? Da werde ich direkt gefangen genommen, deswegen kann ich das gar nicht machen. Als Druide könnte ich mich hier hin bewegen. Aber halt nicht als Mensch, ne? Könnte ich jetzt hier wechseln? Ja, vielleicht damit. Schiff! Ja, Kapitän? Ich würde jetzt gerne wieder auf den Druiden umschalten. Wie genau mache ich das? Nun, schließe einfach deine Augen und denke fest daran, jemand anderes zu werden. Und es sollte automatisch passieren. Du meinst so? Oh, es sieht so aus, als hättest du es geschafft. Okay, jetzt bin ich hier wieder mal der Kollege, der mechanische Kollege. Ich beginne Menschen zu verstehen, die ihren Körper mit kybernetischen Implantaten verändern. Was interessant ist denn, der Oberbösewicht macht genau das immer wieder und ist schon fast mehr Maschine als Mensch, aber sagt ihm das nicht, das mag er nicht. Oh, jetzt muss ich erst mal gerade gucken, was genau hier eigentlich ist. Das ist das Kontrollzentrum, Schilde habe ich runtergemacht, Droiden kann ich, was ist das? Derzeit sind 56 Droiden über das drahtlose Netzwerk verbunden. Wenn ich die jetzt trenne, was passiert dann? Oh! Aber es passiert für alle! Was? Droide? Hm, die Kontrollverbindung zu meinem Schiff muss unterbrochen worden sein. Ich gehe besser hin und starte ihn neu. Geil! Das ist ja wie ein Manic Mansion. Ich schätze, es sollte sicher sein, da runterzugehen, solange die Droiden deaktiviert sind. Ich weiß es noch nicht. Kurz mal gucken. Ja, er ist weg. Das ist wie Manic Mansion, wenn man weiß... Geil! Wenn man Edna mit der Türklingel an die Tür lockt. Es ist ein Schlitze der gleichen Größe wie eine Brennstoffzelle. Dann werde ich hier nun eine Brennstoffzelle hineinfügen. So, und nun drücke ich... Oh, er kriegt das vielleicht mit. Mal sehen. Wie habe ich das nochmal gemacht? Oh, nun wird der Hebel gezogen. Der Käfighebel wird gezogen. Ich ziehe den Hebel. Klackidi-Klackidi-Kluck. Oh, scheiße. Ich habe gar kein Dromium. Das war eine dumme Idee. Scheiße. Ich muss wahrscheinlich gleich neu laden. Mach den Käfig wieder auf. So, nimm dem jetzt hier das Dromium weg. Oh, scheiße. Vielleicht muss ich erstmal weiter. Vielleicht ist das noch gar nicht meine Aufgabe. Droide, Droide, Droide. Ruftaste. Könnte man da hingehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wenn ich hier die Ruftaste... Ah, vielleicht das. Wenn ich jetzt den Aufzug rufe. Aber nee, er hat ja auch eine Ruftaste. Ärgerlich. So, das sollte die Droiden wieder zum Laufen bringen. Oh, shit. Oh, shit. Halt. Du bleib sofort stehen. Sonst schieße ich. Scheiße, es ist komplett verkackt worden von mir. Das lasse ich nicht, das lasse ich nicht geschehen. Ich, ich muss hier neu starten, oder? Muss ich das nochmal neu machen? Ich habe halt kein Dromium. Das ist das Problem. Ohne dieses Dromium kann ich die Scheiße nicht starten. Scheiße. Was sagt ihr? Oh Mann, ich weiß es nicht. Komm, wir gucken erst nochmal, was passiert. Was ist das? Wer bist du? Moment mal. Ich erkenne dich. Du bist der Space-Flee-Typ mit den Dromium-Droiden, den ich mitgenommen habe. Sieh an, sieh an. Hallo nochmal. Captain. Ähm, hallo? Wie hast du es geschafft, dich unbemerkt an Bord dieser Station zu schleichen? Nun, das ist jetzt nicht wirklich wichtig, oder? An alle Droiden! Vorübergehende Umsiedlung zum Mutterschiff! Aktiviere das automatische Rückkehrverfahren. Alle nicht zugewiesenen Droiden sollen sich bei mir am Müllplatz melden. Ich muss einiges an Müll loswerden. Shit. Shit, shit, shit. Nicht zugewiesener Droide meldet sich. Ausgezeichnet. Deaktiviere dein automatisches Peilsignal und bleibe hier. Ich brauche dich vielleicht gleich. Also, Captain Velmu, geht es dir gut? Ähm, ich schätze schon. Hahaha, du wirst bald, das wird bald erledigt sein. Vorbereitung für die Müllabwurfsequenz. Frequenz, Sequenz, Konsequenz. Nicht zugewiesener Droide, verschwinde da. Geil, jetzt läuft's. Droide? Ja? Beginne das Verfahren. Äh, äh, okay. Äh, wie soll ich das machen? Hast du eine Funktionsstörung, Droide? Brauchst du ein Systemreset? Natürlich nicht. Ähm, ein paar Knöpfe drücken. Und vielleicht noch ein paar Knöpfe. Äh, ja, da. Ich hab's gefunden. Wunderbar. Wunderbar. Gehen wir zurück zum Wurmlochgenerator. Wir müssen genau herausfinden, wie es funktioniert. Scheiße. Droide? Ähm, ja? Bleib hier und sorge dafür, dass der Wurm in den Weltraum hinausgesaugt wird. Ähm, nun, okay. Mist. Sieht aus, als säße ich hier in der Falle. Oder zumindest mein Körper. Käpt'n. Ich wechsle jetzt mal wieder zur, zur anderen Stimme. Äh, sonst wird das hier zu verwirrend. Äh, übrigens, ich weiß immer noch nicht, ob ich vielleicht neu lade. Es ärgert mich total, ich hätte so viel anders machen können. Ich hätte diese Kuppel erzeugen können, dann hätte mich schon mal keiner geholt. Ich hätte aber auch einfach warten können, bis diese Dromium-Geschichte, also ich hätte, ich hätte einen Weg finden können vielleicht, Dromium zu holen, irgendwo oben, unten, irgendwo links, rechts, bevor ich da runtergehe. Aber es ist ja wirklich genau in dem Moment, als ich gerade wieder hoch wollte, haben die diese Scheiße gemacht. Hat der das repariert? Das ist einfach super dumm. Ah ja, okay. Es muss, es muss funktionieren. Hallo, äh, Schiff! Ich wollte nur sagen, dass du die Kontrolle über das Müllabwürfsystem von dort aus hast, wo dein Druide steht. Du könntest es einfach abschalten. Aber ich verstehe dieses Panel hier nicht wirklich. Könntest du mir nicht helfen? Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich habe hier voraus keinen Zugang zu diesem System. Gibt es auf der Tafel etwas, das du nicht verstehst? Ich, naja, also ich will jetzt nicht einfach nur irgendeinen Knopf drücken. Ich könnte die Außentüren öffnen. Oh Gott! Der Timer hat gerade begonnen. Ähm, ähm, Moment mal. Das könnte tatsächlich der Timer-Reset-Knopf sein, wenn ich mich traue, es zu versuchen. Ich glaube, das musst du. Ähm, okay, ähm, dann wollen wir mal. Ja! Ja! Es hat funktioniert! Aber es hat, es hat den Timer nur resettet. Hilfe! Auf, 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 Tür! Auf, auf, Tür! Nichts passiert! Hä? Ja, okay, ich muss den Timer zurücksetzen. Okay, jetzt habe ich wieder 35 Sekunden. Jetzt hilft auch mal Schiff! Was ist da? Da scheint einiges drin zu sein. Wenn ich in diese Kiste klettern will, sollte ich sie zuerst leeren. 22 Sekunden habe ich noch. Wenn ich in die Kiste klettern will, sollte ich sie zuerst leeren. Da ist immer noch etwas drin. Ah! Maul! Mann! Warum kann das Ding nicht einfach ausmachen? Okay, ich leere die, leere den Container. Was ist da drin? Es ist eine tote Katze! Schrödingers Katze! Ich weiß, wem die gehört. Noch eine tote Katze! Wer hat denn so viele tote Katzen auf dem Schiff? Noch eine tote Katze! Mittlerweile ist es mir eigentlich fast egal. Noch eine tote Katze! Was ist denn das? Was soll das denn hier? Okay, schnell, schnell! Okay! Wie viele tote Katzen kann in einer Kiste sein? Noch eine tote Katze! Ja! Es ist jetzt leer! Na, vielen Dank! Das ist ein boh, ein Haufen! Das sind ganz viele Sachen! Aber vielleicht... Hier ist nichts drin! Hier ist nichts drin! Ist hier was drin? Hier ist auch nichts drin! Ist da was drin? Da ist auch nichts drin! Und da ist was drin? Hm? Da ist tatsächlich etwas drin! Ne! 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 Energiekapseln! Ja, nehm die mit! Ich hab Energiekapseln geklaut! Okay! Puh! Ist ganz schön hektisch mit diesem Timer! Äh! Danke auch Elvis! Äh! Für das Abo! Okay! Jetzt... Und die Türtaste... Ne! Sie geht immer noch nicht! Hm! Die Tür hier draußen ist verschlossen! Ich glaube wirklich nicht, dass es einen Weg gibt, sie zu öffnen! Ja, aber... Und dann gehe ich in den Behälter und dann... Der wird doch mit rausgeweht! Versiegelt! Ich schätze, das wird reichen, bis Shuttle mich abholen kann! Mö! Okay! Macht's gut, ihr Trottel! Genialer Plan! Es hat super gut funktioniert! Nach kurzer Zeit bemerkte das Schiff die Lebenszeichen von Velmo, die außerhalb der Raumstationen im Raum schwebten! Das Gute ist, dass der andere jetzt denkt, ich bin tot! Etwas verwirrt von dieser Tatsache schickte er Shuttle los, um ihn zu holen! Hei, hei, hei! Ich habe leider nicht viel von dem erreicht! Ich hätte ja auch die... Ich hätte ja auch das Wurmloch holen können! Entschuldigung! Das Wurmloch aktivieren können durch die Station! Dafür ist die ja da! Und dann hätte ich wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit und Raum gespart! Weil ich dann mit diesem Wurmloch ja hätte weiterfliegen können Richtung Erde! Andererseits wollen die Bösen ja auch! Das ist schwierig, ne? Die wollen ja auch zur Erde! Also hätte ich denen vielleicht auch geholfen und wäre am Ende mit weniger Erfahrung da angekommen! Wer weiß schon, ob es richtig oder falsch ist, ne? Aber auf jeden Fall bin ich erwischt! Okay, wir haben sogar Energiekapseln bekommen! Nichts verloren! Das ist, äh, nicht gerade ein absolute Win, aber nicht schlecht! Bist du okay, Captain? Ich denke schon! Ich nehme an, du hattest Ärger auf der Station, oder? Ja, das kannst du laut sagen! Sie haben mich ins All geworfen! Nun, zum Glück haben wir ein paar Testscans in der näheren Umgebung durchgeführt! Sonst hätte ich dich da draußen nicht gesehen! Ja, das macht mir jetzt nicht gerade Hoffnung auf dein, auf deine Kompetenzen-Schiff! Mal gucken, was dieses Panel hier sagt! Das gibt mir normalerweise Lebensmittel, aber... Ja, Captain! Gib mir, was ich brauche! Natürlich! Ich muss nur deinen Körper scannen! Moment! Scannen! 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 Tut mir leid, aber deine Ernährungsbedürfnisse sind im Moment alle erfüllt! Okay, aber nein, das sind sie nicht! Das Lustige ist, ich mache das jetzt seit... Ich bin schon 60 Tage im All. Ich habe einmal am Anfang so grüne Krütze bekommen. Und seitdem sind angeblich meine Bedürfnisse stets erfüllt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe ja einmal aus Versehen einen in einer Kühlkammer befindlichen Kameraden zerhackstückelt und zu Fleisch verarbeitet. Aus Versehen möchte ich hinzufügen. Und vielleicht nasche ich immer von dem ein bisschen. Ich weiß nicht. Könnte sein. Aber warte mal hier. Genau! Das nehme ich hier. Das Ding ist nämlich in der Lage, mit einer Energiekapsel repariert zu werden. Und ich habe ja eine. Ja, bitte. Ich weiß nicht, was die Autoschmiede bringt. Kurze Zeit später. Da. Geschafft. Sowohl die Autoschmiede als auch die Demontagefunktion sind jetzt online, Kapitän. Danke. Und das Schöne ist, hier könnte ich jetzt eine Brennstoffzelle zerlegen in ihre Einzelbausteine. Und das kann ich dann wiederum verkaufen und benutzen für Upgrades. Was ist das? Unterdrückerstahl? Disruptor? Was bringt der Unterdrückerstrahl? Diese Waffe könnte dabei helfen, die Spacefleet-Außenposten von den energieabsaugenden Unterdrückungsstrahlen der Union zu befreien. Die Außenposten würden damit kampflos befreit. Das ist eine gute Idee. Kann ich das bauen? Ah, da brauche ich... Dromium-Behälter. Und... Sternfragment. Ein Sternfragment befindet sich in so einer Energiebrennstoffzelle. Aber da ich den... Da ich ja noch kein Dromium habe, würde ich das jetzt noch nicht auseinander machen. Aber man braucht das mehr oder weniger für alles. Hier eine Energiebatterie und ein Upgrade. Oder ein Energiegenerator und noch ein Upgrade. Also man muss hier immer zwei, drei oder mehrere Items benutzen, kombinieren. Ist an sich cool. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon... Ach, V2. Aber ich habe so wenig. Das Einzige, was ich habe, sind eine Brennstoffzelle und drei Energiekapseln. Ja, und das Laserschild habe ich ja schon. Das ist dann halt der Standard. Metallschrott bräuchte ich noch mindestens dafür. Okay, die ganze Geschichte hat leider nicht so viel gebracht. Aber irgendwann muss ich ja mal verstehen, wofür die ganzen Sachen hier sind. Wir können kurz nochmal bei der Schiffsausrüstung schauen. Ja, nichts Neues. Aber so. Und hier, leider immer noch keine Crew. Das finde ich richtig traurig. Ich hatte schon eine Chance auf ein Crewmitglied. Und mein Roboter war ja auch ein Crewmitglied. Und jetzt sind sie beide weg. Das ist die Karte. Kurz mal für euch, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Hier müssen wir hin. Das ist die Erde, da wird verteidigt. Hier ist so ein Mittelding, wo alles nur stressig wird. Hier seht ihr auch schon. Wobei, das Blaue ist der Schrottplatz. Aber das Rote sind die Bösen, deren Gebiete, wo ich besser nicht hinkomme. Was ist das eigentlich hier? Ach, das ist der Sonnenblaster. Okay, das ist also der Sternzerstörer, wenn man so will. Und ich fahre wie in Blastcore auf dem N64. Fahre ich vor ihm quasi davon. Okay, hier waren wir ja schon. Das ist die aktuelle Station. Jetzt könnte ich mal überlegen. Ich habe ja jetzt ein paar Sachen, ob ich zu der Handelsplattform soll und mir vielleicht neue Waffen hole. Andererseits habe ich hier Feinde erkannt. Ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach nur hier hin fliege. Aber da habe ich schon direkt das Problem, dass da auch wieder Feinde auf dem Weg sind, oder? Wir probieren es mal. Ich versuche es mal. 54 Tage, mega weite Reise. Fast die gesamte Reise, die ich bisher angetreten habe, gehe ich jetzt auf einmal an. Weil ich bin schon 80 Tage im All. 50 Tage fliege ich jetzt. Ich habe kein gutes Gefühl, dass ich es schaffe, ohne Feindkontakt durchzufliegen. Und ich habe keine guten Waffen. In der Prost Mahlzeit. Da hat es aber die Hutzen mal geschnutzen lassen. Der Schwarzwolf. Wo ist die Hauptes geschuft? Ihr hättet es jetzt echt nicht gedacht. Hättet es jetzt wirklich nicht gedacht. Da ich da einfach so durchfliege. Durch dieses, äh, das Wespennest. In der Zwischenzeit. Grüße an der Homie. Sir. Ist alles bereit? Ja, wir sind bereit, weiterzumachen. Bevor wir das tun, wir müssen uns daran erinnern, warum wir hierher zurückgekommen sind. Ja, um eine dieser Energiezellen zu finden und zu sichern. Brennstoffzelle, Rob. Wir sind absolut sicher, dass es auf dieser Station keine Brennstoffzellen gibt. Du hast den Verbundscan selbst durchgeführt. Hm, ich muss dich wohl nicht daran erinnern, Rob. Wie wichtig eine dieser Brennstoffzellen für mich und meine Zukunftspläne ist. Nein, General, das tust du nicht. Wenn die Station sauber ist, kannst du mit der Operation fortfahren. Ja. Warum sprengen wir die Station noch gleich in die Luft? Ich kann nicht zulassen, dass sich diese Technologie hier weiterentwickelt. Und gewöhnlich. Außerdem, es gibt ein Verfallsdatum auf den Zündern. Verstehe, du verschwendest nichts. Du denkst an die Umwelt. Was für ein dummer Dialog. Was für ein dummer Dialog. Und ich wette, diese Epsilon-Station hätte ich irgendwie retten können. Aber der Kapitän kann sich nicht um alles kümmern. Wir sind währenddessen schon schnell nach vorne gedüst. Es gibt 147 Tage von 700, die wir maximal haben. Bis, und damit zeigen wir kurz mal die Sternenkarte und sehen den Unterschied. Bis hier der Sonnenblaster ankommt. Und wir sind eben jetzt mittlerweile sogar schon hier im mittleren Raum. Zwischen, ja im Grunde, wenn man das jetzt als den dritten Level, sind wir im zweiten Level. Wir sind auf dem Weg zum zweiten Level. Okay, kann man hier noch, genau, hier kann ich jetzt handeln. Ähm, kann ich denn irgendwas verkaufen? Mal kurz schauen. Ich habe Energiekapseln, es gibt echt wenig dafür. Brennstoffzellen sind cool. Aber wenn ich sie auseinandernehme, kann ich damit viel mehr noch anstellen. Außerdem brauche ich ja am Ende auch mindestens eine. Vermutlich sogar drei. Ähm, um quasi den Krieg zu entscheiden, der ja tobt. Das ist ja meine eigentliche Aufgabe. So, ich könnte natürlich jetzt hier von den Schildern was verkaufen, in der Hoffnung dann was Besseres kaufen zu können. Ich merke mir mal 100 und 150. Ja, die Energiekapseln behalte ich. Da würde ich lieber welche kaufen. Warum habe ich nur 30 Cs, Credits oder was? Ja, nennen wir mal Credits. Warum habe ich davon nur 30? Da kann ich halt nichts machen. Nichts kann ich upgraden, alles ist zu teuer. Das ist ja wie in der Realität. Warum soll ich dann Videospiele spielen? Was bringt das Quantenschild? Schützt vor Laser, Plasma und Gamma-Waffen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, dass ich das Quantenschild kaufe, 250 und dann diese beiden Schilder verkaufe. Dann habe ich 230, 200, haut nicht hin. Knapp 300 habe ich nur. Ich habe leider nicht genau so viele, wie ich bräuchte. Ne, obwohl 250. Ne, das reicht. Ha, das reicht doch. Okay, ich probiere mal was. Ich hoffe, das wird kein Fehler sein. Wie kann ich die verkaufen? Rechtsklick. Vielleicht muss ich da erst hin. Nochmal draufklicken. Da. Verkaufen. Ich will die halt verkaufen, aber vielleicht geht das nicht, weil ich die schon eingebaut habe. Vielleicht muss ich, ups, Entschuldigung. Lass mich das ganz kurz nochmal versuchen. Lass mich einmal nochmal gucken, ob ich das nicht in meinem, in meiner Ausrüstung irgendwie machen kann. Dass ich die quasi erst rausnehme aus dem Ganzen. Dann kann ich sie vielleicht verkaufen. Ne. Das ist aber ärgerlich. Kann ich die nicht verkaufen? Das kann ich gar nicht glauben. Vielleicht nochmal kurz gucken. Da bei der Autoschmiede kann ich da irgendwas vielleicht? Ne, nur Upgrades. Okay. Schade. Dann geht es erst jetzt vielleicht nach dem Kontakt. Willkommen auf meiner Handelsstation. Warte kurz und ich schicke dir unseren aktuellen Bestand an Artikeln. Jetzt geht es. Okay. So, hat er die denn noch? Quantenschild 250. Sehr gut. Also, wir verkaufen das Laserschild. Wunderbar. Gibt es noch etwas anderes? Ja, auch das Plasmaschild möchte ich gern verkaufen. Wunderbar. Gibt es noch etwas anderes? Ja, ich will natürlich auch noch was kaufen, aber ich muss vorher eine Energieverkauf. Energiekapsel verkaufen. Eine. Ich behalte die eigentlich lieber, aber es muss sein. Wunderbar. Gibt es noch etwas anderes? Ja, denn ich kaufe noch das Quantenschild. Lass mich raten. Wunderbar. Ne. Vielen Dank. Gibt es noch etwas anderes? Ne, Mann. Du hast mich arm gemacht. Schiff reparieren ist nicht nötig. Ich glaube, ich bin hier fertig. In Ordnung. Einen schönen Tag noch. Das war aber ein ansprechender Kontakt mit einer außerirdischen Handelsintelligenz. Ja. Jetzt haben wir also die neue Schiffsausrüstung hier. Das ist ein Quantenschild. Das soll ja angeblich gegen alles sein. Frisst ein bisschen mehr Energie. Lässt ein bisschen Schaden durch. Ist aber trotzdem, glaube ich, für meine Art von System hier das Beste. Denn ich habe ja nicht viel. Das Beste, was ich haben kann, ist eine gute Verteidigung. So. Okay. Ich könnte jetzt natürlich noch... Ne. Eigentlich kann ich nichts. Ich habe gehandelt. Das wollte ich ja machen. Deswegen gehen wir weiter. So. Und jetzt ist hier schon die nächste Geschichte. Trade and Pay. Habe ich aber nicht. Ich habe keine... Ähm... Habe keine Ware mehr jetzt. Ein kleiner, mit Bergen bedeckter Planetoid. Ursprünglich war er nicht viel größer als der Mond der Erde. Jahrzehntelanger Bergbau hat seine Masse um mindestens ein Fünftel reduziert. Das ist so ein bisschen wie Pluto. Pluto is a planet. Wie immer ist die Frage, wo sollte man hin? Wo ist die Qual der Wahl? Wo werde ich eventuell angegriffen? Ich glaube, 70 Tage. Irgendwas muss ich halt machen, um diese enorme Entfernung zu überwinden. Aber 70 Tage ist schon ganz schön lang. Aber ich kann es halt nicht ändern. Danke, Gaze93. Oh, Mann. Fuck, ihr habt alle so recht. Ich bin so ein Holzkopf. Ich habe ja in dem zerstörten Raumschiff eine der geilen Brennstoffzellen in diese Kontrollscheiße eingebaut. Das heißt, ich meine, zum Glück hat das der Böse nicht gecheckt. Aber das heißt, eigentlich hatten die alles, was sie brauchen. Nur noch ein bisschen Dromium. Und dann hätten die dieses Wurmloch erzeugen können. Aber vor allen Dingen habe ich einfach jetzt eine von diesen Brennstoffzellen weggeworfen. Ich habe die halt einfach weggeworfen. Ändert aber nichts. Neu laden. Nein, das kann ich nicht machen. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. Wir haben schon zu viel hinter uns. Aber ich habe das Gefühl, meine Mission wird nicht glücklich abgeschlossen werden. Das rächt sich bestimmt zum Schluss, ne? Genau, so ist es nämlich. Aber man kann es halt nicht wissen. Was hätte ich denn machen können? Ich hatte doch kein Dromium. Wir versuchen es erstmal mit dem Kontakt. Äh, nee, sprich, frag. Na, ich bin Thomas Wellmuth, Kapitän des Space Fleet Schiffes Kopernikus. Ja, okay. Ich, äh, bin gerade beschäftigt. Wolltest du etwas Bestimmtes? Nein, nicht wirklich. Was ist denn mit dem Planeten los? Die jährliche Bergbauausstellung findet gerade statt. Okay, ich verstehe. Aber das habe ich nicht gemeint. Äh, der Planet sieht beschädigt aus. Er ist nicht beschädigt. Er ist nur ein bisschen gebraucht. Gebraucht? Tut mir leid. Ähm, du bist hier herzlich eingeladen, mich zu besuchen. Aber ich habe nicht wirklich viel zu tun. Ich habe hier wirklich viel zu tun. Du hast gerade eine Messe erwähnt. Ja, die jährliche Bergbaumesse. Lohnt sich, ein Besuch. Nun, es geht zu Ende. Aber wir haben noch den Mondstein-Cup. Und es gibt auch noch einige kleinere Wettbewerbe. Hier unten gibt es eine Menge zu sehen. Ich muss jetzt wirklich los. Äh, wenn du uns besuchen willst, können wir später weiterreden. Okay, das war jemand, der kein großes Interesse hatte, mit uns zu reden. Wir werden deswegen einfach landen. Obwohl einem das natürlich auch ein bisschen Angst machen könnte. Aber gut, wir werden es einfach mal machen. Die Brennstoffzelle. Neuer Tag, neuer Planet. Ich gehe da unten, sehe, was geht. Das ist die Bergbaustelle. Da gehe ich ganz konkret zu den Leuten, die da stehen. Wir haben den Boden erreicht, Captain. Und kann ich zurück zum Schiff gehen? Was? Nein. Nein, du kannst jetzt nicht gehen. Warum willst du jetzt gehen? Es ist einfach so dreckig und staubig hier. Bleib einfach hier und wart auf mich, Shuttle. Die Bergbaustelle. Es war so knapp. Du hattest einen Job. Und es war so knapp. Es war so fucking knapp. Ein Buchstabe fehlt noch. Naja, deutsch, ne? Es ist ein riesiges, rotes und gelbes Banner. Bergbauausstellung. Der jährliche Amateurwettbewerb der Königlichen Erntegesellschaft. Ich weiß schon ungefähr, was hier abgeht. Das ist ein bisschen wie bei Rick und Morty die Pluto-Folge. Wo die Firmen Pluto immer mehr abbauen. Wodurch er immer mehr in sich zusammenfällt. Und den Status als Planeten verloren hat. Weshalb sie ja Jerry so feiern. Weil er so doof ist und immer noch denkt, das wäre ein Planet. Und auch dazu steht. Und die hören das alle gerne. Also, meine Damen und Herren. Ich bitte um ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen kurz vor dem letzten Kampf des Tages. Ich weiß, dass ihr alle schon lange auf diesen Moment gewartet habt. Aber lasst mich euch sagen. Dieser Moment ist gekommen. Auf dem Felsen stehen der junge und schneidige Newcomer. Und der ebenso starke Herausforderer. Oh, ich muss gerade mal überlegen, ob nicht eventuell das Fenster offen ist. Oh, zum Glück ist das Fenster nicht offen. Ich dachte mir schon die ganze Zeit. Mein Gott. Was müssen die Nachbarn eigentlich von dir halten? Er ist wahnsinnig geworden. Er redet. Er spricht in tongues. Er spricht in feindlichen Zungen. Jack the Drillbit Hammer. Den Anfang macht der amtierende Champion und Meister des Bohrers. Der erfahrene Veteran und bekannte Weltrekordhalter von fünf Golden Rock Treffäen. Die aussehen wie ein Penis, by the way. Kein anderer als Primo, the Pickaxe, Pickafito. Okay, meine Damen und Herren. Macht euch bereit für den finalen Showdown der Meisterschaft der Handdernte. Was? Der was? Ich kann das hier schwer lesen. Wer hat denn diese sauklaue Meisterschaft der Handdernte-Klasse? Handdernte-Klasse. Meisterschaft der Handdernte-Klasse im Weltergewicht. Ist Bergmann Nummer 1 bereit zum Bohren? Ja, ich bin bereit. Und ist Bergmann Nummer 2 bereit zum Bohren? Bereit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ha, ist das geil. Die machen ein Wettbohren auf dem Planeten, der eh schon fast kaputt ist. Eine Analogie zu unserer heutigen Wegwerfgesellschaft. I doubt it. Genau, Breathering. Brathering. Breathering. Da hat jemand das, äh, wie heißt das? Die, die Lümmel von der letzten Bank? Ich weiß es nicht. Okay, scheinbar passiert hier nicht mehr. Ich hab eigentlich gedacht, da passiert noch was. Wer spricht das denn? Achso, das ist also der Nugget-Knoten? Äh, ja. Weißt du nicht, auf welchem Planeten du bist? Es ist nur so, dass dieser Planet vom Orbit aus nicht ganz so gesund aussieht. Ich schätze, es wurde im Laufe der Zeit ein, vielleicht schon ein bisschen zu viel abgebaut. Äh, verursacht das nicht Probleme mit der Schwerkraft? Ja, aber das, das wird mit einer Menge, äh, Gravitonengeneratoren ausgeglichen. Ich verstehe. Hallöchen. Hallo, äh, wie geht es dir? Äh, mir geht es gut, danke. Aber ich bin gerade damit beschäftigt, äh, das Finale zu sehen. Also, was ist das? Was meinst du? Was macht ihr alle hier? Wir, wir sind gerade dabei herauszufinden, wer der beste Welt der Gewichtsbauerer in diesem Quadranten ist. Ich verstehe. Glaube ich. Ist das die ganze Ausstellung nur dafür? Oh nein, es ist natürlich viel größer. Sie veranstalten hier Wettbewerbe für alle wichtigen Bergbauklassen. Ähm, okay. Okay. Ah, das ist noch mehr. Dieser Picarefo-Typ ist unglaublich. Er ist jetzt seit drei Jahren in Folge der artierenden Champion. Haha, das gibt Ärger mit der, mit der Behörde. Äh, okay. Hey, ich sehe mir das gerade an. Bitte nicht jetzt. Ah, das war der, mit dem wir vorhin schon gesprochen haben. Okay, hier gucken wir uns jetzt dieses grandiose Finale an. Mal kurz mit dem Richter reden. Es tut mir leid, aber ich bin gerade dabei, dieses Finale zu beurteilen. Ich habe verstanden. Ich hatte nur ein paar Fragen. Okay, mach es einfach schnell. Ist dieser Wettbewerb für alle offen? Ja, aber ich fürchte, du bist ein bisschen spät dran. Die meisten Wettbewerber sind inzwischen schon vorbei. Hey, sprich mit Frag drüben auf dem Dach zu deiner Linken. Er ist der Koordinator für diese Veranstaltung. Okay, danke. Kein Problem. Und nun bohren sie weiter, meine Herren. Bohri, Bohri, Popori. Hallo, Fremder. Du siehst etwas verloren aus. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich bin nur hier gelandet, weil ich neugierig auf diesem Ort war. Ich kann es dir nicht verdenken. Ich glaube nicht, dass es im Moment einen spannenderen Ort im Universum gibt. Ja, Bergbau ist wirklich eine aufregende Sache. Bist du hier, um am Wettbewerb teilzunehmen? Ich, äh, bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht viel über Bergbau. Hey, wir sind hier alle Amateure. Warum nicht die Gelegenheit nutzen und etwas Spaß haben? Schau auf der digitalen Tafel direkt unter mir nach, ob noch Plätze frei sind. Es ist schade, dass die meisten Wettbewerbe vorbei sind. Der 600 Megatonnen Tunnelcup war eine Zitterpartie. Die Wurm-Mädchen haben schließlich gewonnen. Okay, danke. Ey, mein Captain ist einfach nur so, okay, was, ihr macht hier, was, okay. Gut, ich akzeptiere. Der muss es einfach nur, der lässt es nur noch über sich hier gehen. Okay. Dicker Dick. Quattrochjottpim. Cameron Comstock. John P. Jones. Dick Duck. Und Tiffany Transport. Das sind, äh, das sind, äh, das sind die jeweiligen Gewinner, scheinbar, das Hack Grand Prix, Grand Pit Prix. Was soll ich hier nur anfangen damit? Äh, dann haben wir hier den Elite Pro Dick. Damit Diamond Glimm, Lisa Boldedash, Stakanov, Nelly Cracker McCrunch, Tyrell TNT Tyrant. Okay, die Namen sind auf jeden Fall ganz gut. Donaldo von Waterloo. Und Duke Diggalot. Und der ist aber disqualifiziert. Wahrscheinlich wegen obszönen, äh, obszöner, obszönem Titel. Der Mondstein Cup, da ist noch ein Platz frei. Da haben wir John Digger. Das klingt alles ein bisschen mehr nach Pornhub hier. John Digger, Life Harvest, Matt Masquerade, Digger Mike und Digger. Oder Digger McMon. Vielleicht kann ich hier in den Mondstein Cup, kann ich noch rein. Oh, da gibt's richtig Cash auf die Cash. Im Mondstein Cup wetteifern sechs Bergleute, darum die meisten Edelsteine von drei ausgewählten Monden zur Basis zurückzubringen. Jeder Teilnehmer hat zehn Tage Zeit, um so viele Edelsteine wie möglich zu finden. Okay, das ist Hardcore. Das ist Hardcore, Moment. Ich muss also zu drei Monden hin und her fahren. Ich hab keine Zeit, möchte ich hinzufügen. Wir verlieren damit extrem Zeit und Zeit ist mit das Wichtigste. Das beißt mir zusammen mit diesen anderen Geschichten später in den Arsch. Aber das ist viel Kohle. Aber wenn ich dann die Zeit verschwende und keine Kohle mache, hui, dann war das wirklich mies. Deswegen hab ich echt Sorgen, ob ich das machen soll. Ich frag euch mal. Ich frag euch mal. Ich glaub, das ist eine Sache, da könnte ich wirklich mal den Chat fragen. Habe ich ein, zwei Mal schon gemacht. Ich treffe natürlich meine eigenen Entscheidungen. Aber ob das jetzt sinnvoll ist, ich weiß es nicht. So, eine Minute um. Frage beginnt jetzt. Könnt ihr mal schön abstimmen. Danke übrigens an der Stelle für alle, die dann immer mit abstimmen. Ohne euch, ja, müsste ich es entscheiden. Bisher 90% sagen teilnehmen. Es kann aber noch sich sehr schnell umentscheiden. Es haben erst so, ja, 30 Leute gewählt. Aber gucken wir mal. Die meisten von euch scheinen zu wollen, dass man teilnimmt. Ah, dann nehm ich noch mal kurz ein bisschen was zu trinken. Ey. Dieses Spiel hat wirklich auf jedem Planeten eine andere Mechanik. Einen anderen Reiz. Eine andere Aufgabe. Eine andere Stimmung. Es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das sich zeigt. Wenn man das dann zum dritten, vierten Mal vielleicht spielt. Dann kennt man bestimmte Dinge schon. Kann die so durcharbeiten und kann woanders eine andere Wahlmöglichkeit wählen. Und vielleicht findet man da wirklich diesen goldenen Weg. Okay, Leute. Teilnehmen. 81% sagen teilnehmen. Okay. Na gut, wenn 81% sagen teilnehmen, dann nehm ich teil an diesem Spiel. Anmeldeanfrage für den Mondstein Cup erhalten. Bitte gib deinen vollständigen Namen an. Thomas Wellmuh. Captain Wellmuh. Captain Wellmuh. Captain ist mein Vorname. Ich habe ihn ändern lassen. Das ist völlig legal. Ha. Bitte bestätige den Namen Sapien Lemmuh. Äh, äh, nein. Äh, Captain Wellmuh. Bitte bestätige den Namen Tessian Jokum. Das ist ja wohl ein Scherz. Bitte bestätige den Namen Tessian Jokum. Er bestätige den Namen Tessian Jokum. Er bestätige den Namen Tessian Jokum. Tessian Jokum. Tessian Jokum. Tessian Jokum. Teil genommen. Tessian Jokum. 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 die du brauchst, wenn du den Planeten verlässt. Wenn deine Zeit abgelaufen ist oder du das Gefühl hast, dass du genug Edelsteine gefunden hast, komm wieder zu mir und ich helfe dir, deine Ergebnisse einzutragen. Wenn du weitere Fragen hast, zögere nicht, sie zu stellen. Was für eine Scheiße. Jetzt hab ich die Frage. Jetzt hab ich... Ich will nochmal wissen, wie die Regeln sind. Okay. Ich guck mir das nochmal an. Wo kann ich denn Edelsteine finden? Du solltest zu einem oder mehr während der kleinen Monde um diesen Planeten gehen und dort bohren. Du bekommst sowohl den Bohrer als auch ein Analysewerkzeug auf dein Schiff geliefert, wenn du abreißt. Okay. Wie viele Edelsteine muss ich denn finden? Du kannst die aktuelle Punktetafel auf der Infobildschirme überprüfen. Du bist der einzige verbliebene Anwärter, also kannst du genau sehen, wie viele Edelsteine du für welche Position brauchst. Okay. Bis später. Ja, okay. Dann haben wir das jetzt, glaube ich. Viel kann ich hier jetzt nicht mehr machen. Ich glaube, ich muss mich jetzt zu dieser... Zu dieser Challenge einfach begeben und Edelsteine suchen. Das ist aber okay, weil ich ohnehin auf diese Planeten reise. Und es ärgert mich immer noch, dass ich die Brennstoffzelle auf dem Schiff, das sie dann kaputt gemacht haben. Warum habe ich es denn überhaupt reingemacht? Dieses verdammte Dromium. Ich würde zum Beispiel unbedingt nochmal neu spielen, nur um diesen Zweig anders zu machen. Danke, Nightmare90 und Slacker. Captain. Ja? Ich habe eine Nachricht vom Planeten erhalten. Sie scheint Informationen über einige kleinere Mondstandorte zu erhalten. Ja, das scheint richtig zu sein. Ich habe gerade an einem Erntewettbewerb teilgenommen. Könntest du diese Standorte bitte zur Sternenkarte hinzufügen? Natürlich. Das mache ich sofort. Okay. Haben wir die jetzt hier? Da? Mondsteincup. Du hast dich für den jährlichen Mondsteincup angemeldet. Jeder Teilnehmer muss auf den vorbereiteten Erntewelten Mondedelsteine sammeln. Das Ziel ist es, so viele Edelsteine wie möglich zu finden. Denk daran, dass du deinen Bohrer während der gesamten Zeit weiter benutzen kannst. Wenn die Zeit abgelaufen ist, hört dein Bohrer auf zu arbeiten und du kannst zum Nuggetknoten zurückkehren, um deine Edelsteine zu registrieren. Aktuelle Anzeigetafel. John Digger führt mit 449. Hm. Also muss ich mindestens 340 kriegen, damit ich zumindest ein bisschen Kohle bekomme. Huiuiuiui. Ich habe ein bisschen Angst. Das sieht wie was aus, was ich beim ersten Mal nicht hinkriege. Okay, aber dann wollen wir gar nicht viel Zeit verlieren. Da. Das sind jetzt die 3 Monde. Okay, ich frage mich gerade, ob man auch mit dem Bohrer auf anderen Welten was machen könnte und riskiert, also hier zu verlieren. Aber man hat diesen Bohrer, vielleicht kann man damit eine Aufgabe, ein Rätsel auf einem der anderen Planeten lösen, um eine von diesen Brennstoffzellen zu bekommen, die ich so dummerweise verloren habe. Also da, weiß nicht, ich sehe da auf jeden Fall Möglichkeiten für einen dritten Weg, wenn man diesen Bohrer hat. Käpt'n. Ja, Schiff. Dies ist einer der Monde, die Teil des Edelstein-Wettbewerbs sind. Wenn du dich für den Abstieg entscheidest, bekommst du von mir eine Barke, mit der du den Bohrer zu deinem Wunschort rufen kannst. Okay, danke. Es wird gelandet. Lande. Wir landen, landen auf dem Komet. Wir landen, landen auf dem kleinen Ding und hier geht's los. Oh, ich bohre dich an, du geile Sau. Oh, hab den Bohrer in der Hand. Hab dich als Edelstein-Ort erkannt. Bin bereit und okay. Da ist doch schon wieder irgendwas. So glatt wie sei... Ah, nee. So glatt. So glatt wie sei de. Also, Käppi, hast du noch alte Fähigkeiten aus dem Bergbau, die du abstauben kannst, bevor du rausgehst und herumspielst? Hm. Nee, um ehrlich zu sein. Nee, kennst du dich mit dem Handwerk des Bergbaus aus? Aber natürlich, Kapitän. Ich bin ein raketengetriebener Aufzug. Warum sollte ich nicht wissen, wie man Monde abbaut? Hast du eine Idee, wie ich anfangen kann, diese Edelsteine zu ernten? Geh einfach zu einer Stelle, von der du glaubst, dass sie sich gut zum Bohren eignet. Ich sag gar nichts dazu. Dann kannst du den Bohrer zu dieser Stelle rufen, indem du auf dein Leuchtfeuer klickst, das du bekommen hast, bevor wir runtergegangen sind. Ja, und was muss ich tun, wenn der Bohrer angekommen ist? Ich schätze, du musst einfach den Bohrer anwerfen. Am Bohrer selbst befindet sich ein Bedienfeld. Er ist so eingestellt, dass er jeweils einen ganzen Tag lang arbeitet. Das ist eine interessante Info. Einen Tag lang arbeitet der Bohrer. Ich habe zehn Tage Zeit. Es sind drei Monate. Also, wenn ich die falsche Stelle erwische, ist klar, ne? Okay, wir machen mal das hier. Hast du eine Idee, wie man den Boden nach guten Stellen analysieren kann? Das ist kompliziert und ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht mit dem Boden-Analysator, den du dabei hast. Hey, kein Grund, ein Idiot zu sein, Kumpel. Ich möchte nicht herablissend klingen, aber ich finde es oft sehr schwierig, mit dir zu reden. Der Analysator zeigt dir, wie der Boden beschaffen ist und wie gut der Bohrer funktioniert. Aber pass auf, dass die verschiedenen Orte unterschiedliche Mengen an Edelsteinen haben können. Ich glaube nicht, dass der Analysator das berücksichtigt. Aber hey, dein großer, brillanter Wissenschaftskopf wird sicher einen Weg finden, das zu entdecken. Ja, es ist herrlich. Okay, wir haben das, ne? Ich mache das nur zur Sicherheit nochmal. Hast du eine Idee, wie ich anfangen kann, diese Edelsteine zu ernten? Geh einfach zu einer Stelle, von der du glaubst, dass sie sich gut zum Bohren eignet. Okay, das haben wir schon. Okay. Ähm, gut. Ich glaube, ich verstehe das. Guck mal in den Chat kurz. Okay, ihr habt Spaß. Ich habe hier Bergarbeiter. Wie kann ich das Bodengerät, wie kann ich denn das Dingsgerät jetzt benutzen? Da kann ich es nicht benutzen? Okay. Dann rede ich doch mal. Hallo, hallo. Ist das hier zufällig eine gute Stelle, um Edelsteine zu finden? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, aber ich hoffe es wirklich. Ich sah diese Kristalle oben auf dem Boden und dachte, das sei ein gutes Zeichen. Kann ich dir diese Stelle abkaufen? Nun, äh, Ich schätze schon, wenn du es wirklich willst. Wie wäre es mit 100 Credits? Ähm, okay, schon gut. Ich habe es mir, glaube ich, anders überlegt. Ja, wir sehen also, hier könnte man bohren und ich nehme an, ich brauche dieses Analysegerät gar nicht so sehr, wenn ich mir hier dafür die richtigen Stellen aussuche. Das hier könnte eine gute Stelle sein, kann aber auch eine schlechte sein. Das ist, finde ich, nicht so gut zu sagen. Ähm, ich verstehe immer noch nicht genau, warum ich das Ding hier eigentlich nicht wirklich nutzen kann. Man sollte annehmen, dass man es doch hier irgendwo, aber ich nehme an, das zeigt mir einfach, dieses Analysegerät zeigt mir quasi schon die Steine im Boden. Dann ist das hier auf jeden Fall mehr. Der hat natürlich, wie kann ich, das wäre halt nicht schlecht, ne, wenn ich das Geld hätte, ihm das abzukaufen, dann würde ich quasi mehr kriegen. Aber es lohnt sich ja nicht. Warum soll ich ihm Geld geben, nur um dann, ähm, mehr Geld zu gewinnen. Hm. Nee, das scheint nicht richtig zu sein. Kann ich die kombinieren auch nicht. Okay, das ist weird. Warum kann ich denn hier jetzt nicht bohren? Muss ich wahrscheinlich erst das Analysegerät nutzen, aber das wiederum, äh, Kann ich ja auch nirgendwo benutzen. Das ist so dumm. Ich habe ja gerade noch mit meinem Schiff drüber geredet, aber es ist, es funktioniert nicht so, wie ich das jetzt gedacht habe. Vielleicht rede ich mit dem Shuttle nochmal. Ah, das geht ja so, ne. Okay, Shuttle. So, kurz nochmal schauen. Ah, okay. Okay, gut. Und dann? Okay. Okay, gut. Der, das Leuchtfeuer, äh, habe ich jetzt nicht, äh, habe ich gesehen. Ey, komm, 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 Also, ich habe den Bodenanalysator, da werden aber nicht die, ähm, Edelsteine berücksichtigt. Ich weiß aber auch noch nicht genau. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich den benutzen kann. Wo ist das Leuchtfeuer? Ich müsste es ja eigentlich jetzt hier irgendwo haben, ne. Schon komisch. Ich finde gerade nicht. Also, wenn ihr eine Idee habt, weil ihr es vielleicht schon gespielt habt, irgendetwas habe ich hier falsch. Einfach nur draufklicken, statt zu ziehen. Vielleicht muss ich mit dem auch noch mehr reden. Ich bin noch Bergbauanfänger. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Äh, nicht wirklich. Ich mache das offengesagt auch noch nicht so lange. Vielleicht ein Jahrzehnt oder zwei. Na, kann ich dir diese Stelle abkaufen? Ne, ich schätze schon, wenn du es wirklich willst, 100 Credits. Ne, ich habe es mir anders überlegt. Ja, hatten wir schon. Okay, jetzt hänge ich hier aber wirklich gerade. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Hm, dieses Gerät zeigt nur Prozente an. Diese Stelle scheint 20% zu sein. Da fragt man sich doch 20% wovon. Du kannst dein Analysewerkzeug jetzt über eine viel praktischere Schaltfläche auf dem Bildschirm verwenden. Okay, gut, endlich. Es zeigt 50% an. Und dafür auch ein paar Steine. Okay, aber ich glaube, das hier ist immer noch die beste Geschichte. Hoffentlich komme ich da durch mit dem Bohrer. Jetzt zeigt es 90% an. Ja, dann nehmen wir das, ne, ist ja klar. So. Geil. Muss ich den anmachen? Ja. Ähm, Juwelenbauer für den Bohr, optimale Leistung, vertikaler Drehung dieser Bohrer ist Eigentum der königlichen Bergbaugesellschaft. Er wird nach dem Ende der Veranstaltung nicht mehr funktionieren. Bitte leere und reinige ihn vor der Rückgabe. Null. Anzahl der registrierten Edelsteine. Null. Null. Boah, ist das schön. Das ist ja schön. 63 Edelsteine einen Tag verbracht. Das ist nicht schlecht. Es sieht so aus, als ob der Bohrer mein Ergebnis aufzeichnet. Und das Ergebnis wird auch direkt an mein Infopad geschickt. Das ist gut. Könnte er das jetzt hier auch? Was sagt hier nochmal der Scan? 166 Prozent. Okay, also da kommt der Bohrer, aber sowas von durch. Geht das hier nochmal? Ich glaube, das funktioniert ganz gut so. 99 Edelsteine und nur einen Tag hat es gedauert. Okay, jetzt weiß ich hier halt nicht, ob sich das hier lohnt. Ich möchte jetzt auch keinen ganzen Tag verbrauchen, aber 50 Prozent oder waren es 20? Hier waren es 20, ne? Deswegen geht das wahrscheinlich auch nicht. Okay, 50. Wir probieren mal, ob 50 ausreicht. Ja, machen wir noch einen. Aber es könnte auch sein, dass es nichts wird. Seht ihr? 25. Nicht so viel. Aber den Planeten haben wir hinter uns. Okay, das ist gut. Tschüss, Idiot. Mit deinem hier hartkanten Stein, den du nicht aufkriegst. Da beißt er auf Granit mit seinem Bohrer. Das sage ich euch. Der wird noch, wenn wir fertig sind, wird der immer noch irgendwie ernten. So, gucken wir mal, ob wir jetzt einfach direkt zum nächsten können. Das würde ich gerne, denn die Tage verziehen. Sehr schnell. Zwei Tage gehen allein für die Reise drauf, ne? Das muss man sich mal reinziehen. Ah, das ist deprimierend. Aber gut, man weiß ja vorher nicht, was man da bekommt. Jetzt haben wir drei Bohrer benutzt, ne? Drei Tage plus zweimal reisen, fünf Tage. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch Zeit für einen weiteren Planeten. Den nächsten würden wir dann schon gar nicht mehr bekommen. Aber der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Er ist ein Verstandort. Komm, hin damit. Da, 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 Edelsteine Da, 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 sind meine und nicht deine Meine Edelsteine Ah, meine, nicht deine Meine, nicht deine Oh, hallo Äh, ich frage ihn auch mal Äh, ich bin doch Anfänger im Bergbau Kannst du mir noch ein paar Tipps geben? Also, es ist ein bisschen, äh, schwieriger, äh, äh, sein zu sehen Welche Stellen die meisten Edelsteine enthalten Du könntest dir so ein Bodenanalysegerät holen Dann würdest du die Qualität jeder Stelle sehen Außerdem kommt es hauptsächlich auf die Erfahrung an Nach einer Weile siehst du vielleicht, dass du in einem bestimmten Muster gräbst Ist das ja eine gute Stelle, um Edelsteine zu finden? Oh, das ist eine der besten in der ganzen Gegend Kann ich dir diese Stelle abkaufen? Äh, na klar, wenn der Preis stimmt, mhm An wie viel hattest du gedacht? Äh, sagen wir mal 100 Credits Okay, dann vergiss es Tja, schwierig, schwierig Popierig, nehme erst mal die, ist ja klar Mal gucken, wie das hier Ah, nein Verklickt Null Prozent, ja, ist ja klar Fünf Prozent Das sieht so aus, als könnte man da viel abgraben Aber bringt ja nichts, wenn man nicht hinkommt Hundert Prozent, okay, komm, die nehmen wir mit Wie viel brauchst du für Platz 1? Ähm, ich brauche Weiß ich nicht, aber ich brauche 340 Mindestens um irgendeine Kohle Also um irgendwelche Da habe ich dann Platz 2 und da kriege ich wenigstens 400 Credits oder so Also es wird sich schon lohnen dann Wenn ich das schaffe Ah, nur 50 Ich mache irgendwas, glaube ich, falsch So, gucken wir hier mal Null Prozent Das ist wirklich sehr wenig Och, komm, ernsthaft? Kann ich ihm hier vielleicht einfach seine Edelsteine klauen? Das ist ja krass Okay, und was ist hier? Äh, ich will doch gar nicht Kann ich denn wirklich nicht hier einfach mal einen rufen? Ich kann meinen Bohr hier nicht rufen Der Platz ist breit besetzt, okay Scheiße, Mann Dieser Planet ist für'n Arsch Shit Ja, und das Ding hat wieder so null Prozent Da werde ich doch nix, ähm Da werde ich nix kriegen mit dem Bohrer Naja, fünf immerhin Aber das ist halt auch nix Und das ist so schade Das wäre so schön Okay, einmal Ich möchte noch einmal kurz hier probieren Einfach mal gucken Aber ich denke, das soll halt nicht sein Hier verschwindet man Hier verschwendet man Mann, ich hätte halt Auf den anderen Mond fahren müssen Fliegen müssen Oder halt 100 Tacken für den übrig haben müssen Scheiße Okay Ist es jetzt Wir haben noch vier Tage Ich frage mich gerade Wie ich das jetzt am geschicktesten mache Ich reise zwei Tage wieder zum anderen Das heißt, ich könnte jetzt Zu dem anderen reisen Und dann noch zwei Tage ernten Oder halt hier diese Ah, das war eine Zeitverschwendung Diese ganze Scheiße hier Fünf Prozent Da kriege ich wirklich nicht viel bei raus Komm, das lasse ich Den Tag spare ich mir Und dann gehen wir wenigstens nochmal Auf den dritten Mond Danke, Heinzel Ja, so wie ich das verstanden habe Zeigen die Prozente Und so habe ich es bisher auch Mit den anderen Geschichten gelernt Zeigen die Prozente Die Wahrscheinlichkeit Dass es funktioniert Dass man viel erntet Also wir hatten da ja schon So wirklich viel Viele Prozente Und bei Null geht gar nichts Ja, vielleicht habe ich mich auch Mit den Tagen vertan Aber offensichtlich kann man Wir versuchen es mal Ich weiß gerade nicht Wie viele Tage schon rum sind Aber wir werden es gleich erfahren Ich bin drei Tage zum ersten gereist So ein Scheiß Ja, dann werde ich es wahrscheinlich Jetzt gar nicht mehr schaffen Aber das ist halt offensichtlich Auch eine schwierigere Geschichte Also da muss man eigentlich Nehme ich an Einmal gespielt haben Damit man grob weiß Was auf einen zukommt Aber sonst wäre es wahrscheinlich Auch zu einfach Hoffentlich kann der noch irgendwas Ja Bin zum Bergbau bereit Hab keine Zeit Gib die Edelsteine her Dann frage ich auch nicht mehr Okay, das ist mein letzter Versuch Das Ding hier Oh Wow Wow Sieh dir diesen riesigen Haufen Gold an Haha Das ist kein Gold Ist es nicht? Nein Es ist nur Pyrite Du weißt schon Narrengold Ich schätze Du bist ein Narre Kapitän Danke Shuttle Gern geschehen Trotzdem kann ich die doch mitnehmen Warum soll ich die nicht mitnehmen? Ich nehme ein paar von denen auf einmal Vielleicht kann ich jemand anderen Damit noch verarschen Wie schade Dass es nichts wert ist Wenn jemand vielleicht von mir Gold will Kann ich ihm das anbieten Mal gucken Jetzt zeigt es 36% an Okay, dann vielleicht Doch nochmal die anderen angucken Jetzt zeigt es 17% an Und der sitzt wieder auf der geilsten Goldader Die dumme Sau Ich brauche hier echt Kohle Um mich dann hochzukaufen Hier zeigt 80% an Also Entweder hier Richtig was reinholen Oder hier Wie viel waren es hier? Kann man natürlich schwer sagen Ob 80% hier Oder 36% hier Was ist wohl besser? Ich nehme Ich probiere es mal hier Weil einfach Ist ja klar Es sind mehr Steine Mal gucken Ich dachte ich habe noch Zeit Na gut, okay Komm Da muss ich eigentlich jetzt Ach War das eine Zeitverschwendung hier Unfassbar Ich weiß überhaupt nicht Wie man das schaffen soll Der erste Planet war ja noch voll okay Aber durch die Reisen Und dann Diese besetzten Plätze Wird es ja irgendwann total Ich will nicht sagen unmöglich Aber halt einfach Zumindest ist es nicht mehr Nicht mehr geil Keine einfache Sache mehr Okay gut Ist halt so Ist wie es ist Äh ne Da will ich nicht hin So Gehen wir wieder zurück Zum Nugget Knoten Ach Wie traurig So demotivierend Jetzt Mit so wenig Edelsteinen Dort anzukommen Die werden alle lachen Über mich Guck mal hier Der Käpt'n Da hat ja gar nichts da drauf Ein Glatzer da auch noch Hinten da Wird schon blank Sag es ihm aber nicht Es tut mir leid Dich zu stören Käpt'n Ja Schiff Ich wollte dir nur mitteilen Dass wir an unserem Ziel Angekommen sind Okay Danke Ich würde auch erstmal Lieber noch ein bisschen Hier liegen Diese Brennstoffzellenkapsel Die ich einfach In dem Raumschiff gelassen hab Kurz bevor es explodierte Was hab ich mir dabei nur gedacht Warum hab ich nicht nachgedacht Wie soll ich das nur Meiner Frau erklären Ich werd sie einfach nicht erzählen Ja das werd ich machen Ich werd sie nicht erzählen Das ist ein guter Plan Und niemand will mit mir reisen Ich habe keinen Bisher auf meinen Reisen mitnehmen können Ich weiß nur nicht mal wo Einen hab ich gefunden Benutzt das Narrengold Für den Tausch Ja vielleicht Vielleicht kann man da was machen Ah der Event ist vorbei Aber ich kann immerhin ehrenvoll sagen Ich war dabei Ich habe teilgenommen An der großen Edelsteinjagd So Hallöchen Ähm Ich würde gerne meine Ergebnisse Für den Mondsteincup anmelden Super Lass uns deine Edelsteine zählen Und sehen wie viel du abgeschnitten hast Das war doch gar nicht so schlecht Du hast den dritten Platz erreicht Scheiße 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 Hier ist der Preis 321 Ist klar In dem Fall Zeitverlust Geld gewinnen Naja Okay Naja Nein 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 Das macht mich richtig traurig Also das Spiel schafft es Dass man diese ganzen Entscheidungen Die man trifft Dass die einen so richtig mitnehmen Dass die einen beschäftigen Dass man da die ganze Zeit im Hinterkopf Noch diese Entscheidung hat Und ich weiß Was soll ich damit Okay Eigentlich brauche ich ja noch mehr Von denen Obwohl eigentlich reicht eine Vielleicht sollte ich auch Es wäre halt sehr verlockend Sich schon nach vorne irgendwie Aber ich bin Für Kämpfe bin ich zu schwach Ich habe aber nur eine von diesen Wichtigen Geschichten Eingesammelt Und Ich hatte zwei Aber da lassen Sie sich drüber reden Ein sehr beliebter Urlaubsort Das saubere Wasser Und die frische Luft Zusammen mit dem Atemberaubenden Sonnenuntergängen Haben den Tourismus Zu Celtics Größtem Exportartikel gemacht Dies ist auch die mystische Heimat Der legendären Greenfingers Na gut Mit denen werden wir mal Reden müssen 13 Tage fahren wir jetzt rum Das war schön Ohne Zwischenfälle Kein Angriff Käpt'n Ja Schiff Ich wollte dir nur mitteilen Dass wir bei unserer Ankunft Einige Nachrichten erhalten haben Ich habe sie auf deinen Infopad umgeleitet Danke Gucken wir erst nochmal Was ist das? Guten Tag Willkommen im Celtic Resort Wie kann ich behilflich sein? Auch auf die Gefallen Dass es etwas seltsam klingt Aber Was ist Celic? Kein Problem Denn Celic ist ein All-Inclusive Urlaubsort Mit einer ganzen Reihe Von Outdoor Aktivitäten Wir sind seit fast 200 Jahren Im Einsatz Um unsere Kunden Zufriedenzustellen Im Moment Haben wir das berühmte Celic Artefakt ausgestellt Ähm Was ist das Artefakt? Es ist eine uralte Statue Mit enormer Kraft Die die Wissenschaft Noch nicht vollständig verstanden hat Wenn du es noch nicht gesehen hast Musst du einfach vorbeikommen Und uns besuchen Es ist heute Abend Ab 22 Uhr Ortszeit Zu sehen Ich würde Celic Gern besuchen Ist das dein erster Besuch hier? Ja Ist es Lass dein Landeshuttle Einfach die Empfangsbarke Am Zielhof Einfach die Empfangsbarke Am Zielort verfolgen Einen schönen Tag noch Ich hab mich im Weltraum verirrt Und muss nach Hause zurückkehren Es tut mir leid Da kann ich dir nicht wirklich helfen Vielleicht solltest du zur örtlichen Interstellaren Polizeibehörde gehen Und dich als vermisst melden Hahaha Ja vielleicht sollte ich das machen Ich muss jetzt gehen In Ordnung Ich hoffe du wirst dich entscheiden Unseren schönen Planeten Zu besuchen Tschüss fürs Erste Also den mag ich ja überhaupt nicht So Hier gucken Zwei Nachrichten Bisschen Werbung Sie erhalten diese Werbebotschaft Weil sie den Lymianischen Raum betreten haben Na komm das machen wir Das ist so ein Showreel Für die Area Okay Ist ihre Regierung es leid In diesem Sektor festzustecken Oh shit nein Okay komm müssen wir nochmal Ich hab die aus Versehen weggedrückt Ich dachte ich muss die Texte wegdrücken Danke auch der Herrgen Das ist finde ich so eine lustige Idee So ja sie sind jetzt hier In unserem Bereich Äh so wie Werbung für Hessen Oder für NRW Ist ihre Regierung es leid In diesem Sektor festzustecken Wächst ihre Firma Über dieses Sonnensystem hinaus Dank des Tiefraumfeldgenerators Können wir die Fracht deines Unternehmens Weiter transportieren als bisher Das Spacegate Tempo Präzision Möglichkeit Spacegate Bring dein Geschäft in Schwung Okay hier kann ich also unter Umständen Schneller von A nach B kommen Was aber auch ein Problem ist Weil Wir kommen gleich zu der anderen Werbung Kurz nochmal Hier Meinen Gedanken fassen Was aber auch ein Problem sein könnte Weil hier sind wieder so ganz viele Planeten Die ich mir angucken will Das hier zum Beispiel Der große Zentralschrottplatz Da kriege ich wahrscheinlich Metalschrott Der wiederum für die Ausrüstung Meines Schiffes notwendig ist Und das hier ist ja eigentlich Das Endgame Wo ich Mich vielleicht noch gar nicht so hintraue Also Ich könnte quasi Wahrscheinlich für Geld wieder Mal gucken wie teuer es wird Könnte ich eventuell ein bisschen Zeit sparen Das ist nach diesem Bergbau Fest Vielleicht eine gute Idee Weil ich möchte am Ende nicht zu spät kommen So Das ist so die Geschichte dahinter Jetzt gucken wir uns die andere Werbung an Ein Informationsschreiben der Weltverkehrsausstellung Diese Nachricht wird dir gebracht von Handelsverband von Pi Befinden Sie sich in der Nachbarschaft von Pi Komm und sieh dir die Dauerausstellung über die Zukunft der Raumfahrt an Upper Space Die Zukunft sauberer Weltraumreisen Veranstaltet von Ephrosia Pure Präsident für Produktionsdesign Holen Sie sich jetzt Ihr Ticket All right Da ist richtig viel los Das ist ein pulsierender, spannender, großartiger Planet Mit Ich bin schon Tag 246 Mit sehr sehr viel zu tun Nehme ich mal an Kurz mal gucken 200 habe ich Und ich habe nicht viel Ich habe nicht so viel Wie ich gerne hätte Ich habe Fleisch Vielleicht kann ich das Fleisch Das Huhn Kann ich eventuell verkaufen Einmal ganz kurz noch rausgehen Bevor ich wieder da runtergehe Und schauen ob sich hier jetzt irgendwas getan hat Eigentlich bisher Ich hatte schon eine richtig schöne spektakuläre Mission Hier in meinem kleinen Raumschiff Aber bisher Oh da tropft was Ich könnte eigentlich da mal hingehen Das könnte ich einmal kurz machen Ähm Wo ist denn hier der Ich will diese Bodenplatte Will ich aufmachen Geht jetzt nicht Das ist interessant Normalerweise sollte das gehen Vielleicht muss ich das oben machen Denn Ihr werdet es gleich sehen Warum Hier liegt noch ein Stück Papier Und das ist vielleicht eine notwendige Zahl Es gibt nämlich So eine Art Safe Irgendwas Irgendwas wichtiges Ich weiß nicht mehr genau was es war Und da gibt es ein Code Für Um den zu öffnen Und eine Nummer habe ich bisher nur Klappe zum Labor Nee Ich will eigentlich runter Mal gucken Ah ok So kann ich Ohne den Aufzug benutzen zu müssen In den Stockwerken Hin und her Aber ich komme jetzt irgendwie nicht hier runter Ihr seht Hier ist so ein roter Hedge Button Und hier aber nicht Also wie komme ich hier Ich will hier Hier will ich hin Ich muss da nochmal gerade gucken Luftschleuse auch nicht Oder nee Da komme ich auch nicht hoch Ich war nämlich da schon Ich frage mich nur gerade Was habe ich da gemacht Ich probiere es noch einmal Mit der anderen Öffnung Genießt ihr währenddessen Den Jazz Space Jazz Ah ok Ja vielleicht hier rüber Kurz nochmal schauen Ob hier auch noch was liegt Nee Ich zeige euch das mal schnell Ich glaube hier Stereoanlage Foto Kinderzeichnung Nee doch nicht Irgendwo ist auf jeden Fall ein Irgendwas mit Passwort geschützt Nee das ist es auch nicht Ich werde es finden Und hier ist der Andockplatz Von meinem kleinen Lieblingsroboter Jeff Äh den ich zwar noch besitze Aber sein Körper ist weg Ähm Wann hier geht es zur Brücke Der Körper wurde geraubt Von dem fiesen Mistschwein Von vor einer Stunde Nee also ich glaube fast Ich komme jetzt da nicht hin Ich weiß auch nicht genau Doch Mann geil Endlich Ok Stück Papier Oh ein zerrissenes Stück Papier Keine Ahnung was das hier macht Kann ich dir sagen Das gehört zusammen Die 5 Und die 6 Hm Ich brauche glaube ich noch 1-2 mehr Aber jetzt haben wir das immerhin Hier vielleicht noch irgendwo Nee Das war das Docking Da genau Da ist das Schiff dahinter Das Shuttle Doch es scheint so Als Würde ich jetzt erstmal Keine weiteren Zettel finden Vielleicht sind die irgendwo Im Mannschaftsquartier Und ich kriege die nur Wenn ich Gehe hier nochmal rein Und ich kriege die vielleicht nur Wenn ich neue Mannschaftsmitglieder Aufnehme Ich nehme das immer mal mit Er steckt es immer wieder zurück Aber man weiß ja nie Wann man es mal braucht Mhm Ok Haben wir alle schon gemacht War einmal eine nette Aktion Kann ich hier noch irgendwas machen Am Nee Ok Schade Noch Habe ich keine Verwendung gefunden So dann gehen wir jetzt mal Auf die Erde Aber vorher muss ich kurz was machen Und zwar Kurz Ach Werbung kann ich jetzt nicht machen Weil gerade welche war Ok ich muss aber Ich muss kurz mal eine Ich mach mal eine Minute Ich muss nämlich wirklich dringend aufs Klo Wir sehen uns gleich wieder Ähm Dann geht es weiter Es dauert nicht lange Bleibt einfach dabei Danke fürs warten Bis gleich Da ist er wieder Da ist er wieder So ja MSI macht auch Stühle Danke an MSI An der Stelle für die Zwei coolen Rechner Die ich hier habe Und die Hilfe immer Und auch den Den Stuhl Habe ich natürlich von MSI Vielen Dank an dieser Stelle Ihr seid Die geilsten MS geil Nenne ich euch ja Intern nur So Wir machen kurz Kontakt Ah ne Kontakt hatten wir schon Das hatten wir schon Hallo nochmal Wie kann ich helfen Äh Ich muss jetzt gehen Ich habe mich verwählt In Ordnung Lalalalalala Oh Entschuldigung Ihr seht das gar nicht Das wirkte glaube ich Noch dümmer jetzt Okay Los geht's Es wird ja auch Zeit Dass man mal Ein bisschen Entspannung hat Auf dieser Langen Fahrt Oh ist das schön Touchdown Glatt wie ein frisch rasierter Babypopo Ähm okay Ich verstehe wirklich nicht Warum ein einfaches Landung Abgeschlossen Nicht ausreichen würde Ich schätze Das tust du nicht Und deshalb Melde ich die Landung Und du nicht Wie auch immer Warte einfach hier Shuttle Ich bin gleich Wieder da Wir werden sehen Was Nichts Ich werde hier sein Okay Gut Also bin bald zurück Ja ja Jetzt könnte ich Urlaub machen Aber das nehme ich mal an Aber das kann ich nicht Ich habe eine Mission Willkommen Zu Celtic Darf ich deinen Namen erfahren Jean-Luc Kirk Captain Velmo Sehr gut Ich werde dein Shuttle Jetzt parken Gib beim Auschecken Einfach deinen Namen an Und ich werde ihn Für dich holen Hey 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 Was machst du da Oh Entschuldigung Ich wollte dich nur In die Garage bringen Den Teufel tust du Ich stehe wo ich lande Entschuldigung Dein Shuttle Macht hier Ärger Was ist das Problem Shuttle Oh Hi Cap Diese Ratte denkt Sie kann mich bewegen Ja Er wird dich zu all den Anderen Shuttles stellen Ich stehe wo ich lande Ich bin nicht in einer Verdammten Garage gelandet Also werde ich dort Auch nicht stehen Entschuldige aber Andere Gäste warten Auf die Landung Du kannst ruhig gehen Es ist okay Bist du sicher Ja Lass dich nur nicht Von ihm einschüchtern Hey Beweg deinen Stock Puppe Und du wirst Meinen Zorn Zu spüren bekommen Ich warne dich Verschwinde Hey Das nächste Mal Lande ich auf dir Verdammt Hat er gut gemacht Der Diener Hallo nochmal Wie kann ich helfen Schon gut Ich vermute Dass diese hier platziert Werden Um in der nächsten Frachtlieferung Abgeholt zu werden Oh Kann ich mit denen Interagieren Das ist ja sehr Interessant Hallo Ich vermute Das ist nur Ein leeres Lager Oder so Sehr viel kann ich Hier nicht machen Einmal noch kurz Gucken Ob ich mich nicht Vielleicht verlaufen Hab Ne Hallo Hallo Dann gehe ich halt Wieder raus Es kriegt mich schon So ein bisschen Bisschen Helfe ich jetzt Bock auf Urlaub Er hat halt echt 270 Tage In diesem kleinen In dieser kleinen Büchse Hinter sich Das Artefakt Heute Nacht Da ist es Das Artefakt Moment Das ist doch Ganz sicher So eine Ist das nicht so Eine von diesen Brennstoffzellen Kannst du da nicht Mal was zu sagen Kann er nicht Willkommen auf Selig Einem Ort der Ruhe Und Besinnung Ich bin Linda Deine Empfangsdame Wie kann ich dir helfen Was ist das für ein Artefakt Das ihr da hinten zeigt Ah Das Artefakt Das ist wirklich Ein toller Anblick Es ist eine Urheilte Statue Der man mystische Kräfte nachsagt Weitere Informationen Findest du in unserem Faltblatt Am Eingang Heute Abend Findet eine Offene Veranstaltung Beim Podium statt Bei der wir es Zeigen werden Ich würde gerne Einchecken Unter welchem Namen Läuft die Reservierung Thomas Wellmau Ich habe den Namen Nicht hier Es tut mir leid Wir sind für die nächsten Zwei Monate Ausgebucht Möchtest du eine Reservierung vornehmen Nee Willkommen auf Selig Einem Ort der Ruhe Und Besinnung Ich bin Lydia Deine Empfangsname Wie kann ich dir helfen Ich würde gerne einchecken Unter welchem Namen Läuft die Reservierung Jetzt muss ich nur noch Den richtigen Namen finden James T. Picard Oder S. Hathaway Dave Bowman Was würdet ihr sagen Ich weiß es nicht Okay ich mach mal James T. Picard Ich habe den Namen Nicht hier Es tut mir leid Wir sind für die nächsten Zwei Monate Ausgebucht Möchtest du eine Reservierung Nee Okay ich komme offensichtlich Da nicht weiter Broschürenständer Die Greenfingers Sind das indigene Volk Von Selig Sie glauben Dass das Artefakt Hier auf Selig Bleiben muss Sonst wird es Total zerstört Die Kolonisten Kamen im Vergleich Zu den Greenfingers Erst vor relativ Kurzer Zeit Nach Selig Zusammen mit den Greenfingers Bauten sie das Was man heute hier sieht Das Artefakt Ist eine uralte Steinstatue Der mystische Kräfte nachgesagt werden Die die Fantasie Von Generationen Beflügelt haben Okay sehr interessant Ich bin mittlerweile Immer noch Mittlerweile bin ich Sehr sicher Dass das Artefakt Eine von diesen Brennstoffzellen Beinhaltet Sieht aus Wie echtes Qualitätsfeuerwerk Raketen Schön Kann ich da welche mitnehmen Ich spreche besser Mit dem Angestellten Bevor ich etwas nehme Es tut mir leid Aber du musst erst Einchecken Bevor du hier Einkaufen kannst Scheiße Also ist das voll wichtig Ich dachte ich bin ja Eh nicht so lange hier Ich probiere noch mal Eine Sache Ich will noch kurz Wissen Ob ich noch Vielleicht Ach den habe ich Doch eben schon Gehabt Ich probiere mal Alle Namen durch Nur um zu sicher zu gehen Dass es nicht Irgendeine Geschichte Mit den Namen ist Ich glaube aber Es wird nicht gehen Nee Okay Dann probiere ich es doch Noch einmal Mit Haben wir das wirklich schon gemacht As Halloway Ich bin mir nicht sicher Nee hat sie aber auch nicht Okay Shit Da hätte ich vielleicht Eine Reservierung Irgendwo im All Finden müssen Das Artefakt Heute Abend Zwielichtiger Typ Der gefällt mir Der werde ich direkt hingehen Was ist hier noch Mann ist hier viel los Entschuldigung Du musst erst einchecken Bevor du hier rein kannst Die Rezeption ist gleich Da drüben Ja aber ich kann doch nicht Ich habe doch keine Reservierung Entschuldigung Ja scheiße Also ich würde gerne Mit all diesen Leuten reden Aber ich komme halt Einfach nicht rein Ich kann nichts kaufen Ich kann nirgendwo hin Ich will unbedingt Dieses Artefakt Ich glaube das geht nicht mehr Ich habe halt wirklich Es mit allem probiert Aber Ich kann halt auch Er sagt ja nicht Ich kann quasi Keine Reservierung vornehmen Er sagt de facto Nee Ohne dass ich das auswählen kann Mann das sind alles Sachen Die ich gerne hätte Muss ich ehrlich sagen Das Feuerwerk hätte ich gerne Ich würde gerne Mit dem zwielichtigen Typen reden Mann Ja 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 Okay Das ist ja richtig traurig Jetzt muss ich wahrscheinlich Unverrichteter Dinge Wieder wieder weg Oder ich muss hier Kann ich vielleicht Ich kann mir das als Schild angucken Die Sachen hier Ja mit denen kann ich nichts machen Ich dachte vielleicht kann ich hier Ein anderes Raumschiff rein Oder so Ich glaube sogar Ich kann den Wasserfall Weg machen Und dann hier hoch gehen Hier Shuttle Tür Ja Hm Was sagt ihr im Moment Vielleicht kannst du im dunklen Raum Was ertasten Frag die Frau Nach ihrem Namen Das könnte funktionieren Ah Ich verstehe Wenn die landen So ist es Wenn die landen Muss ich mit denen reden Ich weiß auch nicht Warum ich immer denke Dass hier irgendwas wäre Habe ich hier noch Irgendeine Möglichkeit Ich müsste also Namen rausfinden Mit den Leuten quasi Bevor ich dann Reserviere Sie hat eine Reservierung Und ihr Name ist Montgomery O'Brien Okay Nein 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 Ich muss vor dir da hin Ha 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 Montgomery O'Brien Sehr gut Danke lieber Chat Da habt ihr gut geholfen So Montgomery O'Brien Sie nennen mich Graf Mon Wie seltsam Das muss ein Fehler sein Du scheinst bereits Eingecheckt zu sein Bitte melde dich Wenn du einen Namen Mit einer Reservierung hast Ich weiß nur Dass ich Gesichter Absolut nicht erkennen kann Also musst du vielleicht Noch einmal deinen Namen nennen Scheiße Ja also das geht auch nicht Shit Bin ich ein bisschen überfragt Ich kann Ich habe jetzt nicht reserviert Ne Ne Okay Ich habe immer nicht reserviert Okay Wie schaffe ich das Dann muss ich dann einfach Vor der Person Ich muss einfach hier Rechtzeitig gucken L'Vaxana Lursa Alter Das ist es Jetzt habe ich es verstanden Leute Ich habe es Hey du Ah ich verstehe Okay Bitte Dreh dieses Schild Nicht um Die Gäste könnten In die falsche Richtung gehen Okay Jetzt habe ich es verstanden Ich belausche die Drehe das Schild um Dann kann ich schnell Über die Rezeption Da rein Philipp McCoy Kann ich Achtung Mann Das ist so schwer Ich warte einfach mal hier Ne Wann muss ich das denn machen Vielleicht vorher Bevor ich belausche Das ist das Ding glaube ich Weil dann ist er abgelenkt Und Was ist eigentlich das hier oben Sehe ich jetzt erst So ein roter Knopf Achso Einfach nur eine Alarmlampe So jetzt geht's Das ist der Name Das ist der Name Den wir klauen Ja ja komm Dafür ist also der dunkle Raum Einfach nur damit die Leute Da verschwinden Ja geil Hat gut geklappt Danke für den Tipp Brainmon Ja jetzt will ich aber mal einchecken Mal sehen Da wählen wir Du hast Bungalow Nummer 4 Denke daran Dass das Selig Resort Eine All-Inclusive Unterkunft ist Deshalb findest du In deinem Bungalow Kostenlose Badeshorts Im Selig Design Bitte ziehe dich So schnell wie möglich um Es geht Nur Um die Hygiene Und schließlich Vergiss nicht Deinen Aufenthalt Bei uns Zu genießen Ähm Nur um sicher zu gehen Es war Bungalow Nummer 4 Was Oh Entschuldigung Wie ungeschickt von mir Ähm Es ist Alles in Ordnung Geht es dir gut Mrs Es heißt Miss Nicht Mrs Ich bin Kim Ähm Hi Ich bin Thomas Danke Dass du mich Gefangen hast Kein Problem Willst du vielleicht Aufstehen Oh Entschuldigung Ja Natürlich Es tut mir leid Dass ich dieses Kleine Beisammensein Unterbreche Was willst du Brainless Nenn mich nicht Brainless Mein Name ist Brainius Warum verfolgst du mich Schleimblase Du weißt sehr gut Was ich will Und du gibst es mir Besser jetzt Frau Ich habe es nicht Bei mir Das kann ich mir Vorstellen In den Fäden Die du Bikini Nennst Könntest du Nicht einmal Eine Haarnadel Verstecken Ich gehe jetzt In die Sonne Und ich sehe Besser nicht Dass du mich Oder meine Fäden Anklotzt Bist du groß Wie ich Ja Was hat das Mit dieser Sache Zu tun Bist du heute Abend Auch hier Um Zeuge Des Artefacts Zu werden Hey Ich arbeite hier Hör auf Mich zu belästigen Wer bist du Wer bist du Das geht dich Wirklich nichts an Aber wenn du es Wissen willst Ich bin hier Der Sicherheitsdienst Auch egal Ja das ist ärgerlich An dem muss ich dann Vorbei wenn ich das Artefakt Stehlen will Und ich weiß noch Nicht mal warum Ich stehlen will Aber ich brauche es Scheinbar Entschuldigung Hier oben sind Nur Leute mit Badekleidung Erlaubt Du wirst ein paar In deinem Bungalow finden Ja dann mach ich das halt Erstmal hinkommen So oh Wie viel Geld 200 Immer noch 200 Aber eine sehr Gute Frage Bisher Ihr habt mitgedacht Kann ich denn auch In 3 reingehen Hey Du kannst hier nicht Reinkommen Ich bin Nackt Dann erst recht Hey Du kannst hier nicht Reinkommen Die Kinder Schlafen Moment Jetzt würde ich aber Gern wissen was noch Kommt Hey Du kannst hier nicht Reinkommen Ich bin Nackt Und die Kinder Schlafen Okay Bungalow Nummer 4 Ein schönes Zimmer Ich fühle mich Schlecht weil ich Diese Reservierung Gestohlen habe Es gibt Schlimmeres Ich könnte sogar Pennen Eine Runde Nicht um den Hals Ja man Passt Perfekt Zum Glück Sehe ich in pink Gut aus Oder besser gesagt Zum Glück Für die Damen Schlafen Aufgeparkt Zu werden Ich kann das nicht Lesen Es ist in einer Sprache geschrieben Die ich nicht Kenne Ich behalte es Besser erst einmal Bei mir Sehr interessant Das hat mir also Die Kollegin Gerade Zugesteckt Ich kann es aber Nicht viel Viel mehr damit Machen Könnte ich Aufs Bett Das sieht Wirklich Bequem aus Vielleicht sollte ich Mich einfach ausruhen Bis die Show Beginnt Nein Es ist schon längst Schlafen Zeit Ich sollte jetzt ins Bett gehen Ich schlafe jetzt Besser nicht Das ist glaube ich Die einzige Richtige Antwort Wie kann man So schlafen Ich gucke mal Ob ich in die 5 Rein kann Die lässt sich Nicht öffnen Das Artefakt Um 22 Uhr Ist denn hier Irgendwo Ich gucke Original Aufs Handy Bevor ich Auf die Uhr Klicke Und der Witz ist Die Uhr Hat keine Uhrzeit Handy aber auch nicht Ja gut Ist halt so Was ist denn Die Wache Hallöchen Willkommen Bei der Zeremonie Des Artefakts Wie kann ich Helfen Bist du nicht Derselbe Typ Der mein Shuttle Geparkt hat Nee Das ist Pete Mein Zwillingsbruder Ich hatte schon Immer eine Faszination Für Zwillinge Wie das Habt ihr nicht Eine besondere Verbindung Oder irgendwie Sowas Nee Ich behalte ihn Nur gerne In der Nähe Um Ersatzteile Zu haben Wie rührend Kannst du mir Etwas über Dieses Artefakt Erzählen Das Artefakt Ist eine Steinstatue Mit einem Vulkanischen Edelstein In der Mitte Die Greenfingers Bezeichnen Diesen Stein Als das Herz von Challenge Ihm werden Kräfte Nachgesagt Die das Leben Auf dieser Welt Erhalten Wir werden Das Artefakt Heute Abend Ausstellen Wenn du Jetzt mehr Über das Artefakt Wissen willst Kannst du An der Rezeption Mehr erfahren Danke Und Willkommen Zurück Um 10 Uhr Okay Hier gehen wir Also dann hin Um 10 Uhr Die 3 und die 5 Können wir nicht rein In der 4 war nur Die Badehose Wir gehen erst Noch mal hoch Denn Vielleicht habt ihr es Ja vergessen In der Rezeption Gab es ja oben Noch Den Souvenirstand Und Feuerwerk Und ich bin mir Ziemlich sicher Dass wir das brauchen Willkommen im Besten Souvenirshop Das Celtic Resorts Wie kann ich Ihnen behilflich Sein Bester Shop Gibt es hier In der Nähe Viele Läden Nun Nein Das ist der einzige Und deshalb Der beste Ah Ich verstehe Glaube ich Was hast du Nun Das ist einfacher Mit einer Frage Zu beantworten Wonach Suchst du denn Mein Freund Eine Art Stift Eine Postkarte Oder ein Schlüsselanhänger Ich probiere mal alles aus Eine Postkarte Die einen Sonnenuntergang Zeigt Tut mir leid Das haben wir nicht So eine Shit Ich hätte gerne Eine Art Stift Tut mir leid Das haben wir nicht Vielleicht ein Schlüsselanhänger Von Zellig Tut mir leid Das haben wir nicht Ja Eine Flasche Sonnencreme Tut mir leid Das haben wir nicht Eine Sonnenbrille Tut mir leid Das haben wir nicht Das ist zwar weit hergeholt Aber haben sie vielleicht Feuerwerk Natürlich Bitte sehr Kostenlos Vielen Dank Willkommen zurück Danke Jetzt habe ich Feuerwerk Okay Das brauche ich sicher Für die Geschichte am Ende Mit dem Souvenir Oder so Dass das irgendwie wichtig wird Okay Jetzt gucken wir erstmal Hier unten Ja auf der linken Seite Genau Hier ging es ja auch noch runter Aber da war nichts Na okay Da war das Wenn ich da jetzt reingehe Ist dann da einfach Die eine Person Und wartet die ganze Zeit Nee Hallo Hallo Bist du hier der Hausmeister Äh nicht hier wirklich Oh das ist aber schade Ich bräuchte wirklich jemanden Der die Lichtquellen hier drinnen austauscht Es ist ein bisschen schwieriger Meine Suppe zu kochen Wenn es hier so dunkel ist Ähm ich glaube nicht Dass ich dir dabei helfen kann Es tut mir leid Äh es spielt keine Rolle Ich glaube ich kann ein bisschen was sehen Äh naja Äh trotzdem danke Schön dass sie daran gedacht haben ey So Okay Jetzt geht es aber weiter Jetzt geht es ein Stockwerk nach oben Und dann fangen wir links an Bei Branis Okay Hi Sprich nicht mit mir Aber warum Hi Spich nicht mit mir Okay Wir haben schon mit ihm gesprochen Dann reden wir mit dem zwielichtigen Typ Pst Hey Alter Hallo Pst Du bist also wegen des Wegen des Artefacts bist du hier ne Ähm nicht wirklich Ich wurde in ein Wurmloch gesaugt Und versuche wieder nach Hause zu kommen Wurmloch Was Was machst du denn hier Bleichgesicht Ich suche nach Wegen Um schneller nach Hause zu kommen Denke ich Wie Voyager Ja Ich wette Dann würde dir eine Menge Geld helfen oder Ähm ich schätze das stimmt Wenn du mir das Artefakt besorgst Zahle ich dir viel Geld Micht Mr. Bleichgesicht Ähm das Artefakt stehlen bist du wahnsinnig Ich war ja du weißt ja was man sagt Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn ist Vernachlässigbar Aber ist es das Hey Kumpel Schnapp sie dir einfach während der Zeremonie Ich kann dir 300 dafür geben Mann das ist ja super lächerlich Nur 300 Hallöchen Hallöchen nochmal Hallo Schöne Strumpfhose Pink ist wirklich deine Farbe Oh äh danke Nicht meine normale Garderobe weißt du Aber Tut mir leid Wegen des Zusammenstoßes vorhin Geht's dir gut Keine bleibenden blauen Flecken Aber ich bin froh Dass ich helfen konnte Kim richtig Ja Kims Beine Also Was liest du denn da Kim Das hier Ich informiere mich Über die alte Geschichte von Zellig Oh Ein Historiker Ein Historiker Kollege Ich fürchte ich kenne mich Mit den lokalen Geschichten Nicht so gut aus Ich bin ein bisschen Außerhalb meines Geografischen Hotspots Oh Wie das Ich komme den ganzen Weg Von der Erde Ich habe an einer Anomalie gearbeitet Als ich in sie hineingesogen wurde Und hier gelandet bin Das ist ja Furchtbar Hast du Familie? Ja Ähm Nur zwei Kinder Leider nur Es tut mir so leid Weißt du etwas über eine Kartenähnlichen Zettel Den ich in meiner Uniform gefunden habe Ja Was das angeht Das habe ich dir vorhin Bei unserer kleinen Beule Untergeschoben Ganz neben deine kleine Beule Tut mir leid Es Ist in Ordnung Schätze ich Oh Danke Dieser Mann Branius Ist mir den ganzen Tag gefolgt Um die Karte zu finden Scheiße Er kommt rüber Bitte sag ihm Dass du mir ein hilfesüchtiger Ehemann bist Damit er mich in Ruhe lässt Hey Rutschhoff Ich weiß nicht mehr wie der spricht Hey Rutschhoff Ich will jetzt was mir gehört Und zwar Jetzt Entschuldige Aber die Dame möchte jetzt nicht gestört werden Und wer bist du? Ich bin Kims Ehemann Ich bin gerade aus dem Knast gekommen Wegen Totschlags Orangefarbener Leute Ne warte er ist golden Wegen des Totschlags Goldförmiger Einäugiger Wer bist du Kleiner? Eh 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 Gefängnis Ich weiß nicht Das musst du nicht wissen Du musst einfach nur gehen Ich eh Komm zurück Und hole mir was mir gehört Und eh Ich werde euch zwei beobachten Jetzt kündigt er das auch noch an Vielen Dank Kein Problem Vielleicht könntest du die Karte noch ein bisschen länger behalten Ich mache mir Sorgen Dass Branius versuchen wird Sie mir zu stehlen Natürlich kann ich das Äh Wann willst du es zurückhaben? Ich Kann ich später zu deiner Hütte kommen? Klar Ich wohne im Bungalow Nummer 4 Super Bis später Meine Fresse Ich bin kaum fünf Minuten hier Hab ein Bungalow Hab Bunga Bunga Und hab ne Karte Von der ich überhaupt nicht weiß Was sie mir bringt Apropos bringen Willkommen Was darf ich dir bringen? Das stärkste Gift Das du hast Hat der Kerl was? Du bist also das erste Mal hier auf Salek Ja aber ich bin nur auf der Durchreise Du bist hier um das Artefakt zu sehen Nehme ich an Nein Nicht wirklich Ich bin nicht aus dieser Gegend Ich wurde in ein Wurmloch gesaugt Und versuche verzweifelt Moment Das ist ja das was ich eben schon gesagt habe Egal Autsch Mir ist mal etwas ganz ähnliches passiert Wirklich? Kannst du mir davon erzählen? Es tut mir leid Aber darüber möchte ich nicht sprechen Also Bitte sehr Ein tödlicher Magenwürger Lass es dir schmecken Danke Das ist ja der Hammer Das ist ja das beste Getränk Was ich je probiert habe Vielen Dank Mein Name ist übrigens Velmu Ich bin Fred Dein freundlicher Greenfinger Barkeeper Ah Das ist die Greenfinger Geschichte Das sind die Ureinwohner dieses Planeten Die mehr oder weniger Ich würde sagen Vertrieben wurden Damit hier dieses Luxusresort Aufgebaut werden kann Meine Güte Aber Erstmal das Wichtige Ähm Sind das da Süßigkeiten Die ich auf der Theke sehe? Ja Das sind die berühmten Selig Perlen Eine Süßigkeit Wie keine andere Ihr Geschmack ist perfekt Auf die chemischen Vorlieben Des Essers abgestimmt Wow Also Sie sehen genauso aus Wie die höchst umstrittenen Selbstmordpillen Der Space Fleet Oh Ist das eine Süßigkeit? Ähm Für manche ja Aber die meisten Menschen Kosten sie nur einmal Ich verstehe Du wirst dich aber nicht Mit nur einer Selig Perle Zufrieden geben Sind sie Kostenlos? Ja Aber ich fürchte Sie werden nur Während der fröhlichen Süßigkeiten Zeit serviert Achte auf den Klang Der Süßigkeiten Glocke Um zu wissen Wann das ist Was für ein Quatsch Äh Okay Wird gemacht Ich Läute allerdings Nicht so oft Warum das? Der kleine grüne Kerl In den roten Badeshorts Lädt die Schüssel Jedes Mal Wenn ich das tue Diese kleinen Babys Sind teuer Weißt du? Ich verstehe Also In diesem Moment Die Selbstmordpille Schnabuliert Bin ich natürlich Zu 100% Unschuldig Denn ich hatte ja Einen klaren Plan Aber ich finde das Interessant Das ist gut zu wissen Dass man das machen könnte Ich könnte es auch Gleich mal ausprobieren Ich habe aber auch Angst Dass ich irgendjemand Von diesen Gästen Einfach umbringe Aus Versehen Was ist ein Greenfinger Die Greenfinger Sind die Ureinwohner Dieses wunderschönen Planeten Wir waren einst Eine blühende Zivilisation Okay Und was ist passiert Vor 500 Jahren Kam eine Gruppe Kolonialer Siedler Hierher Um einen Neuanfang zu wagen Ein Jahrhundert lang Lebten wir alle in Harmonie Aber im Laufe der Zeit Fanden die Kolonialer Gefangenen Gefallen daran Diesen Planeten Zu bewirtschaften Es dauerte nicht lange Bis sie unser Heiligstes Gut fanden Unseren Gott Die Cocktail Rezepte Sammlung Nein Das Artefakt Sie haben es gefunden Oder richtig Also gehört es Ihnen Richtig Wer es findet Der darf es behalten Nein Das Artefakt ist kein Eigentum Das man besitzt Es ist ein uraltes Relikt Aus der Zeit Vor der Zeit Es hat enorme Macht Über uns Es ist das einzige Was uns Greenfingers Am Leben hält Viele Außenstehende Glauben Dass sie ihre Kräfte Für ihre persönlichen Vorteile Nutzen können Aber sie können Es nicht Es ist mit Selig Verbunden Für uns ist das Artefakt Unser Erbe Unsere Lebenskraft Unsere Daseinsberechtigung Wenn sie jemals Diese Welt verlassen würde Wäre das Unser Ende Das ist eine Geschichte Das ist der Zwielichtige Typ Ja ich habe auch gemerkt Ja ich habe auch gemerkt Hier steht ja die Uhrzeit 17 Uhr 26 Ich will aber unbedingt Ich will aber unbedingt diese Bommel mitkriegen Was machst du da Was machst du da Das ist unser Bungalow Die Zeit vergeht Da bin ich an was ganz heißem dran Ich frag mal nochmal, wie das mit dem Bimmeln ist Ne, geht nicht, okay Na gut, dann müssen wir es so machen Ihr habt ne Einstellung, ne Ansonsten stirbt halt jemand anders Ich will nicht den falschen umbringen Aber ich muss Schon offensichtlich mit der Pille Den nervigen Typen umbringen Dann wird mir die Lady mit der Karte helfen Und dann muss ich eben noch rausfinden Ob ich dieses Relikt klauen kann Okay, da ist nix Einmal hin und her Wo ist die Bimmel? Das macht es mir echt schwer gerade Ich habe so eine Angst, diese Bimmel zu verpassen Ich weiß ja nicht mal, wie die sich anhört Habe ich hier noch irgendwas mit denen zu tun? Okay Und der will immer noch das Geld, ne Okay Schade Ich trau mich nicht Ich kann natürlich ab 22 Uhr, es ist ja egal Weil ab dann geht es um die Geht es um das Artefakt Es wäre halt schön, wenn man so eine von diesen Tafeln Das wäre ein Adventure In einem Adventure wäre das möglich Einfach das Schild mitnehmen Und austauschen Gegen die Gegen das Artefakt Sodass es keiner merkt Das haben wir ja alles schon Das lese ich dann auch nicht nochmal vor Hier haben wir wirklich nur Feuerwerk Okay Ja, tut mir leid Das Jaguist Du hast zwei Stunden Knapp zwei Stunden Captain verpasst Aber Ist nicht schlimm Kommt ja alles auf meinen YouTube Kanal Du kannst es ja auf Twitch auch Nachholen Und es sind schon Spannende, tolle Sachen passiert Das will ich nicht ausschließen Aber Du bist noch nicht am Ende Die Reise ist noch lange nicht am Ende Ich warte nochmal kurz ein bisschen Auf dem Wasser Darauf, dass der Dude hier irgendwie mal was macht Hat er gebommelt? Er hat gebommelt Ich glaube er hat gebommelt Ich glaube er hat gebommelt Ich glaube er hat gebommelt Oder? Hat er nicht oben eben kurz diesen Bommel gemacht? Scheiße Ich hätte schwören können Er hat nach oben gebommelt Da Es sah so aus Das ist nur ein Glas Wo er rein spuckt Warum machen das alle Barkeeper in Spielen immer? Das hat noch nie ein Barkeeper in echt gemacht Außer vielleicht im wilden Westen Als es noch kein Wasser gab Okay Wir versuchen es nochmal Ich trau mich einfach nicht Hier ist die Uhr Ab 22 Uhr Muss ich ja eh los Nee Es geht nicht Schade Ich weiß nicht was ich noch anders machen soll Hier Aber es funktioniert nicht Ich frage noch Red noch einmal mit ihm Und dann gehen wir zum Artefakt Oh ich hätte so gerne Urlaub mal wieder Ich fahre demnächst ein paar Tage in die Heimat Und dann drei, vier Tage Woanders hin Und hab ein bisschen Urlaub Das wird sehr schön Sorry dass ich an der Stelle dann nicht streamen kann Aber ich brauch mal ein bisschen Okay Moment Der Lese ich das Ist das meine Stimme Sieht aus wie ein Steckplatz Um Kassetten zu montieren Erstmal mit der Wache reden Die Zeremonie hat begonnen Geh einfach hin Und hör dir die unglaubliche Geschichte Über das Artefakt an Na gut Dann höre ich da mal zu Ich bin im Moment etwas beschäftigt Sagt er Entspann dich Und hör dir die Geschichte Über das Artefakt an Ja will ich ja Muss ich mich dazu hinsetzen Okay der hat keine Geschichte Metallring Sieht aus wie ein Steckplatz Um Kassetten zu montieren Das ist die Geschichte von eben Ja Da könnte ich vielleicht das Feuerwerk Brauchen wir eine Art Abschusspatrone Ne das kann ich hier nicht machen Aber hätte ja sein können Dass man hier irgendwas Feuerwerkskörperabschusspatrone Vielleicht sollte ich die einfach klauen Geil Hab ich gemacht Oh ich hab ne gute Idee Sieht aus wie ein Steckplatz Um Kassetten zu montieren Weil Nämlich Ich jetzt diese Geschichte hier Platzieren kann Oder hier Ich weiß nur nicht genau Was richtig ist Ich nehme an Wenn das direkt hier ist Kann ich dann eventuell Das Artefakt holen Kann ich das nicht kombinieren Okay wir machen das mal so Und dann Machen wir Das Feuerwerk da rein Leider nicht die Das was ich gehofft hatte Ey shit Was war's da schon wieder Ne ich hab da noch Genau ich dachte schon gerade Ich hab nur eine Chance Aber Ich probier mal das Ding zu klauen Während das Feuerwerk kommt Ah geht nicht Okay Ja ja Und zwar Ich glaub so geht's jetzt Hier Dann drehen die sich um Und dann kann ich klauen Chloe Mac Alles stehl Alter ist das teilweise schwer Hier was zu klauen Okay ich hab's Oh nein Nicht schon wieder Wartet Leute Ich muss noch eine Sache reparieren Das ist so lustig Das hab ich gar nicht gerafft Dass das hier einfach die Kette der Artefakte ist Die einfach immer nachgepuppert wird Von unten Ist schon lustig Ja Dann ist das gar nicht der Richtige Nehm ich an Wie viele Artefakte Soll ich denn klauen Na gucken wir mal Aber Das kann ich ja dem Typen verkaufen Der weiß ja nicht Dass es davon unendlich viele gibt Genial Simon Genial Ich dachte ja Dass das Ende der Auflösung ist Dass Ich das Artefakt aufmachen muss Für eine von diesen Energie Energiepillen Aber nein Ist ganz anders Ich bin einfach nur auf diesem Planeten Um ein bisschen Geld zu bekommen Wie viel wolltest du nochmal Für dieses Artefakt bezahlen Ich gebe dir 300 Credits für Na gut Dann machen wir das so Oh Du hast es Ne das bin ich ne Das ist ja Das ist ja toll Hier ist dein Geld Und jetzt Lass uns nie Wiedersprechen Ja okay So jetzt geht nur noch Kim ist das Problem Behalte die Karte Wir treffen uns später Im Bungalow Ich möchte aber eigentlich Hier diese Geschichte Noch ausprobieren Deswegen gehe ich mal Ins Wasser Das ist ne gute Frage Könnte ich vielleicht Nochmal mit ihm Nochmal eins klauen Das ist ne gute Idee Ich probier's mal Ich glaub nicht dass das geht Aber ich probier's mal Das ist ne gute Idee Nochmal ein Artefakt Klaui Klaui Alles muss raus In meine Hose Muss es hinein Ich klau alles Okay komm So Oh nein Seht ihr es rührt sich nicht Sie haben's am Pfosten befestigt Na gut Ich nehm die Sachen trotzdem mal mit Weiß ich ja nie Wann man sowas vielleicht mal braucht Also Leute Und ich weiß Ihr seid Leute Die gerne mal Den 5 Finger Kredit Laufen lassen Die gerne mal kleptomanisch Durchs Leben gehen Für heute geschlossen Ah ok Sollte ich nicht vielleicht Ihm Dem Barkeeper Jetzt auch so eins geben Ah ne ich hab ja kein zweites mehr Ok Ja ich hab das Gefühl Als könnte ich hier gar nicht mehr viel machen Ich kann scheinbar das mit den Pillen Hier nicht machen Obwohl es Ein gutes Rätsel wäre Vielleicht ich probier's mal so Ne ne kommt gar nichts Ne ich geb's auf Ich geb's jetzt offiziell auf So ich geh mein Bungalow Und warte auf Die nette Dame Die sich mir angeboten hat Nein ich bin ja 4 ne In 4 Oh Hey äh was machst du da Ich glaube du hast etwas Das mir gehört Wovon sprichst du Stell dich nicht stumm Nur weil du es bist Gib mir die Karte Und niemand wird verletzt Hey 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 Steck die Waffe weg Das brauchst du hier nicht Ich habe diesen Zettel bei mir Ist es das Wovon du sprichst Ja das ist genau das Wovon ich spreche Komm hier rüber Und gib es her Langsam Danke Scheiße Scheiße Vielen Dank Oh das ist die Perfektes Timing Ich werde das mit einer Seligperle an der Bar feiern Wenn es dir nichts ausmacht Ich habe seine Stimme vergessen Sorry Bleib einfach hier Streck dich Ja das werde ich natürlich Nicht zulassen Holla die Walfe Hey ich bin gerade draußen An Branys vorbeigelaufen Was ist hier los Uh du hast deine Party Geschmissen zu der ich Nicht eingeladen war Natürlich nicht Dieser Freund Dieser hirnlose Typ Hat mich gerade ausgeraubt Er hat die Karte genommen Diese knochenlose Schleimschnecke Wir müssen sie zurückholen Ja klar Hast du eine Waffe Nein ich fürchte nicht Ihr Körper ist ihre Waffe Warum hast du die Karte Auf mich gelegt Ich hatte Angst Dass Branys sie mir Wegnehmen würde Es wäre kein Problem Für mich Mit dem Wurm umzugehen Aber ich wusste Dass er eine Waffe hatte Also musste ich Improvisieren Ja danke Für die Vorwarnung Worauf ist diese Karte Denn ausgerichtet Ich schätze Du hast es verdient Das zu erfahren Die Karte Verriet Den geheimen Ort Des Artefakts Das Artefakt Ist das Artefakt Nicht drüben auf dem Podium Nein nicht ganz Es ist nur eine Nachbildung Um sie unwissenden Touristen Zu zeigen Ich will das Echte Okay Das ist wichtig Oh das ist eine wichtige Das ist eine ganz wichtige Geschichte Jetzt hier Und ich werde es Zur Abstimmung freigeben Also Folgendes ist die Möglichkeit Wir können Die Karte zurückbekommen Ich werde dir helfen Die Karte zurückbekommen Aber nur um das Artefakt Zu schützen Hey es gehört zu dieser Welt Und ich denke nicht Dass du das Recht hast Es zu nehmen Also entweder Sage ich Ich helfe ihr Um es dann zu schützen Moment Ich schreibe das gerade mal rein Helfen Um Zu Schützen Nicht Helfen Um zu Schützen Okay Ist ein bisschen dumm Aber ihr wisst schon Was ich meine Also entweder helfe ich ihr Oder ich helfe ihr nicht Wobei ich immer noch Natürlich Am Ende Der Jetzt ist die Umfrage live Natürlich immer noch am Ende Mir diese Karte zurückholen kann Indem ich den Typen vergifte Aber die Frage ist Was mache ich mit der Karte dann Gebe ich Nutze ich die Karte für mich Um das Artefakt zu holen Und es vielleicht dem Barkeeper zu geben Oder nutze ich das Um es der Frau zu geben Die mich da lassiv Mit ihrem Trägerlosen BH Ganz schön angeilt Oder Das wahrscheinlich das dümmste Gebe ich dem Typen Der sie gerade von mir geklaut hat Mit Waffengewalt Ist irgendwie Beides auch ein bisschen dasselbe Schade dass die Fälschung weg ist Ne Ja Das ist korrekt Lieber Chat Ich hätte tatsächlich Was hätte ich denn machen können Mit der Fälschung Ah Ich Depp Ich hab die Fälschung Ne mit dem Na gut aber sie hätte es eh erkannt Und er will die Karte Also mal gucken Man hätte vielleicht Ihn mit der Fälschung aufhalten können Aber ich hab da stattdessen 300 Credits dafür bekommen So Ihr könnt wählen Helfen um zu schützen Hat mit 75% Gewonnen Vielen Dank für eure Wahl Und es war diesmal eine Qual Denn man weiß ja nicht Was am Ende bei rauskommt Das stimmt schon Ich werde dir helfen Die Karte zurückzubekommen Aber nur um das Artefakt Zu schützen Bist du sicher Es tut mir leid Dass ich dich damit reingezogen habe Ja klar Kein Problem Er hat eine Waffe Auf mich gerichtet Jetzt Ist es persönlich Ich warte an der Bar Ankomme Aber es soll wohl so sein Jetzt frage ich mich nur Was am Ende passiert Ob wir ihr helfen Dadurch oder nicht Hätten wir direkt gesagt Ne Wir nicht für dich Dann hätten wir vielleicht Trotzdem uns den Kram geholt Aber ihr nicht geholfen Wir müssen mal gucken Was wir machen Vielleicht kann ich mich Vorher noch entscheiden So jetzt wird es Zeit Die Pillen auszutauschen Immer noch nicht Okay Vielleicht So Es geht nicht Und es gab überall Diamanten Das ist unglaublich Okay kann ich jetzt nicht hier Mann wie muss ich denn Scheiße Das ist so dumm gelöst Ich weiß einfach nicht Okay er ist in der 2 Ich weiß einfach nicht Wie ich die Süßigkeiten hier Wo ich die aufstellen soll Ne ne Mann das ist aber so dumm ey Das ist ein bisschen schwierig gemacht Ne kann man nichts machen Der kommt dann da hoch Äumelt da rum Labert mit ihm Und keinerlei Von diesen Süßigkeiten Sind verfügbar Ach ich hätte es ihm auch geben können Okay Ihr habt mich gerade überzeugt Der Typ ey Und dann gehe ich in seinen Bungalow Und dann ist er da wahrscheinlich Hoffentlich tot Oh Kann ich nicht Kann es nicht mal ihm geben Ich könnte bimmeln Oh ich habe eine gute Idee Alter ich habe die beste Idee Klar Deswegen bimmelt man Deswegen bimmelt man Man bringt den Typen einfach mal Schön um hier Auf die Art Scheiße Ähm Raus jetzt Oder ich ziehe wieder meine Waffe Du Hammelkopf Okay 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 Wenn ich da reingehe Kann ich auch nicht mit ihm Ne Ah da ist im Safe Wahrscheinlich alles Okay mal sehen Ähm eine Karte Sollte nicht so schwer Zu verstehen sein Hey Was machst du hier Ähm das ist ja gar nicht Mein Bungalow Raus jetzt Oder ich werde dich Gleich hier erledigen Okay Der ist ein echtes Problem Die Karte scheint Im Tresor zu sein Ich muss irgendwie An diese Kombination kommen Ich will ihn endlich vergiften Ne okay Beim Reden geht Also es ist bisher Eine der schwierigeren Missionen Es ist schon Äh was schreibt ihr denn Lock ihn mit der Glocke raus Und dann in seinem Bungalow Okay das habe ich schon gemacht Ähm im Bungalow tauschen Kann man irgendwie An das Fenster Ja sind alles gute Fragen Ne Fenster leider nicht Okay 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 Also Wir machen das erstmal Und gehen nochmal runter Wie könnten wir An die Kombination kommen Vierstellig Oh man Vielleicht muss ich hier Ein bisschen rum gucken Auf einigen Holzregalen Stehen mehrere Bücher Und eine dekorative Flasche Scheiße Hey was machst du da Raus jetzt Oder ich ziehe Wieder meine Waffe Du Hammelkopf Ja kennen wir ja mittlerweile Scheiße 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 Habt ihr irgendwas gesehen Kann man hier vielleicht Kurz rein Und dann Okay Während er hier labert Da war Also ich konnte nirgendwo Die Pille hinwerfen Er nimmt sie also Nicht einfach so Ich bin auch Nicht ganz sicher Ob Und wie ich das Passwort herkriegen könnte Es schadet aber Natürlich eh Wenn ich ihn töte Ohne die Diesen Die Kombination zu haben Ach Jetzt bin ich wieder reingegangen Leute meinten Ich sollte hier zum Fenster gehen Aber Irgendwas mit dem Feuerwerk machen Ja das sind alles gute Ideen Aber ich habe hier keine Wirklichen Optionen Mann wie kriege ich das Ding wieder Das ist ja echt scheiße Vielleicht als Captain Aber das ist dem auch egal Dass ich Captain bin Fuck Was habe ich an Items Ich habe nur das Feuerwerk Und ich habe in seinem Haus Nichts gesehen Wo man das jetzt benutzen könnte Na okay Ich gehe nochmal rein Und gucke nochmal Aber es Gibt hier keine Möglichkeit Das Feuerwerk irgendwo Zu benutzen Ich könnte es natürlich Auf den Tisch stellen Aber ich glaube nicht Dass es darum geht Ich werde es auch gleich Nochmal probieren Mit Mit ihm abgelenkt Irgendwie da oben Ja ich werde hier keinen mehr finden Ein paar von euch sagen Das was ich auch schon gedacht habe Ich werde ihn abfangen Und ihm die Pille anbieten Ich kriege dann halt nicht Die Karte Das ist so meine Sorge Vielleicht stirbt er aber Ich weiß ja nicht was passiert ist Vielleicht stirbt er dann ja Ich dachte ich kann den so Anklicken damit Okay ich dachte er kommt direkt wieder raus Alter jetzt bin ich wirklich gerade überfragt Habt ihr eine Idee Ich habe keine Idee Ich weiß nicht was ich machen soll Und die Frau ist auch weg jetzt Könnte ich vielleicht dem Hotelwächter sagen Dass der Typ irgendwie zwielichtig ist Und ihm Vielleicht Hilft er mir ja Ne Schwierig Super kompliziert Zumindest Auf den ersten Blick Ich gehe nochmal links raus Und gucke ob da noch irgendwas ist Komisch ist auch Das hinter dem Hier das dann noch Mehrere Sachen sind Tür Shuttle Wasserfall Was ist denn diese Tür Vielleicht muss ich hier noch irgendwo Okay das ist offensichtlich Irgendwas komisches Aber Das müssen wir jetzt Vielleicht auch nicht verstehen Ja eine gute Idee Lichtschalter aus der Tür Neben der Tür bei ihm Das probiere ich nochmal Also jetzt gerade Gerade habe ich wirklich so einen kleinen Blackout Was die Rätsel angeht Ich finde es einfach nicht Nein geht nicht Scheiße Ich gucke mal ob man sich da reinlegen kann Ich glaube zwar natürlich nicht Wer weiß schon Ja dahinter das verstecken Genau mach das Sehr sehr gut Ist das dein Ernst Okay Wenn ich diese verdammte Süßigkeiten Glocke noch ein einziges Mal höre Ohne meine Süßigkeiten zu bekommen Werde ich den Laden verklagen Wo war ich Wo war ich Ach ja Die Karte Und die Tresorkombination ist meine übliche Denksportaufgabe Eins 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 Also wie soll ich das lesen Moment mal Ja Vielleicht Oh ja Ich habe es Der Tempel muss sich im schwimmenden Wald Westlich von hier befinden Die Karte ist hier sicherer Während ich mich nass mache Ich gehe besser sofort Bevor das Menschenweibchen es herausfindet Das war ein guter Guter Tipp Hat gut geklappt Er ist jetzt auch weg Danke Gehirnmann Dass du laut gesprochen hast Darf ich dich daran erinnern Captain Dass du auch die ganze Zeit laut redest Das liegt nur daran Dass ich alles an das Schiff zurückmelde Das weißt du doch Ich habe es einfach satt Mir den ganzen Tag lang Deinen Mist anzuhören Ach halt doch die Klappe Das war sehr gut Das habe ich geschafft Jetzt holen wir uns den Safe Und der geht Safe auch auf Mit der Kombination Eins 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 Ich habe dieselbe Kombination An meinem Koffer Grabsch Das finde ich schön Wenn Leute solche Geräusche sagen Grabsch Ich habe die Karte wieder Ich gehe jetzt besser Und suche Kim Ist sie da oben? Ja da ist sie Ich habe die Kaka Karte Du hast sie zurückgeholt Du bist mein Held Brainy sagte etwas über den schwebenden Wald Schwebender Wald? Nein Der ist westlich von hier Wir müssen nach Osten vorbei An den Eiseninseln Okay toll Jetzt wo aus dem Weg ist Haben wir ein Problem weniger Um das wir uns kümmern müssen Ja Zeit für ein Abenteuer Bist du bereit für eine Schatzsuche? Ja klar Dann lass uns gehen Und den Preis holen Den Preis beschützen Meinst du? Ja Habe ich das nicht gesagt? Nö Du hast holen gesagt Oh Holen Beschützen Lirum Larum Gehen wir Die werde ich noch am Hacken haben Die will die Scheiße nämlich klauen Ein paar Stunden später Das wird ja richtig komplex hier noch Jetzt sind wir plötzlich an irgendeinem Tempel Das muss es sein Bist du sicher? Nicht ganz Aber schauen wir uns das mal an Was haben wir zu verlieren? Kapsch KapschKapsch Kapsch 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 Halt Warte mal Wie redet der? Was ist das so ein kleines Echsenwesen? Halt Hm Dein nächster Schritt wird dein letzter sein Du kolonialistischer Abschaum Hey, hey, hey Immer mit der Ruhe Wir sind keine Kolonisten Spielt keine Rolle Du befindest dich auf heiligem Boden Dieser Tempel birgt zufälligerweise das größte Geheimnis Diesseits des Universums Ja das Greenfinger Artefakt Richtig Nein, es ist ja ein Geheimnis. Richtig. Und wenn wir hier vor dem Tempel stehen und darüber reden, zeigt deutlich, dass es für uns kein großes Geheimnis ist. Meinst du nicht auch? Ha! Es ist immer noch ein ziemlich großes Geheimnis für diejenigen, die es nicht wissen, Klugscheißer. Dem kann man nicht widersprechen. Und jetzt stehen wir hier. Halt, sage ich. Hör lieber auf mich, Sportsfreund. Ganz ruhig. Dafür haben wir einen langen Weg zurückgelegt. Und es ist spät. Nur wenn du früh aufstehst. Hm. Du kommst mir nicht wirklich wieder töten mit einem Speertyp vor. Ich habe schon größere Männer als dich überrascht, Junge. Ja, ich weiß nicht. Kann man irgendwas mit dem machen? Möchten Sie Feuerwerk? Möchten Sie vielleicht diese Suizidalpille? Auch nicht. Ich gehe weiter. Stopp! Stopp! Warum hört ihr Püppchen nicht auf mich? Püppchen? Was ist denn los mit eurer Generation? Seid ihr alle ohne Ohren aufgewachsen? Du wurdest gewarnt. Ich werde dich töten, wenn es nötig ist. Nee, wird er halt nicht, ne? Wird er nicht. Der kriegt jetzt... Ich rede nochmal mit Kim. Jetzt komm schon. Verschwende keine Zeit mit dem Typen. Okay, warte. Das funktioniert offensichtlich nicht. Lass uns stattdessen über die aktuelle Situation nachdenken, okay? Wir wollen doch nur sehen, was es mit dem großen Trubel auf sich hat. Schade. Hey, wir haben diesen geheimen Ort gefunden. Macht uns das nicht würdig oder irgendwie sowas? Also, ich schätze es könnte vielleicht... Nein, warte. Du verwirrst mich mit deinen ausgefallenen Worten. Ich habe es euch schon gesagt. Keiner darf passieren. Es tut mir leid, aber wir werden nicht gehen, bevor wir nicht das Innere des Tempels gesehen haben. Außerdem, mein Mann in deinem respektablen Alter sollte Zeit sehr schätzen. Hast du wirklich das Gefühl, dass du es für das Babysitten von zwei unschuldigen Touristen verschwenden willst? Ahak, du könntest recht haben. Ich schätze, ich sollte vielleicht nach Hause gehen. Es ist Jahre her. Also, wir werfen nur einen ganz kurzen Blick hinein und dann sind wir wieder weg. Gut. Fass aber bitte nichts an da drin. Ja, wir versprechen es. Was sich hier in diesem heiligen Tempel befindet, ist nicht nur alt und heilig. Es gehört den Greenfingers und ihrer alten Kultur. Und der Tempel ist verflucht. Verflucht. Schreckliche Dinge werden mit jedem passieren, der das Herz von Selig stört. Das letzte Klang, als hätte er sich das noch ganz spontan ausgedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Klang nicht authentisch. Klang nicht, als ob da wirklich ein Fluch ist. Mehr so, Fluch, Fluch. Ich bin mir nicht sicher. I doubt it. Bevor wir hier reingehen, muss ich kurz nochmal aufs Klo. Und ich mach mir noch. Mach ich mir. Ja, 19 Uhr, eigentlich ein Fehler. Mach ich mir noch ein Cappuccino. Ja, ich brauche Geschmack. Also Leute, es geht gleich weiter. Ich mach kurz mal eine Werbepause. Drei Minuten, dann sehen wir uns wieder hier. Ihr könnt währenddessen auch mal richtig schön einlaufen lassen. Bis gleich. Okay Leute, wir sind wieder da. Es geht weiter mit The Captain, einem sehr interessanten Multiple Choice Space Exploration and Rescue Operation Role Playing Adventure. Da ist das große magische Artefakt. Wow, ich kann es nicht glauben. Ich habe es endlich gefunden. Und sieh dir dieses Leuchten an. Ja, es ist atemberaubend. Man kann seine Gegenwart fast spüren. Glaubst du, dass der Mythos über seine mystischen Kräfte stimmt? Ich bin mir nicht sicher. Es heißt, es sei mit der Lebenskraft der Greenfinger verbunden. Wir sollten uns das genauer ansehen. Willst du dir die Ehre geben, Captain? Bist du sicher? Ich weiß, dass du schon lange davon geträumt hast. Klar. Nur zu. Die will einfach nur, in Wirklichkeit, will die einfach nur mich als, ähm, wie heißt es, als Versuchskaninchen benutzen. Ganz sicher. Ich sage ihr, dass sie lieber machen soll. Jetzt kommt schon. Verschwinde keine Zeit mit Plaudereien. Alter, fuck you. Ich mache den Scheiß nicht. Kann ich nicht hier irgendwas... benutzen? Ihr sagt sicherlich auch nicht, dass ich das so machen soll, ne? Who knows? Who knows anymore? Es ist wunderschön. Das grüne Glühen ist wirklich hypnotisierend. Ich mache es. Wow. Es fühlt sich toll an. Komm und sieh es dir an. Ist es schwer? Nee, es ist wie ein kleiner Stein. Hier. Nimm es. Warte. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Bleib einfach, wo ihr seid. Das soll wohl ein Witz sein. Wie hast du uns gefunden? Vorsicht. Dein menschlicher Freund hier ist nicht so schlau, wie er gerne glaubt. Ich... Ich schätze nicht. Äh... Wie bitte? Nun, er hat uns gefunden. Du hast aber auch andere starke Seiten. Äh... Da bin ich mir sicher. Äh... Bist du dir da sicher? Ja, klar. Was zum Beispiel? Gib mir ein Beispiel. Ähm... Erzwinge es nicht, bitte. Deine Persönlichkeit lässt Pink gut aussehen. Äh... Hör auf zu meckern. Ich kann nicht glauben, dass ihr jetzt wirklich verheiratet seid. Wie hast du uns gefunden, Brainless? Also, wie ich gerade sagen wollte, da ich nicht wusste, wo sich der Tempel tatsächlich befindet, habe ich ihn, den Dummen, glauben lassen, dass ich es getan habe. Nachdem ich ihn die Karte aus meinem Tresor stehen ließ, bin ich euch beiden zum Ziel gefolgt. Äh... Danke, Iggy Lankert. Das hört sich für mich nicht so clever an. Äh... Sei still. Jetzt gib mir das Artefakt, Mensch. Oder ich erschieße deine hübsche, kleine, falsche Frau hier. Scheiße, Leute. Jetzt wäre der verfickte Moment gewesen, das kaputte, falsche Fake-Artefakt zu behalten und nicht für den schnöden Mammon, für das schnelle Geld, für die... Ach... Hätte ich es einfach behalten. Aber nein, der Simon wollte direkt die Kohle haben. Ich hätte es auch anders machen können. Nimm die Pille und starte neu. Soll ich auf das Geld verzichten? Ja, ich glaube, das ist das Artefakt. Nee, nee, nee. Wir spielen das irgendwann vielleicht nochmal und dann machen wir die Sachen richtig. Ähm... Ich werde ihm das geben. Ich kann es ja nicht ändern. Ich habe halt kein anderes. Moment, kann ich vielleicht mit ihm reden? Jetzt komm schon. Gib mir das Artefakt. Ich werde sie erschießen. Aber sie ist doch eh keine Gute. Hey! Was glaubst du, wohin du gehst? Zurück! Jetzt komm schon. Verschwende keine Zeit mit Plaudereien. Also gut. Das geht auf dich. Warte. Ich werde einfach... Wow. Ich habe sie ja echt getroffen. Nein! Kim! Was machst du da? Ist sie tot? Kim! Jetzt gib mir das Artefakt oder ich erschieße dich auch. Kann ich hier sterben? Das ist es. Ich gebe ihm die Pille. Was ist das? Ist das eine dieser Süßigkeitenperlen aus der Bar? Gib es her! Ich liebe sie! Moment. Kann ich jetzt nicht das laden und sie nicht umbringen? Oder was sollten wir machen? Das weiß ich gerade nicht. Sollen wir sie jetzt tot lassen? Ich meine, es war ein Fehler von mir. Ja. Außerhalb des Tempels. Komm, wir machen das einmal. Laden wir neu. Weil ich es nicht gerafft habe mit der Pille. Und ich dachte, ich habe keinen anderen Wal. Aber bei diesem Spiel hast du immer noch eine Wal. Das finde ich ja das Schöne dran. Also wir machen das ganz kurz. So viel laden muss erlaubt sein. Weil wir wirklich mit ihr viel durchgemacht haben. Und ich kann sie jetzt nicht einfach so erschießen lassen. Ich wusste ja auch nicht genau, worauf ich mich hier einlasse. Ich wünschte, ich hätte ihm den falschen geben können. Aber dann hätte ich keine 300 Dollar bekommen. Aber dann hätte ich mich wieder eine Wal. Ich bin ein bisschen zu tun. Und ich müsste dann eine Wal. Und es wäre mal eine Wal. Ähm, was ist das? Ähm, ist das eine dieser Süßigkeitenperlen aus der Bar? Äh, gib es her! Ich liebe sie! Ähm, ähm, süß! Jetzt hör auf herumzuhalbern und gib mir das Artefakt! Ich will, ich ähm, äh, ich... Oh mein Gott! Was ist gerade passiert? Ich habe ihm eine Selbstmordpille gegeben. Ähm, ähm, und du hast zufällig eine davon? Ja, ist eine praktische Sache, wenn man nicht weiterkommt. Wird er wieder okay? Wenn du mit okay tot meinst, dann ja. Ich schätze, das hat er verdient. Komm her, lass mich das echte Ding sehen. Na gut, ich werde dir das echte Ding zeigen. Nein, nicht das Ding, Mann! Ich meine das blöde Artefakt! Mach die Hose zu! Naja, du musst dich ein bisschen konkreter ausdrücken. Klar, aber dann legen wir es wieder zurück, oder? Äh, zurücklegen? Auf keinen Fall! Das Artefakt gehört zu dieser Welt und den Greenfingers. Dieses Ding ist viel zu mächtig, um es von dem alten Spinner draußen bewacht zu werden. Ich stimme zu, dass er nicht den stärksten Eindruck gemacht hat, aber trotzdem. Hey, es ist meine Karte und meine Schatzsuche. Gib mir das Artefakt! Ähm, äh, ne. Ich verspreche, es sicher aufzubewahren! Ja, ich werde es ihr natürlich nicht geben, oder? Mal machen wir kurz eine Abstimmung. Neue Abstimmung. Artefakt. Punkt, Punkt, Punkt. Abgeben. Punkt, Punkt, Punkt. Behalten. Behalten. Ihr dürft wählen. Eine Minute. Die Umfrage läuft. So, wir sind ja auch bald am Ende. Nicht des Spiels. Das geht, glaube ich, noch eine Weile. Aber ich bin dann am Ende. Ähm, diese Geschichte will ich aber unbedingt noch fertig machen. Deswegen liegt mir sehr daran, euren Input mitzunehmen. Bisher steht behalten hoch im Kurs. 60 Prozent, aber 40, 30 Prozent wollen abgeben. Danke, Cerberus7719. Schön, dass du hier bist. Danke für alle generell, die mit Prime da sind oder ohne Prime. Äh, ich habe noch eine halbe Minute. Könnt ihr noch abstimmen? Aktuell steht noch behalten auf Platz 1. Ja, wenn ihr ein Prime-Abo habt, es wird immer auf YouTube oder ein, zwei Mal gesagt, ey, scheint so, als ob du Prime-Abos als minderwertig ansiehst. Nein, so ist es nicht. Ich mache immer nur Späße, weil die Prime-Abos bekommt man umsonst. Äh, die bekommt man umsonst, nachdem man Prime abonniert hat. Deswegen hat das jeder und so, ach, ich habe ja ein Abo. Das könnt ihr gerne an mich jetzt abgeben. Müsst ihr aber nicht. Ähm, und ja, und andere können aber auch einfach ein Abo kaufen. Und ihr kriegt damit natürlich Emotes und ihr kriegt, ähm, noch ein paar andere Sachen. Äh, da wird es in Zukunft auch noch mehr geben. Aber generell kriegt man dann ein paar Perks, hat keine Werbung, hat Emotes. Artefakt behalten. Sagen 72%. Das ist eine gute Zahl. Und, äh, danke auch noch an It's a Pick. So. Warum sollte man es hier geben? Was bekommt man dafür? Ist eine sehr gute Frage. Kannst du seine Pistole nehmen? Ist auch eine sehr gute Frage. Aber nein, kann ich nicht. Ich frage mich gerade, ob ich einfach mit ihr reden soll. Ich rede mit ihr. Jetzt komm schon. Verschwende keine Zeit mit Plaudereien. Ja, dann nicht. Dann haue ich ab. Kannst schön hierbleiben. Hey, lass mich das Artefakt sehen, bevor du rausgehst. Oh, ähm, richtig. Tut mir leid. Ich will aber, ich will, ich will es dir nicht geben, Digga. Ich müsste ihr jetzt das, ich verstehe. Wenn ich jetzt noch das Falsche hätte, dann könnte ich ihr das Falsche geben. Und dann könnte ich das Gute den Ureinwohnern zurückgeben. Scheiße. Äh, danke DataDeep, dass du auch so lange schon dabei bist. Finde ich nice, finde ich nice. Habe ich sehr gerne. Ja, scheiße. Jetzt habe ich ja wirklich ein Problem, ne? Ich kann nur, ich kann, ah, der Ausgang. Okay, ich werde das Ding einfach wieder aufs Podium stellen. Ich sollte das jetzt nicht tun. Ja, aber ich will es ihr auch nicht geben. Kann ich vielleicht Shuttle anrufen? Shuttle. Hier spricht das Shuttle. Irgendeine Idee, wie ich vorgehen soll. Wie sollst du mit deinem Urlaub verfahren? Nein. Tut mir leid. Nein. Aber ich bin ja auch damit beschäftigt, nicht in dieser feuchten Höhle zu verrosten. Tut mir leid, ich bin ja gleich fertig. Da muss ich dich beim Wort nehmen, denn meine Sensoren sind ausgefallen, sobald du mich weggestopft hast. Okay, das Schiff nimmt es mir übel. Ja, dann gebe ich dir halt die Scheiße. Dann kannst du schön den Ureinwohnern ihr einziges Artefakt klauen, da werden die alle sterben. Wow. Das Gefühl ist ganz schön ausgeprägt. Komm schon, gehen wir raus. Ich möchte das Artefakt in einem besseren Licht sehen. Ja, ja, im besseren Licht deines Raumschiffs. Nein. Oh mein Gott. Der Tempel fällt langsam auseinander, genauso wie in Indiana Jones 3. Ja. Na toll. Na toll, Kim. Oh, danke, auch. Anazazi. Anazazi. Danke, Anazazi und Mettbäumchen. Also, das habe ich jetzt nicht hundertprozentig gelöst, ne. Die Sonne war schon hinter dem Horizont hervorgekommen, als sie endlich das Resort erreichten. Kim studierte das Artefakt auf dem ganzen Rückweg und schien sehr glücklich. Ich muss ihr das noch abnehmen. Ich bin nicht einverstanden damit. Wahrscheinlich kommen wir jetzt zurück und alle Ureinwohner sind tot. Und wir sind schuld. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das war die Frau. Die Frau wollte es so. Ja. Guck dir die Scheiße an. Alle tot. Ja. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das Artefakt bekommen habe. Übrigens, ich frage mich, ob ich dich um einen Gefallen bitten darf. Noch einen. War der Genozid nicht genug. Nun, du kannst immer fragen. Ich frage mich, ob du mich nach Hause bringen kannst. Nach Hause? Du meinst zu deinem Heimatplaneten? Ja. Er heißt Taleron, nach meinem Vater. Es gibt einen Planeten, der nach deinem Vater benannt ist. Nun, er hat ihn nach sich selbst umbenannt. Er hatte das Gefühl, dass er einen Neuanfang brauchte, nachdem er ihn gewonnen hatte. Dein Vater hat einen Planeten gewonnen? Ja. Karten. Also. Könntest du mich mitnehmen? Alter. Okay. Das ist auch Hardcore. Da muss ich jetzt auch noch mal eine Abstimmung. Das ist wahrscheinlich für heute die letzte. Wollen wir die Truller, die uns dieses Ding geklaut hat. Und wir haben jetzt, ihr habt es gesehen, wir haben direkt einen Orden zerstört bekommen. Nämlich den, ein guter Kerl. Das heißt, wir können nicht mehr ein guter Kerl werden. Denn wir haben es schon verkackt. Also. Die Dame mitnehmen. Oder warte, wie heißt sie? Ähm. Moment. Moment. Wie heißt sie? Ich habe sie doch 100 Mal schon genannt. Wie heißt sie? Okay. Die Dame. Kim. Kim mitnehmen. Ja oder nein? So. Der Abstimmer ist wieder da. Und ihr könnt jetzt entscheiden, was ich machen soll. Das ist echt alles traurig. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Dieses Abenteuer mit dem Urlaub. Ich dachte, ich habe ein bisschen Urlaub. Klaue vielleicht. Hätte ich einfach nicht geldgeil, wie ich bin. Von Anfang an direkt das Artefakt an den Typen gegeben. Und die Kohle eingesteckt, die nicht mal viel war. Es ist so schlimm. Okay. Kim mitnehmen. Im Moment führt ja. Mit 64 ist ja klar, ne. Dass ihr das wollt. Die arme hilflose Frau mitnehmen. In unserem. In unserem hermetisch abgeriegelten Raumschiff. Da kann sie nämlich nicht nein sagen. Wegen der Implication. Aber noch sieht es gut aus. Ja. 40%. Kim wird mitgenommen. Ich glaube es nicht. Das nimmt mich mit. Dass ihr die mitnehmt. Die spielt dich wie ein Klavier. Ja genau, Borken Arrow. Das sage ich auch. Aber der Chat, ne. Der Chat. Der ausgetrocknete Chat. Ah, Frau. Ich würde sie auch mitnehmen. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde sie wahrscheinlich mitnehmen. Weil es ist langweilig. Und ich habe kein einziges Mitglied. Dann habe ich wenigstens mal einen Teammitglied. Vielleicht ist der Planet ja kaputt. Und dann bleibt sie bei mir. Oder so. Okay. Ihr habt gewählt. Über 70% wollen, dass wir sie mitnehmen. Äh. Ich meine ja klar. Warum nicht? Du besitzt einen Planeten. Und kannst dir kein eigenes Gefährt leisten. Äh. Das verstehe ich natürlich. Super. Vielen Dank. Das erspart mir, mir ein Schiff von einem Gast ausleihen zu müssen. Ich werde in der Garage warten, bis du bereit bist. Ich fühle mich, als hätte ich irgendwas ganz extrem falsch gemacht. Deswegen werde ich hier voller Trauer ein letztes Mal ein Feuerwerk laufen lassen. Für mich. Diesmal nur für mich. Ah. Oh. Mh. Uh. Ah. Schön. Da ist keiner mehr. Alle sind tot. Der ganze Planet weggelutscht. Das ist super traurig. Sogar der. Sogar. Oh mein Gott. Sogar der. Surfboardverleih. Aber nur immerhin ist der Diener noch da. Hallo nochmal. Wie kann ich helfen? Kannst du mir vielleicht mal einen Schüttel zurückgeben? Klar. Warte einen Moment und ich hole es für dich. Warum lebt er noch? Frage ich mich. Kartusche mitnehmen. Ach. Die brauche ich doch nie wieder. Oder? Oh. Achso. Oh. Das Grauen. Das Schiff. Äh. Danke. RalphWiggum89. Außerdem auch danke an Reverend BlueJeans. Ja. Dann würde ich sagen gehen wir mal rein. In meine sehr enge Kapsel. Müssen wir uns wohl rein quetschen. Hä? Oder wat? Jetzt kommt schon. Verschwende keine Zeit mit Plauderein. Ja. Du willst doch nicht einsteigen. Dann mach ich die Tür zu. Und? Was denkst du was jetzt passiert? Ich flieg ab. Okay. Ich kann scheinbar nichts daran ändern. Ah doch sie kommt. Na das ist aber. Ja da haben sie aber wohl. Da haben sie einen guten Platz gesucht. Aber Vorsicht. Das ist vielleicht. Da ist vielleicht die Kupplung. Oder. Weiß. Ein Schaltknüppel. Äh. Zwischen der. Da müssen sie mal gucken. Ist ja halt nur für eine Person gedacht. Captains Urlaub. Tempel zerstört. Ja. Andere liegen gerne am Strand. Ich mach Geld. Frauen klar. Und verliere dabei. Suizidpillen. Das war ein guter Deal. Das war kein schlechter Deal. Es war nicht der beste Deal. Ich hätte gerne. Die. Äh. Den Planeten gerettet. Aber irgendwas ist immer. Also. Willkommen auf meinem Schiff. Vielen Dank nochmal. Dass du mich mitgenommen hast. Hm. Kein Problem. Komm mit mir. Und ich zeige dir dein Zimmer. Bitteschön. Ruf mich einfach. Wenn du irgendwas brauchst. Okay. Okay. Das werde ich. Warum hat sie zwei Betten? Ich setze sie einfach in mein Zimmer. So hier. Das ist. Dein Zimmer. Wir haben nur ein Bett. Diese anderen Türen sind leider alle nicht öffnenbar. Die sind eingerostet. Die sind leider Stromausfall. Ich hatte die nicht mehr hingekriegt. Die Sicherung ist rausgegangen. Ich hab keine mehr. Gehen leider nicht auf. Haben nur ein Bett. Tja. So ist es jetzt halt. Deal with it. Okay. Hier hören wir jetzt auf. Denn ich hab 246 von 700 Pima Daumentagen hinter mich gebracht. Mit sehr viel Freude. Sehr viel Spaß. Sehr viel Abenteuer. Und Entscheidungen, die nicht immer zu meinen Gunsten ausgegangen sind. Selten zum Gunsten anderer ausgegangen. Meistens war es einfach ein riesiger Clusterfuck. Und Menschen sind gestorben. Und manchmal auch Maschinen. Und auf jeden Fall habe ich mir Mühe gegeben. I tried. Okay. Und deswegen werden wir beim nächsten Mal uns auf diese Reise weiter begeben. in Richtung Westen. Wilder Westen. Wilder Westen. Nein. Da ist der Westen der Zivilisation. Denn da ist die Erde. Und da müssen wir hin. Da ist auch unsere Raumflotte. Ich habe keine Ahnung, wie wir dann hier ankommen sollen. Weil ich habe nicht genug Krimskrams, den ich hier brauche. Kurz mal für euch nochmal gezeigt. Hier steht. Irgendwo. Irgendwo hier kann man herausfinden, was man braucht, um hier durchzukommen. Ich glaube für die Schmugglerroute zum Beispiel. Drei Sternenfragmente. Das heißt. Ich bräuchte, um da durchzukommen. Vier Sternen. Also vier von diesen. Vergessen wir die heißen. Aber eben diese Energiekapseln. Also nicht die Kapseln, sondern die anderen. Ist egal. Aber auf jeden Fall gibt es davon sehr, sehr wenige Brennstoffzellen. Und ich habe leider auch eine vergessen, die mir jetzt in den Arsch beißt. Ich kriege keine drei davon mehr. Und dann noch eine weitere, um die Erde zu retten. Das wird nicht klappen. Also werde ich kämpfen müssen. Und das wiederum bedeutet, ich muss mein Schiff kampffähig machen. Und dafür brauche ich dann Geld. Und da sind wir dann nämlich am Punkt. Jetzt könnte ich hier unten nach Fenton Perth. Nach Taleron. Oder zu Trade and Pay. Ich denke, das werden wir dann das nächste Mal machen. Wenn ich hier wieder lande. Kurz mal gucken. So ist die Vergangenheit gewesen. Dafür. Oh, da ist der Sonnenblaster. Ja, unaufhaltsam. Klebt er mir am Arsch. Ähm. Also es ist schon heftig. Ähm. Ich denke schon, dass ich noch einen Vorsprung habe. Ich denke, ich kann hier so ein bisschen abgrasen. Und weitere Aufgaben und Missionen erledigen. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann nochmal Brennstoffzellen finde. Und dann muss ich mich aber wirklich beeilen auch mal. Ich würde das gerne schaffen. Das Spiel. Ich würde es gerne mit einem guten Ende durchspielen. Ja. Durch. Ist ein guter Punkt. Ich bin nämlich jetzt auch durch. Und schicke euch woanders hin. Wer ist denn noch da? Wer will geratet werden? Ich habe doch eben noch den Ede gesehen. Der hat doch vorhin gestreamt. Da könnte ich euch doch vielleicht... Nee. Ist nicht mehr da, ne? Ede. Live. Ist leider nicht mehr da. Ähm. Nils. Was ist mit Nils? Nils ist auch nicht da. Was ist denn mit Mara? Die ist ja auch gerne mal da. Nee. Mara ist auch nicht da. Wen haben wir denn noch? Wer ist gerade da? Wenn ihr jemanden findet, kennt, wisst, sagt Bescheid jetzt im Chat. Dann weiß ich nämlich wo ich hinschicken soll. Ansonsten suche ich irgendwen. Wir sehen uns übrigens morgen nochmal. Nehme ich an. Morgen ist Wochenende. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Morgen, übermorgen auch. Erst wenn ich wieder nach Hamburg fahre, bin ich dann für ein, zwei Tage wieder weg. Weil ich dann eben von da aus wahrscheinlich keine Zeit werden habe zu streamen. Ähm. Es ist wirklich niemand scheinbar online. Toro Baso Julia ist da. Ernsthaft? Julia Oetken? Wie? Ja. Julia Oetken. Das ist ja lustig. Okay. Dann sagt doch alle mal, die läuft rum. Das ist mal was ganz anderes. Das freut mich aber sehr, euch da hinschicken zu können. Julia kennt ihr, wenn ihr uns länger verfolgt, natürlich auch schon. Die wird sich sehr freuen darüber, wenn ihr da kurz mal vorbeischaut. Warum nicht, ne? Okay, Leute. Was machen wir jetzt? Äh. Ich sag euch tschüss. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Habt euch lieb. Und, äh. Snatch. 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 Snung. Snack. Ich kann leider nicht so geil Russisch wie Ede. Aber die Snatch kriegt von mir nochmal ein, ähm, ein, 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 blast ist das? Salud... Eine Salutierung. Ich hör jetzt auf, machts gut, Leute, bis, tschüss! Okay, das war wieder einmal Captain. Ich werd das noch weiter spielen, denn ich muss irgendwie wissen, wie es ausgeht. Ich will wissen, was mein Captain alles noch erlebt. Wir haben, glaube ich, allegt die Hälfte. Das heißt für euch jetzt. Es wird nochmal hoffentlich ein weiteres Video kommen, wo dann die nächsten zwei Sessions vielleicht zusammen getackert werden und euch kredenzt werden. Das ist der Plan. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Ansonsten könnt ihr euch die anderen Videos angucken. Es kommt ja jeden Tag eines. Danke an Thanos aka EduardLaser2go, der die ganze Scheiße hier macht. Der wirklich die harte Arbeit macht. Ich habe seit neuestem auch jemanden, der mir noch hilft bei den Teaserbildern. Ich weiß nicht, ob man das dann, wenn ihr das jetzt seht, ob man das da schon sieht oder nicht. Auf jeden Fall läuft es bei mir. Es macht Spaß und ich hoffe, ihr supportet mich weiterhin gerne mit Kommentaren, Daumen und vor allen Dingen Abwofskis. Gerne auch bei Twitch, aber primär in diesem Fall jetzt auch auf YouTube. Macht's gut, Leute. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.